Moin Leute, Trimax hier. Heute ist es soweit. Heute gibt es das große TheDropper-Event. 67 Level muss ich im Dropper schaffen. Ein Level besteht teilweise aus 12 Maps, das wurde mir nicht gesagt. Einige Maps, wir machen alle Leichten und Mittel, aber einige Mittel-Maps sind ultra schwer. Keine Ahnung, wer das gemacht hat. Chef Strobel, Sebo, Humatra sind dabei. Schaffe ich alle 67 Level nicht in einem Stream, muss ich mir live ne Glatze machen. Hier, also erst dann darf ich aufhören. Open-End-Stream, wir sind jetzt schon gebraucht, wir haben 19 Uhr jetzt erst gestartet. Ich habe echt Angst, dass die Maps zu schwer sind, dass jemand sagt, das ist Mittel, obwohl das Ultra-Hardcore ist. Oh fuck, Alter. So, okay, es geht los, das ist die erste Map, ja? Ja. Die ist schon viel zu schwer für dich. Ja, die ist echt schon echt pittisch. Das ist simpel, das ist eigentlich ein Witz. Hab ich es geschafft? Ich habe ein neues Recipe unlockt. Oh fuck, oh man. Wie oft kommt das? Wie oft kommt das? Max, du hast den, du musst den grünen, nimm mal die grüne Wolle und mach mal rechtsklick. So, und jetzt geht's los. Jetzt bist du im Modus. Das ist doch super easy, die Map. Das ist mein erster Try jetzt, gerade. Was laberst du erster Try? Du hast schon. Ich habe es geschafft, ich bin unten. Ich kann jetzt auf euch warten. Ich bin unten. Weil du mit Optifine spielst. Hä, wieso bin ich jetzt wieder resettet worden? Ja, weil du... Mach mal aus Optifine. Alle schreiben, du schummelt. Das ist nicht gut. Das ist nicht schummeln. Ohne Optifine bin ich raus. Wir machen heute ohne Optifine. Heute ohne Optifine einmal. Es ist ohne Optifine nicht möglich, okay? G-Time. Es ist ohne Optifine möglich. Guck. Schnauze. Optifine macht das nur angenehmer. Angenehmer, leichter macht es Optifine. Aber theoretisch kann er auch ohne Optifine das machen. Er kann ja einfach sein FOV hochstellen. Dann hat er das selbe wie bei Optifine. FOV hochstellen, auf wie viel? Ja, stell es einfach auf die höchste Stufe. Je höher, das ist umso einfacher. Ey, ich bin so scheiße. Auf Quake Pro, sagst du? Ey, Leute, das sind alle Maps. Nein, also auf die höchste Stufe in die andere Richtung. Okay. Wow. Das sind alle Maps, die auch dann auf dem Server sein werden. Die könnt ihr dann auch spielen, wenn es so weit ist. Richtig. Richtig. Du hast die Map geschafft, Chef Strobel. Du musst da rein. Ja, also ist die schwer? Äh, ich sag für Max nicht schwer. Ist das eine Mittel oder leicht? Das ist eine leichte Map. Das ist leicht! Wie viele Stages ist die Map? Äh, acht. Sechs, sechs. Ah, achtmal teleportieren. Achtmal teleportieren! Das wird er nicht schaffen. Ich hab bisher einen Teleporter nur geschafft. Ja, probier doch einfach erst. Mach doch erst mal weiter. Max, gib mir mal bitte deine Bildschirmübertragung. Äh, dein Gameübertragung, damit ich das da schauen kann. Weil sonst macht es schon gar keinen Sinn. Weil der Mode hier ist giga verbuggt und dann macht es keinen Spaß. Oh, der Spectator Mode? Ich bin drin im Stage. Ja, der funktioniert nicht so richtig bei mir. Ja, nur bei dir wieder nicht. Mann, ich will einfach direkt sehen, Mann. Ohne Delay und ohne alles. Ohne, dass es buggy ist und ohne Minecraft-Scheiße. Aber mit wenig FPS, ne? Oh, ich hab's auch. Du hast das wirklich auch, Seebo. Du warst hier der Schlechteste. Oh, ich dachte schon, du Arsch. Wenn du da zu weit wegläufst, dann musst du gleich wieder anfangen. Siehst du meine Übertragung? Scheiße, ich komme ja nicht mehr raus. Ich mach deine Übertragung jetzt an. Jetzt müssen wir jedes Mal warten auf dich. Das ist ja übel. Ja, das ist übel, Leben, Diggi. Ihr könnt doch mit. Macht euch doch auch einfach eine Glatze. Dann haben wir alle eine Glatze. Dein Fall macht sich eine Glatze. Hä, nein. Du hast gesagt, du hast es geschafft, G-Time. Ich hab alle Karten. Also die Zuschauer können das bezeugen. Ich hab die heute im Stream gespielt. In einer halben Stunde war ich mit allen durch. Ja, dann kann ich mir auch eine Glatze. Also dann werde ich das auch schaffen. G-Time, du bist ein Geek. Du bist so gut in dem. Du darfst aber nicht vergessen, Rumatra. Ich hab das viele hunderte Stunden alles getestet. Ja, Rumatra, mach mit. Komm. Ja, Rumatra, jetzt musst du. Ich mach mit. Weißt du was? Wow, sauber Rumatra. Alter, Rumatra, das ist smart. Ich geh erst offline, wenn ich alle Karten auch geschafft hab. Ich muss sie ja nicht am Stück schaffen. Ich muss sie einfach nur schaffen. Dann geht's jetzt los. Komm. Okay. Fuck it. Man darf erst weitermachen, wenn man diesen Deal eingeht. Ja. Mach, das wirst du schaffen, Chef Strubel. Du wirst es schaffen, Chef Strubel. Mach, Chef Strubel. G-Time ist gut, aber G-Time ist jetzt auch nicht der Über-Dropper-Spieler. Der ist jetzt auch nicht so krass. G-Time ist eher so Wannabe. Gut, dass ich auch scheiße darin bin. Also ich brauch dir gar nicht zu. Dafür brauch ich aber erst 100 Zap-Gift von unterm Zuschauer. Woo! Boah, ich bin Stage 4. Schon. Ich mach auch mit Optifine. Ihr könnt mich machen. Nein! Du hast Zoom. Ach, Dicke. Deine Kommission muss doch geisteskrank sauer auf dich sein. Ich nutze immer Optifine. Ich nutze immer Optifine. Oh, okay. Du darfst Feet of You hochstellen, aber nicht Optifine. Das hätte die nächste mal auch geschafft. Hä, wieso zählt der nicht als geschafft? Hast du den Dropper-Modus aktiviert? Du musst immer den Dropper-Modus aktivieren. Boah, die krieg ich nicht. Ich bin Macher und Kerl. Die krieg ich nicht. Was bist du, Chef Strubel? Scheiße ist der. Der ist echt scheiße. Ich hol mir aber auch gleich Optifine noch. Was ist? Ich kann mir auch gleich Optifine holen. Was ist das für eine Scheiße, Leute? Verarscht ihr mich? Hä, Digi? Eure Community muss doch super sauer auf euch sein. Die sind nicht sauer. Boah, die sind allerhöchsten sauer auf dich, Alter. Ja. Ja, okay, dann hol ich mir auch Optifine. Und ich lasse mir noch von G-Time ein Programm installieren, das selber runterspringt. Ja, wie geil. Hä, ich hab's geschafft. Ich hatte Dropper-Modus aktiviert. Und jetzt? Achso. Du musst immer ins Portal noch am Ende. Ah, das macht den Dropper-Modus dann aus. Okay, jetzt check ich jetzt. Wow, Alter, yo. Devo, alles in Ordnung? Ja, alles gut. Ich stelle mein Field of You hoch. Wie ist das denn? Darf ich Tipps geben? Oder soll ich gar nichts geben? Ja, ja, dann züll ich. Okay, Tipps darf ich also geben immer, okay. Field of You habe ich jetzt auf 30. Damit ist es auf jeden Fall angenehmer. Hallo, Mann. Hanna, ja. Hallo. Oh, nee, was ist denn das für eine Baumrinde? Du bist auch dabei, ne, mit der Glatze, Chip? Ja, ja. Ich gehe erst auf, wenn ich es geschafft habe. Oh mein Gott, das könnte mich richtig sauer machen, ne? Aber weißt du, ob ich das so eingehe? Ja, ey, ey, warte noch dazu, ohne Schlafen. Heute Nacht ist es eh Super Bowl. Ah, smart. Ohne Schlafen, ne? Ohne Schlafen. Ist das quasi so eine Art Bruch-Challenge? Nee, mitschlafen. Hey, Sebo, halt mal die Schnauze, du bist doch gar nicht dabei. Ja, ja, ist eine Bruch-Challenge, durch und durch. Okay, hier muss ich erst mal wieder ein bisschen reinkommen. Ah, sehr schön. Oha, oha, oha. Hey, das macht der Dropper-Mode nicht an, Alter. Ach, diese Kante von dem Baumstamm immer. Nein, ich auch! Ich habe auch die Rinde gefressen, Sebo, direkt hinter dir. Ich war so gut gerade. Ach, bist du schon auf der zweiten Map, oder was? Nein! Ich wollte ihn nur triggern, das hat so gut funktioniert. Juhu. Wolltest du nicht, du dachtest, ich bin auf der zweiten Map. Boah, aber sobald das rauskommt, werde ich jeden einzelnen Joshua da draußen fertig machen mit dem Spiel. Da freue ich mich schon drauf. Warum? Ja, weil ich die Maps schon kenne. Boah, das ist echt schwer, das Level hier gerade. Welches? Ist das hier leicht oder mittel gerade? Ja, Baumrinde, ja. Du hast das geschafft. Ist das hier leicht oder mittel? Das hier ist eine leichte Map. Leicht! Ja, das ist quasi so die Endgegner-Map von leicht. Wie viel Map hält man denn hier? Oh, Konzentration, Max. Letztes Mal. Geschafft. Ja! Ja, okay. Du hast die erste Map geschafft. Wie viele Maps waren das jetzt? Geh ins Portal gehen, geh ins Portal. Und unten im Chat steht, wie oft du daneben gedroppt bist. Da siehst du das. Wo? Ja, im Chat musst du einfach T drücken, dann siehst du da. Da müsstest du doch immer stehen. T? Manchmal musst du noch ein bisschen den Ausgang suchen, ne? Ist der Chat nicht an, oder? Hä, Digga? Im Portal jetzt? Hast du den mit dem Kristall schon geschafft? T? Ah ja, ich bin 21 mal nur gestorben. Können wir die zusammenzählen am Ende? Da muss das einer deiner Mods oder so aufschreiben. 21. Ich schreib selber auf. Okay. Boah, Alter. Bei welcher Map bist du, Chef Strobel? Äh, keine Ahnung, hier kommt so eine Blume oder so. Wie viele Maps waren das jetzt? Das zählt jetzt. Wie viele Level waren das jetzt? Die Karte war jetzt 8 Stages, meine ich. Ich zähl mal eben. Ich hab 8 von 67 jetzt. Nee, nee, das ist eine Karte, aber die hat 8 Stages. Ja, aber wie viele Karten haben wir? Da unten geht's weiter. Insgesamt sind's, glaub ich, so um die 67 genau. Nee, warte mal. Das sind 8 von 36, 45, 54. Das sind 63. Ja, 67 Karten sind's insgesamt. Ich dachte, ich hab jetzt 8 von 67. Nee, du hast eine einzige jetzt gemacht. Aber es gibt nicht viele mit so vielen Stages. Also, es gibt für jede Schwierigkeit... Ich hab hier grad schon eine 8 eingetragen und dachte mir, hm, eigentlich sind wir doch gut in der Zeit. Nee, nee. Also, es gibt für jeden Schwierigkeitsgrad. Das heißt, es gibt nur noch eine einzige Map, die so groß ist. Okay. Ähm, wie komm ich jetzt wohl weiter zur nächsten Map? Jetzt nimmst du das Item in der 1. Da siehst du jetzt auch, der erste ist jetzt grün. Ah, ja, ist grün. Genau. Romatra, hast du das mit den Blumen schon geschafft? Bro, ich hab alles schon geschafft. Sonst wär ich doch, also, sonst wären wir doch beieinander, oder? Das ist ja richtig... Warte mal. Das ist ja Optifine echt OP. Okay. Alter. Hey, das ist keine Blumen, Junge. Das ist ein Drei-Gänge-Menü und die Karte ist von mir, ja? Nein, nein, nein. Ich spiele jetzt wirklich mit Optifine. Ja. Ich nicht, ich nicht. Sehr gut, Chef Strobel. Das erste Mal, dass Chef Strobel was richtig macht. Das ist so selten. Sagst du mal, dass du mich die Schnauze hältst? Ah, nee, warte mal. Du mach doch Field of You auf 30. Das ist doch genau das Gleiche, Romatra. Lass mich doch mit Optifine spielen. Was stört dich daran? Oh, das ist, dass wir nicht alles gleich haben. Probier einmal ganz kurz Optifine aus und Field of You auf 30, bitte. Ja, okay. Einmal nur. Siebu, du hast auch noch mit der Map hier zu kämpfen, ne? Ja. Aber du schaffst... Also, irgendwie bin ich scheiße. Hier sterbe ich ja viel schneller. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Spring ich falsch, Digga? Digga, du musst auch mal Tipps geben. Ich mach irgendwas falsch. Alter, aber jetzt weiß ich, glaub ich... Warte, ich geh jetzt mal, ich geh wieder in deine Perspektive. Ach, verkackt. Ich mach offensichtlich was falsch. Hey, ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ich bin gerade auf dem Pokertisch. Was? Du springst immer gegen das Auto. Gehst du früh nach vorne. Perfekt. Das ist es! Das ist geschafft. Oh! Ich darf mir Tipps vom Chat geben lassen, ne? Ja, du darfst dir auch vom Chat Tipps geben lassen. Ja, okay. Boah, ich krieg mies Kopfschmerzen. Also, wirklich, ich kann es nicht ohne Optifine spielen. Es geht wirklich. Es ist schwer ohne Optifine spielen. Hast du Field of You auf 30? Aber das ist genau dasselbe, wie wenn ich Optifine anmache, nur, dass es die ganze Zeit so ist. Das ist einfach nervig. Ich brauch bei dem Hilfe, Geetha, bei dem Level. Das hab ich auf das letzte Mal auch nicht geschafft. Du hast den Dropper-Mode nicht aktiv, Max. Ja, ich wollte erst mal testen. Also, Karte vorher antesten dürft ihr auch, okay. Ne, das dürfen wir nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich hier hin soll. Wo ist der Unterschied zwischen Field of You auf 30 und Optifine? Nichts. Das eine kannst du halt an- und austocklen und das andere nicht. Bei Optifine drückst du halt eine Taste und dann geht der direkt in die höchste Stufe. Geetha, ich weiß gar nicht, wo ich hier hinspringen soll. Soll ich dir einen Tipp geben? Ich seh doch das Wasser gar nicht. Ja, du bist auch die ganze Zeit verkehrt. Da ist das Wasser nicht. Ah, da drinnen bestimmt, ne? Ja, du musst quasi mit einem großen Jump da rechts, so schräg rechts springen. So, und dann, ja genau, ah, jetzt bist du zu weit nach vorne. Ah, zu weit. So, jetzt musst du wieder ein bisschen nach hinten, da, du musst da vorne, da an diesem Ding lang. Boah. Dann ist aber auch direkt geschafft oder kommt da noch wieder eine Stage drunter? So, und jetzt im letzten Moment zurück. Boah. Hä? Mach ich was falsch? First try. Die Pokerchip-Map, ist die einfach oder schwer oder leicht? Das ist eine Medium-Map. Ach, das ist schon eine Medium-Map. Äh, Geetha, ich bräuchte hier einmal kurz helfen. Tode aufschreiben? Ja, hab ich jetzt nicht. Ja, Chef Strobel, wo brauchst du denn Hilfe? Warte, ich muss so ein Texture-Pack rausnehmen. Äh, wo musst du denn hier ungefähr hinspringen, weil ohne den Ding ist echt schwer. Ohne, ähm... Du musst hier, hier, hier musst du runter und da ist das Loch, du musst aber so quer reinfliegen in das Loch. Siehst du's? Ja, ich glaub ich hab's. Warte mal. Ja, probier ruhig. Boah, die Pokerchip-Map. Boah, die falsche Richtung. Jetzt ist Max an der Map, die die unter anderem auch von mir ist. Die ist von dir? Ja, die hab ich mitgestaltet. Aber hast du meinen ersten Jump gesehen? Wie geil. Aber kommst du ehrlich, also so Brecher sind die Karten jetzt auch nun wieder nicht. Nee. Würde ich auch sagen, hätte ich die schon 30.000 Mal gespielt. Ey, komm, selbst Max schafft die schon richtig gut. Na, da war's doch! Map 1 bin ich noch. Echt jetzt, Sebo? Ja. Das ist sympathisch. Und ohne Optifine. Ohne. Das ist so geil. Aber Sebo ist auch 40. Na, das stimmt. Aber Sebo, du kannst auch jederzeit von deinem VIP dir Tipps holen. Ja. Oh, ja, das gefällt mir. Sehr gut, der Call. Ich bin nur dazu da, die Stimmung umzuhalten. Ey, fickt mich doch alle. Ich bin so krass. Ich hab's einfach wieder geschafft. Ich hab's auch geschafft. Weißt du was, wenn du bei der Poker-Chip-Match spielst, mach ich kurze Pause und schau dir zu. Die ist geil, ne, Romatra, oder? Ja, die ist krass. Also die Poker-Chip-Map ist krass. Die wird Max niemals schaffen. Ich sag, allein für die Poker-Chip-Map braucht der zwei Stunden. Ey, ich bin wirklich gut. Ich bin wirklich gut, Romatra. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so gut bin. Guck mal mein Map. Guck mal meinen Chat an. Ist mir scheißegal, was mit deinem Chat los ist. Du wirst die Poker- Nein! Weißt du, was das Widerliche bei der Karte ist, Romatra? Warum die so schwer ist? Warum? Weil das Loch, da, wo du jetzt gerade durchgeflogen bist, ne? Genau darunter ist ein weißer Block und deswegen siehst du das so schwer. Ja. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ja, dein Vater hat's auch geschafft. Hat's dein Vater geschafft? Chef, der Schrobel ist schon richtig sauer. Was, meine Mutter? Der Schrobel ist auch eingegangen, die Wette, ne? Mit, äh, mit... Ja, ja, Glatze. Weil Superbowl heute ist, hab ich nicht verstanden. Hab ich auch nicht verstanden. Ich hab's nicht verstanden. Ich hab's nicht ne Glatze, weil heute Superbowl ist. Hey, wie dumm. Ich weiß auch nicht, was das für ein Modus ist. Sag, wenn du, Max, du musst einmal den Call machen, sobald du bei der Poker-Trip-Map bist, okay? Sei mal leise. Danke. Ich muss konzentrieren. Danke, 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 Bro. Echt. Einfach mal kurz innehalten. Du laberst auch oft so einen Scheiß irgendwie. Ich weiß gar nicht, warum vorher das kommt. Wow. Oh, shit. Die Maps sind alle sehr cool. Props an die Leute, die diese Maps haben. Ja, ja, Props an die Maps. Ja, Props an die Map-Designer. Ich liebe euch. Wir suchen übrigens auch immer noch Leute, die Bock haben, Maps zu bauen, um euch zu... Ey, habt ihr Bock, auch so eine zu bauen, die wir spielen? Dann, äh, bewirbt euch fürs Team, wenn ihr älter als elf seid. Juhu. Soll mal irgendwelche Sachen. Hallo, ich bin 10. Ich bin Noah, ich bin 10. Ich würd gern mitbauen in Minecraft. Ja, aber ich schwör, der zehnjährige Noah kann der krasses Entwickler sein bald. Ja, das ist schon bald. Oh nee. Der ist, älger, in 15 Jahren ist der mega. Oh, es ist so krass. Hast du es schon wieder geschafft, oder was? Ja, logisch. Nur 10 Tode. Ich analysier das. Oh, oh, oh. Boah. Ach, ficken. Aber das macht gar keinen Sinn, G-Time. Die Medium-Map hier war grad einfacher als easy. Hä? So, ich, ähm. So. Ich bin bei der Poker-Map. Ist das die Poker-Map? Ja, Poker-Chip-Map ist nervig. Viel Spaß. Ist die mit mehreren Leveln? Ich lade Romatro, Sebo und G-Time zum Squadstream ein. Was? Wie soll die machbar sein? Alle eingeladen. Viel Spaß. Also, Romatro hat sie auf jeden Fall geschafft. Sie ist machbar. Ohne oder mit Trick? Wie? Ohne oder mit Trick? Hast du Hilfe bekommen? Nee, ich hab ihm gar nicht geholfen. Romatro hat das alles selbst geschafft. Okay, dann. Ja, Chad hat mir gesagt, in welche Richtung ich springen muss. Ich hab das auch gerade rausgefunden. Das darf man ja auch sagen. Oh, jetzt kommt Wave. Ach, leckt mir die Füße, ehrlich. Ich hau dem Ding gleich eine. Das ist die Map, wo Chef Strobel gerade Hilfe angefordert hat. Ja, ficken. Let's go. Hey! Wie ist denn? Sag mal was, G-Time. Bitte? Hey, wie soll ich denn da hinkommen? Sag mal was. Du bist da schon gar nicht verkehrt. Also, du musst, geh mal weiter da an dem Segel quasi, bis zu der Kreuzung. Links dann. Weiter, weiter. Hier jetzt, genau, da links lang. Komm nicht in das Loch. Geh bis zum Ende vom Steg erstmal. Die Winzen von Gott. Jedes Mal muss ich da hingehen. Nee, warte, warte. Nee, du bist gerade falsch. Ich geh mal in den Kreative. Welches ist die Drachen-Map? Was für ein Level ist das? G-Time? Die hier. Und dann hier runter. Drachen-Map? Das ist das einzige Loch. Ja, Feuer-Map. Feuer-Map irgendwie. Das ist ne Medium-Map. Okay, gut. Wollt, musste ich kurz wissen. Musste ich kurz wissen. Einfach mal. Ich muss ja jetzt jedes Mal hinlaufen mit Field of View. Drei-Gänge-Menü. First Try. Ich muss ja jetzt jedes Mal mit Field of View 30 Mal hinlaufen. Ich häng doch. Ich bleib doch eigentlich nirgends hängen. Die Server sind kacke. Hä, aber ich seh das Loch, G-Time, aber ich komm da nicht rein. Also, ich... Das ist ein Fake. Das ist ein Fake-Loch. Das ist ein Fake-Arschloch. Das ist ein Fake-Arschloch. Was ist denn ein Fake-Arschloch, Scherstrubbel? Du siehst das Loch und kommst da nicht rein und sagst, das ist ein Fake-Arschloch. Du laberst eine Scheiße. There comes a time when we need a second. Hä, das ist scheiße. Was ist hier mit der Totenkopfe-Map? Was ist da geschossen? Butterwald! Hä? Boah, halt mal der Schnauze. First come together as once. Die Kugel ist der kaputt, Alter. Ach, da auch. Hä? Hilfe, Hilfe, G-Time. Hilfe, G-Quest. Was denn? Ich weiß nicht, wie ich da genug Schwung aufbauen soll, nachdem ich es durch dieses Loch geschafft habe, um dann unten ins Wasser zu kommen. Moment? Oder was mache ich falsch? Wir sind 20 Minuten dabei. Hä? Wie soll man das Loch da reinkommen? Das ist der Strohwilf. Versuch's doch irgendwie anders zu formulieren. Ey, du bist aber gut dabei, Romatra. Du kommst doch da rein. Ja, aber dann? Und danach wird's ultra-hardcore. Ja, du musst denen ausweichen. Weh ausweichen. Ja, du musst dich drehen und ausweichen. Was soll ich da sagen? Wenn der Block auf dich zukommt, musst du ihm ausweichen. Bin jetzt bei Wave. Wenn dein Charakter irgendwo aufschlägt, ist es vorbei. Du musst ins Wasser springen. We are the world. Ich lasse mir denn gar nichts sagen, Alter. Oh, Mann, ey. Ich schwöre, er geht nicht nach vorne. Ich sehe auch gar nichts mit dem Field of You 30. Ich sehe gar nichts, Digga. Das wird so ein langer Stream. Hilfe, Hilfe. Wo seid ihr so ungefähr? Also mein Tipp aus der Erfahrung heraus, wenn eine Map einfach zu krass ist, auch zwischendurch einfach mal die nächste machen. Ich glaube, das ist dann... Achso, das ist ein guter Tipp. Danke. Bitte, nein! We are Castaways. Let's start giving. Ach, da, glaube ich. Oh, du hast es fast geschafft, Rumatra. Ja, guck mal, ich kriege nicht nur Geschwindigkeit auf, Mann. Du musst halt versuchen, genau den richtigen Moment zu finden, nach vorne zu gehen. Fuck, wo muss ich noch mal hin? Ach, das war hier, ne? Das war hier. Äh! Ja! Ey, du hast es geschafft! Ja, ich habe es auch geschafft. Junge, es gibt hier Maps, die werden dich so... Die werden dich... Rumatra warte! Das heißt, die ganze Zeit, aber ich schaffe alles, Digga. Ich schaffe alles. Bist du schon beim... Äh, beim Poker-Chip? Hm? Sag mal, ob du... Wie bist du da so schnell hingekommen? Sag mal, ob du da schon beim Poker-Chip bist, einfach. Boah, Junge, ey, was ist das für ein Eis-Wave-Map, ey. 7 von 67, warte, wie viel bist du, Sembo? Ich bin Wave grad. Wo steht wie viel? 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6... Oh, ich bin jetzt Poker. Jetzt ist Poker. Ah, viel Spaß. Hast du Poker schon geschafft, äh, Dingens hier? Ist das drubbel? Ja, hab ich. Echt? Ja. Du hast Poker schon geschafft. Ich fände zu der scheiß-Schwarz-Weiß-Map. Gott. Äh, Danny. Äh, wie soll ich da hinkommen? Rumatra, ich habe dir die Einstellung wegen Optifine in Discord geschickt. Wie, wegen Optifine? Ja. Hä? Was du? Wegen dem, äh, Field of View. Guck mal eben. Des, Field of Views. So, Wave habe ich auch fertig. Ich finde das Loch nicht. Ah, ich habe das Loch gefunden. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ich gehe jetzt auf die siebte, Max. Speed Saber. Ja, ja, da war ich gerade. Da habe ich richtig krass gerockt. Okay. Also mein Chap sagt, ich soll bitte keine Tipps mehr geben. Naja, es geht ja darum, den Sprung zu schaffen und nicht, äh, Scheiße zu spielen. Weißt du? Muss ich gedrückt halten. Sprinte ich jetzt gerade? Och, das ist so fies. Also ich muss sagen, die schwierigste Map, die ich bis jetzt gemacht habe, war wahrscheinlich die, äh, die Pokermap. Echt? Ja. Ey, aber mal ganz ehrlich, also es ist schaffbar, oder? Mein Charakter kann nicht sprinten. Da kannst du doch nicht sagen, die sind unmöglich. Was ist das? Wieso sprintet der nicht? Max, du darfst dich auf diesen Chip fallen. Nee, aber wieso sprintet mein Charakter nicht? Oh, leck, ah ja, ehrlich. Oh, ja, bitte. Ach, du Scheiße. Und die mir das ist ein bisschen verwirrend noch, muss ich sagen, ja. Also Max schafft es die ganze Zeit nicht in dieses Loch zu fallen, warum auch immer. Ich mach wieder für 50. Bro, bitte hol dir einfach, ohne ob die Fein wirst du eine Klatze haben innerhalb von 10 Stunden. Nein, okay, Fein braucht kein Schwein. Das geht schon wieder daneben, ich seh's schon kommen. Muss man gedrückt halten oder einmal drücken zum Sprinten? Hast du das nicht auch, hast du nicht eine Taste eigentlich... Mann, wo sprintet man denn? Wie sprintet man in scheiß Minecraft, Mann? Ja, mit Shift. Ich schwöre, er sprintet bei mir nicht. Du musst aber auch die Taste drücken, wenn du gehst, ne? Du darfst auch nicht auf das Rote springen, du musst in das Loch, Max. Oh, Matra, ich kann nicht mehr, guck dir das an. Wie Max das macht, oder was? Ja, der versteht es nicht, der denkt, er muss auf den Chip drauf springen. Ah. Ich hatte Beat Saber fast fertig und dann hast du's nicht geschafft. Wow, Überraschung. Boah, wie soll das denn gehen? Hm. Was ist das? Ich brauch, äh, Schwierigkeitsgrad von der Map, die ich gerade mach. Äh? Und drunter? Äh, oh! Das ist ne Medium-Map und die Map hab ich komplett alleine gebaut, Rumatra. Das ist meine Map. Weird Flex. Willst du einen Tipp haben bei dieser Map? Ich hab's geschafft, glaub ich. Hast's geschafft schon? Wenn das schon das letzte Wasser ist, dann hab ich's. Hä? Was? Oh Gott, jetzt rutscht der da auch noch ab. Was denn? Ich dachte, ich hab's geschafft, aber wie bin ich nicht ganz was Wasser dran. Er sprintet nicht, er sprintet nicht. Wo war das Loch? Wo war das Loch? Einmal andrücken, jetzt sprintet er grad, ne? Man muss nicht die Drücke halten. Einmal drücken. Einmal drücken muss man zum Sprinten. Soll das irgendwas mit Star Wars sein, die Map, oder? Nee, die heißt Geometrie-Dash. Oh, jetzt kenn ich das Spiel. Das hab ich voll besoffen an Silvester mal durchgezockt. Deswegen hast du hier auch so Formen wie Würfel und Kugeln und Pyramiden. Das Fiese beim Poker-Chip ist, da ist direkt ein weißer Chip neben, ein weißer Block. Und da denkt man immer, das ist es, das Loch, und dann ist es das Loch nicht. Ja, das hab ich denk. Ich hab ne Frage. Ja? Du drückst Shift einmal an, dann sprintest du. Bin ich dann aber im Fallen, sprinte ich dann immer noch? Ich halt das immer gedrückt. Nee, das sind solche geschummelten Maps, ich sag's dir immer wieder. Nee, also wirklich, das sind vier Blöcke Wasser. Wer hat denn als Sprinten auf Shift, hat man da nicht normalerweise sein Sneaken? Ich hab's ungebeinet immer, damit so ist wie in jedem anderen Gottverdammten Videospiel, was existiert. Ich hab Sneaken auf Maustaste vier. Was? Ich hab mir Optifine tatsächlich auf seine Maustaste gelegt. Und Semo, macht's Spaß? Also das Poker-Chip ist Shit. Ich hab Spaß, ehrlich. Ja, das Poker-Chip ist geil. Poker-Chip ist die schwierigste bis jetzt, Max. Viel Spaß. Ich sag, wenn du die geschafft hast, steht dir die Welt offen. Dann bist du frei. Leute, ihr könnt auch für 100 Euro, könnt ihr auch bei Romata Motivationscoaching kaufen. Ja. Die Welt steht euch offen danach. Also ich weiß halt nicht, gibt mal einen kleinen Tipp, Chica. Du musst immer kleine Tipps geben. Bitte? Kleine Tipps musst du immer geben. Ja, ich kann dir keinen Tipp geben. Du weißt ja, wie du springen musst. Nur du machst das die ganze Zeit. Du springst halt nicht richtig. Was? Ja, du springst auf den Chip. Du musst durch das Loch durch. Ich bin bei Geo-Meet-Chip. Der ist bis jetzt hier auch Romatra. Ja. Poker. Oh, Max. Du hast die Feuer-Map schon geschafft, oder was? Ja. Ach, jetzt hat mich Sebo auch noch eingeholt, weil die Map so hardcore ist. Der ist so hässlich, Sebo. Ah, wo springst du denn lang? Ja, ich muss erst mal gucken. Der hat ja gar keinen Plan. Ja, er ist doch immer scouten, hä. Jo. Ach, da ist das Loch. Okay. Junge. Hä? Roll it. Was? Ich hätte nicht gedacht, dass der... Wolltest du noch bei Poker zuschauen, Romatra? Ich bin seit einer halben Stunde bei Poker, du Dummer. Ach, stimmt. Ja, warte, 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 warte. Ich will es aber auch... Ja, okay, ich schau dir gleich ein bisschen bei Poker zu. Sorry, mein Fehler. Ich fühle nicht, dass Chef Strobel zu viel Strecke gut macht auf mich, Alter. Ich bin gerade schneller als Chef Strobel. Natürlich bist du schneller als Chef Strobel. Du bist auch viel besser als er in dem Spiel. Ja? Dabei muss es... Nee, ich finde es krass, dass er die... Ich finde es krass, dass er die Dinge... ...die Intelligenz-Map schon geschafft hat. Sebo vom Sub-Kisschen, du es nach mir schaffst. Kennt ihr das, ähm... Kennt ihr diese Videos immer viral gehen, wo man irgendein Spiel spielt und eine künstliche Intelligenz muss es schaffen und sie programmiert sich selber? Und sie macht immer wieder richtig viele Fehlversuche, aber wird dann immer schlauer und immer besser, bis sie das perfektioniert? Ja, ja. Du meinst zum Beispiel sowas wie... So ist sie gerade die Lernkurve von mir, wie von der künstlichen KI. Ich komme immer knapper dran. Kommst du? Bist du hässlicher unten? Ich habe gesagt, fünf Sub-Kiss, wenn du es nach mir schaffst. Das war's. Das ist nicht schlimm. Da war ja nix. Du hast es schon geschafft, Sebo. Die Genugtuung, dass Sebo das geschafft hat, ist ausreichend für ihn. Ja. Welche? Welche Map? Welches Field of You spielst du? Ja, ich sag gerade bei der anderen. Ich mache, ich habe tatsächlich... Er springt nicht! Du bist so dumm, du bist so dumm. Max, ich gehe mal weiter, ne? Ich bin dreimal gesprungen, ohne dass er gesprungen ist. Ey, du bist 20 Minuten dran, brauchst du jetzt schon eine Pause? Ja, Pause vorbei. Kein Grinder. Alter, Songomatra, wirklich. Der bei Craft Attack vier Spielstunden hat auf dem Server. Oh, das ist eine Karte, die mag ich selber nicht so ganz. Geh dich jetzt, glaub's. Ja, das ist eine meiner Hasskarten. Geht's bei TheJobber nicht darum, alle Maps zu hassen? Ne, es gibt Karten, die finde ich saugeil. Ja, die sehen hübsch aus, aber hassen tust du sie doch alle. Nö. Es gibt Karten, da musst du eigentlich nur nach unten fallen, mehr nicht. Ich kann nicht, Spectate Trimax, geht nicht. Hä? Hey, du musst Linksklick auf ihn machen, wenn du im Spectator-Mode bist. Er hat auch Discord-Stream, Mann. Mach Discord-Stream, Discord-Stream, einfach mal. Flash, Game-Mode, Leerzeichen, Spectator. Wie du es geschafft hast, Sebo, du bist so... Ja! Hast du's? Oh, der hat's. Man muss einfach nur die anderen... Ah, fuck, 59, cool, das ist natürlich eine Wucht. Oh, shit. Oh, die kenn ich. Ja, das ist... Das war krass. Das war krass. Oh, Gott, die hasse ich auch. Ich mach wieder Field of You, hör. Ja, ne, ich... Was spielst du Field of You, Sebo? 37 hatte ich gerade. 37, süß. Warum nicht 30? Warum 37? Weil das... Um die Leute zu ärgern, halt auch. Das ist... They don't really care about us. Hä, hörst du immer noch das gleiche Lied? Was ist los mit dir? Anderes Lied. Sebo. Ich dachte, wenn man 70 ist, kennt man wenigstens alle Lieder, die mal geschrieben wurden. Ah, ich wollte gerade so doll nach links springen, dass ich mich hier in echt nach links gelehnt habe. They don't really care about us. Fast geschafft. Ich höre dir gerade so krass, Michael Jackson, Junge, der gibt mir so Kraft. Hä? Na, war nicht. Hab ich gesehen. Sebo, sitzt du komplett gerade in deinem Stuhl? Nein, ich beug mich nach vorne wie so ein Vollidiot. Ja, das darf ich mir, danke. Junge, ich gehe nach links, rechts, links, rechts, alles mach ich. Ist das so ein Boomer-Ding oder macht das auch irgendwie ein Neunjähriger zum Beispiel? Weiß ich nicht. Lass uns mal am Ende des Tages gucken, wenn du ne Glatz hast, wie sich das anfühlt. Ich hab's geschafft. Du hast das Level geschafft. Nee, aber warum wurdest du nach oben gesetzt? Ähm, Max, ich muss das Wasser treffen, ne? Dicker. Wo muss man denn hier hin? Oh mein Gott, Alter. Illusion. Ich brech gerade bei dieser scheiße Map. Oh nein, oh, da krieg ich Kotzreiz jetzt. Illusion. Puh. Oh, das ist ein... Das ist ja mit Kotze. Da muss ich auch irgendwie eine Epilepsie-Warnung oder so drin haben hier? Mann! Jetzt ist Warnung, schon zu spät, bin schon einmal gesprungen. Warnung, Warnung. Ist das Wasser? Oh, ich bin so sauer. Scheiße. Ich rach die Meppen. Das sieht echt richtig aus, ne? Geht gleich wieder los. Du musst den Birken ausweichen, Max, ne? Nicht auf die drauf fallen. Ja. Oh, ne. Ist das das Wasser? Oder ist das... Hä? Das ist ja hardcore. Hey, hilf mir mal kurz. Ich brauche einen Hit-Tipp-Term. Nein, du hast Opti-Find. Du hast alles. Ah, ich hab's. Ich hab's. Ich weiß, wohin. Oh, ne. Das ist ja in mehreren Stufen. Puh. Fuck. Ich bin gar kein Fan von diesen mehr Stufen. Du machst dir das viel zu kompliziert. Und du laberst nur Scheiße. Ist mir schon mal aufgefallen. Ja, das ist ja... Deswegen bin ich ja hier. Nur um Scheiße zu labern. Ja. Komm mal kurz her. Komm mal kurz her. Tieter. Nein. Jeff Strommel ist zum Bellen. Kann man in manchen Maps auch direkt ins Portal springen? Geht das? Das kannst du schaffen. Hab's geschafft, Sego. Weißt du, warum ich's geschafft hab? Erzähl. Weil ich mich im echten Leben nach vorne gelehnt hab. Bis in den Bildschirm. Alter, danke, Oliver. Du bist wie ein Boomer. Jetzt brauchen wir neue. Nur zwölf Tode. Guck mal, ich hab erst 200 Tode. In 30 Minuten. Fuck. Boah, nee, meine Augen, die verklatschen hier. Die skippe ich gleich. Sag ich dir, wie das ist. Boah. Ja, da kannst du es später nochmal probieren. Kotzübel. Ist doch geil. Was ist das denn? Hä, es geht nicht. Direkt ins Portal geht nicht. Ich seh das Loch gar nicht wieder. Let's go. Hast du es geschafft? Ich hab's geschafft. Klatsch, klatsch, klatsch. Achso, wie viel haben wir denn? Jetzt zählt jemand mit beim Counter. Ich will das hier. Sind wir 10? 10 von 7, sagen viele. Ach, das kenn ich doch. 10 von 67. Guck mal, das ist ja... Oh mein Gott. Boah, die Map hätte mich gerade fast in Ruin getrieben. Ja? Welche? Die, die du gesagt hast, die magst du nicht. Witzigerweise. Die ist echt unangenehm, ne? Die ist unangenehm. Aber wenn man einmal weiß, wo man hin muss, geht's eigentlich. Ja, ich weiß immer noch nicht, ob ich es jetzt richtig gemacht habe oder nicht. Aber GG, wir haben es geschafft, Alter. Hä? Hä? Die Web ist hässlich. Als ob das nur das eine kleine Loch ist. Ah, komm, das schafft ja wohl sie. Glaub ich nicht. Glaub ich nicht. Einfach in den Mund reinspringen. Und gut ist die Kiste. Boah, was ist das denn? Einfach in den Mund reinspringen. Hä, ich schwöre, ich komm nicht so weit. Ich kann nicht weiter springen. Ich sprinte auch in der Luft. Ich komme nicht so weit. Oh ne, der stört mich vor mir. Bist du sicher, dass du auch die Sprint-Taste immer schön drückst, Max? Sebo, ich seh nichts. Sebo! Wo springen wir denn gleichzeitig? Ich hab nichts gesehen. Ist da wirklich ein Loch, wo ich hinstehe? Da ist schon wieder daneben. Ich krieg zu viel. Aber der Weg, den ich gerade springe, ist der richtige, ne? Ja, aber du springst halt neben das Loch. Du springst nicht rein. Ich versteh's nicht. Aber ich bin richtig, ne? Ja, aber du springst die ganze Zeit nicht ins Loch rein. Warum? Warum schreiben so viele Doppelsprungdrücken? Ja, Doppelsprung kannst du machen. Doppelsprung, die meinen, dass du quasi auf die Kante von dem letzten Block springen sollst und dann nochmal springen in dem Moment. Da machst du einen ganz weiten Satz. So. So. Oh, die Map kenne ich doch, die ich jetzt gerade mache. Nee, das ist schon wieder... Der weite Satz ist so eine Verarsche. Du kannst Nebo da nicht runterhauen, Max. Nebo hab ich auch nicht probiert. Hör nicht auf ihn. Ah, ich weiß wie. Das war schon ein guter Jump. Scheiße. Äh, G-Time, hol mal, ähm, guck mal kurz nochmal Discord wegen Optifine. Ja. Boah, die ist ja richtig hardcore, oder? Habt ihr den Drachen geschafft, oder? Den Ratten sind zu klein, boah. Ich kann's nicht. Hä, wo ist denn hier das Ziel? Hä, Romatra? Nebo, du vertrubst meine Sicht. Ich bin schon bei deiner Map. Bei diesem Mushroom-Ding. Bei dem Mushroom-Ding? Das kann nicht nur das Loch sein. Ich sag dir, wie es ist. Sebo ist grad einfach so irgendwo hingesprungen. Mushroom-Ding, was für ein Mushroom-Ding? Da mit den Betten, oder was? Oder sind das Mushrooms? Ne, wo alles so rot-grün ist. Und unten ist alles so blau. Da ist wie so ein Wasserfall. Ey, Max, ich möchte mal anmerken. Du hast nicht in einem deiner Versuche es bis jetzt einmal in dem seinen Mund geschafft, ne? Ist das denn alles geschafft? Nein, nein. Dein ist das Level geschafft, oder? Nein. Da musst du nur noch durch seinen Mund fallen. Du weißt ja nicht, was alles in seinem Mund ist. Verarsch mich doch, oder? Das ist echt schwer mit dem Drachen. Ich würde sagen, das ist schwerer als das Poker-Ding. Was? Ja. Du musst danach, wenn du im Mund bist, nochmal, ähm, dich bewegen. Knechtiger, mächtiger! Ich weiß, wie das geht. Debo, du schaffst aber zumindest immer in den Mund, ne? Ja, ja, im Loch komm ich, also ins Loch komm ich. Das ist wichtig. Und dann hat er halt keine Ahnung, was er da machen soll. Hey, Max springt, er hat es geschafft in den Mund, das erste Mal. Wie viele Versuche? 33. Geil! Aber jetzt, wenn ich es einmal geschafft habe, bin ich danach krass. Hä? Verstehst du? Das ist meine Spezialfähigkeit. Das hier schaffe ich irgendwie nicht. Wo ist da der Fehler? Boah, das ist echt schwer. Da habe ich 50 Versuche gebraucht, bei der Map. Bei welcher? 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 Bei der, bei der Chef Schruppel gerade ist, das ist mit Betten und so, da habe ich 50 Versuche gebraucht. Mit Betten? Ja, das, was du gesagt hast, was so schlecht scheiße ist. Ach, das ist die Tresorkarte mit den Geldscheinen. Ach, das sind Geldscheine. Sieht aus die Minecraft-Betten, deswegen war ich... Hey, was? Greht die Karte nicht schlecht, hey, wir reden über das falsche Level rum. Scheiße, wollen wir die erstmal, wollen wir die erstmal, äh, Sebo, wollen wir die erstmal später weitermachen? Du willst sie jetzt schon skippen? Alter, das ist ja... Du kippst nach, nach nichtmals 40 Versuchen willst du eine Map skippen? Nein, nicht skippen, später weitermachen. Ich vergesse eh... Echt jetzt? Ist das einfacher? Sebo, ich sehe nichts. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie einfach war das Level denn eigentlich? Ah, ha, ha. Ich habe es hier unnötig schwer gemacht. Ich kelle bei El, Mel bei El. Ich kann nicht so weit springen, ich komme nicht weit. Ja, ich auch. So von 20 springen geht einer rein. Ich kann nicht weiter nach vorne. Hä? Jetzt springt Sebo wieder in mich rein. Ja, ich... Also, du musst mir denken halt, Romatra und Chef Strobel haben die Karte schon geschafft, ne? Ja, ja, die sind auch... Die schummeln auch und haben externe Programme im Hintergrund am Laufen. Ich hab keinen Scheiß Optifine, du Krass. Ich will jetzt 10 Subgriffs von Max. Ich glaube, dass Chef Strobel die Map echt geschafft hat, weil der es auch geschafft hat, immer in den Mund zu springen. Ja. Du musst bei der... Du musst wirklich einfach nur straight up geradeaus fliegen bei der Map. Also, ich gebe dir jetzt einen Tipp, Max. Ich gebe dir jetzt einen Tipp, Max, okay? Hörst du mir zu? Nee, hab der nicht. Er will... Er will... Ich wollte ihm echten Tipp geben. Ich wollte ihm echten Tipp geben. Ja, ja, lass ihn, lass ihn, lass ihn. Aber das ist der Tipp. Ich soll ins Wasser springen vielleicht? Ist das der Tipp? Nein. Du gehst bis zum... Kurz vorm Rand, springst dann ab und hältst nur W und A, dass du ein bisschen seitlich reinkommst und dann kommst du immer in den Mund rein. Du musst W gedrückt halten, sonst schaffst du es nicht bis zum Mund. Du musst W gedrückt halten. Ich drück auch nur W. Ich sprinte sogar nur in der Luft und drück W. Und wenn du zu wenig Schwung hast, dann mach einen Doppelsprung. Du springst kurz, bevor du an der Kante bist und springst an der Kante nochmal ab. Dann hast du ein bisschen mehr Schwung. Fertig. They don't really care about us. Jetzt bist du zu weit nach vorne sogar, Max. Du hast so viel Schwung. Ja, siehst du, Max, Lars hat die ganze Zeit nicht weh gedrückt. Ich hab wahre Doppelsprung. Er ist, er ist, also, er ist. Ah, ja. Ach, dich hört ja immer verarscht von einem Regenbogen. Mann, lass dich nicht verarschen. Mann. Der Kerl, der Kerl, der Kerl, der Kerl, der Kerl, der Kerl. Oh, ja. Oh, 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 oh. Ich fahr durch. Nicht so viel Sim, nicht so viel Winseln. Mach die Karte dich schon leicht aggressiv, Max. Nein. Nein? Nein? Nein. Das ist fast. Das ist ein Ast. Junge, ich bin hier durchfliegen. Mit Optifine. Ob ihr jetzt euer Field of View of 30 habt oder ihr Optifine mal habt, ist genau dasselbe. Nein, es ist ein Unterschied. Nein, es ist das Gleiche. Es ist nicht das Gleiche. Was genau? Nein. Oh, die Map kenne ich. Die haben wir mal gemacht. Dann habe ich 10 Sub-Refs gewonnen. Oh, yeah. Oh, Max, weiter. Go, go, go. Nicht aufgeben. Ich würde sagen, wir pausieren die einmal und machen die dann später. Komm, zieh durch. Ich wäre so gern Golemite aus Clash Royale. Fuck. Oh, ich bin bei der Wassermap. I'm dead. Ja, finde ich eigentlich auch eine gute Idee. Hier ein Zuschauer schreibt das nächste Mal, wenn wir das nochmal machen. Alter, Max, du hast es fast geschafft. Du warst richtig gut. Ey, du sollst dir noch Trash-Talken und nicht aufmuntern. Ey, er hat es fast geschafft, Junge. Da kann ich nichts Trash-Talken. Das war gut. Das ist Trash-Talken. Guck mal, er kommt rein, aber er dreht sich immer in die Blöcke rein. Ich weiß nicht, warum. Oh, Mann. Weil mich irgendein dummer Idiot die ganze Zeit super voll labert im Discord. Deswegen ist es, glaube ich. Das zieht ja mal in Ruhe. Ich fände es aber geil, wenn wir das, wie der Zuschauer sagt, beim nächsten Mal mit so Pulsuhren machen. Ich würde es halt ganz leise, wenn wir es nächstes Mal ohne Schiff Strobel machen. Fress mal Eier weniger. Und nächstes Mal machen wir dann auch mit schweren Maps, oder? Ja. Weil ich habe das Gefühl, die sind viel zu einfach. So. Ich bin ja mit Geschäftsführer und Anteilseigner vom Server. Und ich finde, wir löschen die Map. Sorry, wer die gebaut hat. Der fliegt erstens aus dem Team, so. Und zweitens nehmen wir die nicht mit rein, wenn der Server voll released. Die Jungle Map fuckt mich schon wieder mies ab, Alter. Aber ich weiß noch nicht, dass Wasser kommt. Die Jungle Map ist echt scheiße. Die Jungle Map ist wirklich, wirklich scheiße. Aber die ist eine einfache Karte. Wenn du einmal dir den Weg merkst, ist die eigentlich voll easy. Ja, ich habe den Weg aber nicht mehr. Aber du regst dich über das Wasser wieder auf, ne? Die fährt gerade nur ab, weil er ein schlechter Jungler ist. Oh yeah. Nein, ich fack mich nicht, aber ich schaff's nicht mehr zum Wasser. Oh, was ist das hier? Wo bin ich? Du bist echt ein scheiß Jungler, Umbattrad. Da hat er mal recht. Das ist einfach falsch auch. Dein Jungler ist shit, Digga. Du bist tausendmal besser als Articarry, als ein Jungler. Bro, Jungle bin ich auch locker dir an Niveau. Jetzt halt die Schnauze. Du bist Jungler, die Jungler. Du schaffst immer auf die Blöcke. Das ist total unfassbar. Ja, weil der nur ein Mist labert. Der sagt, er ist ein Diamond-Jungler. Springst in das Loch, fällt durch. Der war 2013 einmal Gold als Jungler und labert jetzt irgendwas, dass er ein Diamond-Jungler ist. So ein Scheiß. Ich sag, wenn ich will, dann jungle ich mich auf Diamond hoch. So. Nein, schon wieder. Das kann nicht sein. Ich weiß nicht, wo ich hin muss, wenn ich im Loch bin. Hey, da unten ist doch das Wasser. Du drehst dich immer in die Blöcke rein. Warum? Weil ich dumm bin wahrscheinlich. Wahrscheinlich, weil ich dumm bin. Du drehst dich. Du kommst in dieses Loch und drehst dich. Mann, mach keine Pause jetzt, Sebo. Das waren nur die Schwächlinge. Ja, Schwächlinge machen Pause. Sebo, bist du ein Schwächlinge? Sebo, Schwächlingscheck. Ich kann's nicht. Schwächlinge hören bei Clash of Clans auf. Schwächlinge hören bei CA auf. Aber ich auch. Das machst du doch mit Absicht. Ehrlich jetzt. Jedes Mal, wenn du in das Loch kommst, denkst du an, dich zu drehen. Hier hat einer in den Chat reingeschrieben. Die Challenge geht so lange, bis ich's geschafft habe. Und ohne Schlafen. Das ist falsch, Permabann. Max ist so tiltet. Ja. Gib mir die Hand. Ich baue dir ein Pass aus Hand. Irgendwie. Ich hab's ja nicht passendweißiger Musik hier an bei mir. Ja. Ey, Digga, hä? Jo, kannst du mir deine Playlist senden? Können wir die irgendwie sinken? Ja, lass ich euch irgendwie 80er über Turbo hinten Parade anhören. Ich hab schon 109 Versuche. Auf welcher Map? Ne Drache. Ach du Scheiße. 100 Versuche! Und Romatra hat die in 33 geschafft. Ich bin bei 100 jetzt. Ich hab die auch früher geschafft. Hä? Hä? Wo muss ich hier hin? Häääääh! Man muss echt mal da wenig aufhören zu drücken. Leider keine Ahnung, wo ich hin muss. Digga, das ist schon, dass das nervt, oder? Oder? Macht dich das langsam aggressiv? Ich muss über mich selber lachen. Ich bin dabei erwischt, aggressiv zu werden, ja. Dumm. Ach, das sind echt mehrere. Oh. Ach du Scheiße. To you. Ich versuch mich vorher jetzt schon zu drehen. Ich hab nen Plan. Ich brauch nen Tipp. Ich brauch nen Tipp. Nein! Ich weiß nicht, wo ich hinspringen soll. Bro, du hast x Programme im Hintergrund am Laufen. Was willst du da für nen Tipp? Ich will wissen, wo ich hinspringen soll. Die Ernst-X-Programme springen mir hinspringen. Ich brauch dir das gar nicht sagen, Romato. Du bist schon auf nem guten Weg. Ja, ich komm immer... Was soll ich denn machen, wenn ich in dieses Drecksloch gefallen bin? Die Hose sind scheiße. Also bei 100 Versuch kannst du auch mal was sagen, G-Time. Ich bin bei 100. Ja, du drehst dich immer in den Block rein. Was soll ich sagen? Dreh dich nicht in den Block rein. Ich komme nicht von da weg. Du bist... Du kommst in dieses Loch rein. So. Das Problem ist, ich kann da nichtmals was sehen, weil du drehst wie ein wildgewordener deine Cam. Ja, du musst das sehen, Chef Strobel. Geh in seine Perspektive. Wenn er im Loch ist, fängt er an, seinen Dings zu drehen da die ganze Zeit. Und du weißt überhaupt nicht, wo der hin will. Der Cam ist dumm. Ist manchmal dumm. Hast du das gesehen, Romatra, jetzt? Ja, ja, ja. Wow, ist ja super easy. Man erkennt das einfach nur nicht. Liegt daran, dass ich schlechte Augen habe. Nee, das liegt daran, weil das Wasser einen Millimeter hoch ist. Hä, wo bin ich? Jungen, mit Field of View 30 zu rennen, ist wirklich... Ja, ist... Wie mit Kopfschmerzen, ne? Da ist auch jeder Zuschauer sauer. Ihr denkt aber, dass jetzt diese 1x1-Löcher schon nervig sind, ne? Es gibt sogar die Möglichkeit, dass du da noch Falltüren reinmachst. Und da musst du im 1x1-Loch dich hin und her bewegen, damit du nicht auf die Falltüren Willst du Spieler halten oder alle vergraulen? Ich check gar nicht, wo ich draufklatsche, Digga. Ich sagte, es wird später Sweater geben. Die machen die Karte im ersten Sprung. Oh, passt. Ey, ich möchte, dass du die schwerste Map programmierst, die es gibt. Und dann machen wir ein großes Community-Event. Jeder Zuschauer darf mitmachen. Und wer es schafft, kriegt 1.000 Euro. Max, wenn wir das machen, dann wird der Server aber niemals fertig. Weil wir die ganze Zeit Events am Programmieren sind. Ja, ja, aber das ist das Geile auch. Ey, kennt ihr die Leute, die, wenn sie Ne sagen wollen, N-H schreiben? Ne? Die Leute sind so vom... Die größten Vollidioten, die es gibt. Oh, danke, Sebo, danke. Du bist schon schlecht. Oder wir lassen die Leute nacheinander durchspringen. Sie können es selber üben und springen nacheinander durch. Und jeder, der es nicht schafft, erhöht sich der Jackpot und 1 Euro. Hä? Du willst eine Map machen, wo alle, die versuchen dürfen, wer es nicht schafft, dann jedes Mal, wenn einer fällt, geht das 1 Euro höher. Und für den, der gewinnt... Nein, nein, nur on-stream. Die können es so üben und on-stream können sie dann... Hat einfach jeder nur einen Versuch on-stream. Verstehst du das? Boah, ich habe auch eine geile Idee. Das würde ich geil finden. Okay, ich sage mal die Idee. Und dann haben so 3.500 Leute es nicht geschafft und dann schafft jetzt einer und kriegt 3.500 Euro. Ich sage ganz ehrlich, ich fände es geil, wenn wir erstmal deine Custom-Lobbys fertig machen und unseren Server an den Start bringen. Ja, aber das ist ja easy. Das ist ja wie hier. Wir holen jetzt einfach nach und nach einen Zuschauer immer rein. Das schafft man doch. Da muss auch nichts programmieren. Ja, also das hier ist kein Problem, aber das große Problem an der ganzen Sache ist, du musst den Zuschauern dann wieder die IP geben. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Was ist das für eine Scheiß-Map mit den Scheiß-Glühwürmchen, Alter? Alles, was du in der Map siehst, findest du immer direkt scheiße. Egal ob Wasser oder Glühwürmchen oder Pokerchips oder Autos. Alles, was auf der Map ist, findest du automatisch scheiße. Ja, du wirst es merken, Alter. Warum diese Glühwürmchen unglaublich hässlich sind. Ja, das mit einem Loch ist schon fies, sonst sag ich dir, wie es ist. Seid ihr immer noch an der Feuer-Map? Ja. Ja, die sind immer noch. Das find ich so geil, Alter. Hä? G-Time, was mach ich falsch? Ich geh ins Wasser und bleib im Wasser und auf einmal respawn ich. Was ist das für ein Fehler? Wie, ich geh ins Wasser und bleib im Wasser und auf einmal respawn ich? Du kriegst viel Fallschaden im Wasser. Oh, ich glaub, das ist bei der Wasser- Bist du bei der Dschungel-Map? Nee, bei der Wasser-Wahn. Ach, das Problem ist wahrscheinlich, dass ich einfach nur in die Wand reinlaufe und ich lass mich nicht runtertreiben, ne? Ja, du darfst nicht durchs Wasser durchfallen. Okay, dann. Ey, hast du nicht durchfallen? Nee, du musst das Wasser zum Abtreiben nutzen. Oh. Du musst runter damit. Du darfst keinen Fallschaden kassieren. Ja, ich glaube, dass ich durch die Wand durchlaufe gegen die Wand, weißt du? Das ist, glaub ich, für ein Fehler. Geht das auch, G-Time? Warte, ich guck mal. Ich hab keine Ahnung, wo du gerade dran bist, Fächer. Hört auf, mit G-Time zu reden. Hört auf, mit G-Time. Ja? Streich die Beine, streich die Beine. Du hast doch gesagt, ich darf Tipps geben. Ja, aber du musst jetzt mir einen Tipp geben. Ich bin bei 150 Versuchen. Ich weiß nicht, ey, du hättest die Map schon bestimmt achtmal schaffen können, aber jedes Mal im Loch drehst du dich in den Block rein. Was soll ich da stattdessen machen? Ja, du musst dich vom Block wegdrehen, nicht in den rein. Wie soll ich dir das erklären? Romatra hat die Map auch gemacht. Du darfst halt einfach nicht in den Block reinfallen. In den Block reinfallen? Aber ich schaff's doch überhaupt nicht ansatzweit. Ich bin, wenn ich auf dem Boden aufpralle, zehn Felder vom Wasser entfernt. Ja, ja, du musst dann... Das musst du doch sehen. Du musst im richtigen Moment anfangen, nach vorne zu gehen. Nach vorne oder wieder nach hinten zurück? Ja, da, wo das Wasser ist. Du darfst, also je nachdem, wie du jetzt drehst, ne? Guck mal, du siehst das ja. Du musst nach vorne, wenn du so reinfällst ins Loch. Wenn du aber die Kamera drehst, dann musst du zurückfallen quasi. Hey, alle, die hier im Chat lachen, leckt mich. Es ist schwerer, als es aussieht. Frag doch, frag doch, wer macht sonst andere Challenges? Frag doch, äh, Micky oder Willi oder Eli oder so. Die würden das auch nicht packen. Never. Einfach runter beim Wasserfall. Also, wenn manche in Map's los kann, ja wirklich so gerade... Guck mal, du hast echt... Ich schraff es nicht. Ich schraff es nicht, Max. Ich schraff es nicht. Was machst du? Lass die nächste Map nehmen. Ich sag's dir, wie die ist. Die ist... Sonst bin ich gleich auch mega sauer. Da wirst du schon aggressiv beim Zug rufen. Du sagst mir nicht, was ich im Loch machen soll. Ey, du musst einfach die Taste nach vorne drücken danach. Ist es cheaten mit dem... Ich bin so aggressiv, ich hab so ein Klo im Hals. Ich komm nicht mal ins Loch. Nicht mal durch. Einmal hab ich's geschafft. Nach 50 Versuchen. Es ist wirklich nicht so schwer. Oh, du hältst dich Fresse. Wirklich. Ja, ja, ich... Redeverbot für Gumatra. Und Chef Strobel gleich auch direkt hinterher. Chef Strobel hat's doch auch geschafft. Weil der dumm ist. Okay? Nee. Okay, jetzt hab ich dich, Max. Jetzt wirst du, wirst du daran ver... Ich hab's geschafft, Bas. Ein Millimeter. Nee, ein Millimeter war das. Max, ich höre das richtige Lied für dich, okay? Na, wie heißt das Lied? Ich will dir kurz hier anfangen, dann musst du's mir sagen gleich, okay? So, ich schau jetzt Max ein bisschen zu. Ich sage, Chef Strobel hört jetzt übertriebenen, völlig overhypeten, overrateden, overuseden 80-Song. Ich fänd's geil, wenn wir ne Wette machen. Sollen wir ne Wette machen? Schafft Max diese Map in untertausend? Living in a lonely world. He took a little train. Going anywhere. Max, kannst du mal was sagen jetzt? Ich hab gesagt, ich mach ne Bruchchallenge mit schweren Minecraft-Maps. Und nicht, dass Chef Strobel so ne Scheiße noch macht im Hintergrund. Wie heißt denn das Lied? Wie soll ich das zwölf Stunden durchhalten? Wie heißt denn das Lied? Don't stop believing, heißt es Max. Max, ich seh nix. Hör auf, warte doch immer einfach einen Moment. Jetzt warte ich, komm. Oh, komm schon, oder? Ja, jetzt hab ich's gleich. Oh, jetzt krieg ich grad Gefühle für die Map. Ich hab sie dann alle wieder verloren. Wer ist das? Ist das Diablo? Oder wer ist das eigentlich? Ja, danke G-Time. Ich schwöre, ich bin durch. Wo muss ich denn hier hin? Ich bin gleich bei 200 Tode und G-Time gibt keinen Tipp. 200 Tode, keinen Tipp. Okay. Discord-Übertragung ist schrecklich. Wie kann ich spektaten bei Max? G-Time, wie geht das? Äh, äh. Hä? G-Time? Der ist grad kacken. Ach nee, oder? Doch, der hat gesagt, der ist eben gut kacken. Der muss fett scheißen, hat der gesagt, und ist gegangen. Ist halt ne halbe Stunde schon weg. Ist das das Wasser? Es ist eigentlich wirklich simpel. Etwas links durch das Loch und dann gerade auch. Einfach nur weh halten. Mehr nicht. Bullshit. Alles, was du gerade gesagt hast, war falsch. Ne, ich komm halt auch dahin. Alles dahinter ist halt richtig. Ich weiß doch nicht mal, wo ich falsch bin. Bin ich, war ich grad zu weit vorne, zu weit hinten? Jetzt war ich zu weit hinten, aber eben wusste ich gar nicht. Ich weiß gar nicht. Das Ding ist halt, ich weiß doch nicht, was ich falsch mache. Guck mal. Ja, ja, ich seh das ja auch bei mir. Ich mach genau die gleichen Fehler wie du. Ich, Digga, jetzt leunig. Ich hüpfe in meinem Stuhl so, dass ich mal noch so ein klein Ding nach vorne mache. Ah, 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 fuck. So, ich bin wieder da. Ah, ich bin jetzt, ich seh jetzt, was Max sieht. Und, oh, das glaube ich nicht. Alter! Ich hab gerade eben reingeschaut. Was? Alter Max, du hast ne Extrem-Map geschafft. Die war nicht extrem. Doch. Ja, hat's geschafft. Du hast ne Extrem-Map geschafft. Na gut, das wird jetzt. Was sagst du dazu, Max? Oh mein fucking Gott. Das ist ne Extrem-Map gewesen. Ich hab einfach gesagt, die sollen die als Medium reinschreiben. Du hast sie geschafft. Bullshit. Bullshit. Doch. Das ist ne Extrem-Map. Jetzt kommt Jet Fight. Simple. Er hat's einfach geschafft. Ich glaub's nicht. Das ist keine Extrem-Map. Doch. Oh Gott. Romatra, was hab ich dir vorhin geschrieben? Er hat mir geschrieben, das ist ne Extrem-Map. Okay. Bis jetzt. Deswegen schaff ich die nicht. Selbst Max hat's jetzt geschafft. Das ist Re-Talk ne Extrem-Map. Das ist kein Witz. Ist geschittet. Soll ich auf den Bauserver gehen und zeigen, welchen Schwierigkeitsgrad die dort hat? Du hast, ich bin da, ich hab extra ne Glatzen-Challenge gemacht. Und wenn nur eine Mittel-Map ein Ticken zu schwer ist, raste ich komplett aus und du tust eine Extrem-Map rein. Ja, das ist doch langweilig, wenn alles zu einfach ist. Du brauchst doch ne Herausforderung. Ich werd das so doll meiner Freundin sagen. Guck mal, du hast die doch jetzt geschafft. Sebo, hast du die auch schon geschafft? Sebo hat sie nicht geschafft, weil der das nicht kann. Weil die Scheiß-Map extrem ist. Aber jetzt muss er die ja schaffen, ne? Jetzt muss er sie schaffen. Warum muss ich die schaffen? Ach, Digga, was ist das denn für ne Scheiße? Komm, ey, die Map ist aber jetzt echt, also das ist ne einfache Map, also die kriegst ja wohl geschafft. Digga, du hast grad so ne ultraschwere Karte geschafft und regst dich bei so ner Witz-Map auf. Ja, komm, na, Ficke Eier lecken. Ficke Eier lecken? Boah, ich seh das Wasser immer, aber dann flutsch ich da gegen den Stein. Oh, das ist krass, ich kann jetzt richtig Vorsprung machen, weil Sebo die ganze Zeit da verkackt jetzt. Ne, ich skipp die gleich einfach. Ich muss die ja nicht schaffen. Du musst die schaffen. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Oh, so mit unsichtbarem Glas, das hasse ich ja, mit so Effekten. Ja, warum macht ihr so viele Effekte hier rein? Was ist denn das hier, ey? Wo ist das, was sind das für Effekte? Cheat Time. Ich würd's mal andere Drop-Effekte anmachen. So jedes Mal, wenn du irgendwie gegen Dirt so, ha. So, das stöhnt von dem Villager. Das wär echt geil, du würdest echt so ausreißen. Das wär, wenn wir so, könnt ihr das einfügen, Cheat Time? It's my life, it's now or never. Jetzt haben wir aber schnell die Tode ein, ne? Wie geht's, Max? Sehr, 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 sehr gut. Gut. Du angefangen hast zu singen. Welchen Game-Mode muss ich machen, um mal zu spielen, Cheat Time? Meine Fresse, meine Fresse. Die Map macht mich aggressiver als die Drachen-Map. Adventure? Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab immer, wenn ich Fußball spiele, ganz komische Muskelkater in meinem Körper. Immer, ähm, Bauchmuskelkater vom Fußballspielen. Hals. Ähm. Was ist denn das für eine Kack-Map? Ist doch gut dabei, Max, wirklich. Ich seh, ich seh, also ich, äh, seh dich das Ding heute Abend hier noch machen. Ich glaub, auch, das schaffst du. Weil ich gut bin, ne? Mhm. Das ist kein Witz. Du hast gerade eine Extremkarte gemacht. Du hast die schwierigste Karte von allen geschafft. Oh, hör auf, den aufzubauen. Der soll brechen. Wird der nicht. Wie gesagt, die schwierigste Karte hat er geschafft. Es gibt nur noch eine Karte, wo ich sag, die ist ein Brecher. Wann hättest du mir das gesagt, dass das eine Extreme-Map ist? 21 Uhr? 22 Uhr? Bestimmt. Ja, ich hab ihm, ich hab ihm geschrieben. Das ist nur eine Stage? Bro! Bro! What are you doing? What are you doing? Wer macht denn ein, wer macht denn da noch eine Stage dran? Ja, das soll ja nicht zu einfach sein. Das ist defused, bro! Ich hab den Drachen geskippt, kein Bock mehr drauf. Oh, so? Das ist geil, das verleiht mir Kraft. Warum? Ich weiß nicht, wo ich hin soll, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich check's nicht, ich check's nicht. Was? Okay, sorry. Ich hab ihn... Was? Was ist das, ein Flugzeug? Yo, what the fuck? Geh ich nicht. Alles aus. Wir wollten sie ja eventuell mal dazuholen. Die hat Twitter-Nachrichten aus, Instagram-Nachrichten aus, die hat alles aus einfach. Man kann sie nicht kontaktieren, das ist ja richtig dumm. Wurde ich kurz einmal up-ranten. Schreibt die nicht so Schwurbler-Nachrichten und so'n Kram? Nee, der hat eine extreme Anweis-Sicht zu... Und ein Spezies. Boah, das ist auch, ey. Aber dann will ich nicht, dass du mich irgendwie da erwähnst in dem Zusammenhang. So, Rumatra, fünf Sub-Gifts an mich. Fünf Sub-Gifts an mich, Rumatra, du dummer Idiot. Warum denn, warum denn? Timer hat sich resettet. Der scheiß Timer hat sich resettet nach einer Stunde, weil du mir einen kleinen Drecks-Timer schickst, der nicht richtig funktioniert. Ja, Rumatra! Deswegen mach ich selber keinen Timer. Was war das? Wie sagt der sich jetzt resettet? Ja, deswegen hab ich keinen Bock auf... Ich stelle mir keinen verfickten Timer ein, weil der sich nach einer Stunde oder nach zwölf Stunden resettet. Dann gebe ich dir fünf Sub-Gifts, dass du mir einen Timer gibst, der sich nicht nach einer verfickten Stunde resettet. Du nimmst diese 20 Euro, schickst mir einen Link und der Timer resettet sich nach 60 Minuten. Wie viele Minuten waren auf der Uhr, als der sich resettet hat? Eine Stunde. Ganz genau eine Stunde, oder was? Oh, 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 oh! Ja, Mann! Ey, das ist die Map, die ich gemacht hab, ne? Hm. Hä, ist Sebo hier grade? Ja. Hä, wieso bist du hier? Weil ich mich, glaub ich, vertan hab. Hä, wo ist hier das Portal? Bin ich dumm? Hat Sebo auch schon die Drachen-Map geschafft? Nein, der hat die geskippt. Ne, 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 die skipp ich. Ist mir zu doof. Alle haben die geschafft und du skippst die. Ja, genau. Ja, der resettet sich nach einer Stunde. Ey, Sebo, Trimax hat die geschafft, Sebo. Und die Scheiß-Map hast du gebaut? Ja, aber ich möchte die halt nicht. Wer hat diese Drecks-Map gebaut? Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt anfangen Scheiße zu fressen, frisst du dann auch Scheiße? Ja, würde ich. Ah. Das war schon der Strobel-Frage, der hat ein Lied von singen. Achso. Ja. Okay, ich hab neun für dich, komm. Einfach nur kurz, einfach nur kurz ändern. Den Link auf den hier. Das geht auch über ne Stunde. War mein Fehler. Ich hab dir einen gesendet, wo nach einer Stunde resettet. Kann sein, dass der sich nach 24 Stunden resettet. Dann muss ich nochmal einen neuen rausnehmen. War das first try? Wow! Der musst du jetzt wieder so machen. So, aber der ist jetzt... Bei einer Stunde. Der ist aber bei einer Stunde, okay. Ich wär jetzt schon bei einer Stunde vier, aber dann ist es so. Macht dir die Map von mir Spaß? Wie hässlich ist der? Was hast du dir für einen hässlichen Timer geschickt? Wer soll ich dir einen schöneren senden? Ich fand den eigentlich ganz in Ordnung. Ich kann irgendwie nochmal umschauen und einen schöneren Timer senden. Nehmen wir. Nehmen wir. Leute, das hat mir Romatra geschickt. Also wirklich. Junge, beschwer dich nicht. Nee. Ich hab 20 Euro für einen Timer bezahlt und den bekommst. Ja. 20 Euro für einen Timer. Das ist eigentlich auch bodenlos, oder? Bro, ich wusste nicht, dass du das machst, Alter. Hä? Warte mal. Komm, ich such dir nochmal einen schöneren raus, okay? Guck. Hier, ich mach dir nochmal einen. Wie viel? Eine Stunde, wie viel soll's sein? Zwei Stages! T-Time, ich bring dich um. Du hast die Map gemacht. Du hast die ganz alleine gebaut. Ja, die hab ich ganz alleine gebaut. Das ist meine Map. Die ist geil, ne? Die müssen wir leider aus dem Sortiment nehmen. Nee, die wird sogar... Ich werd die noch erweitern. Mit noch mehr Stages, ne? Ja, das soll ne Karte sein. Die soll nachher irgendwie 60 Stages haben am besten. Neuer Link für dich, Max. Nein, ich hab jetzt den hässlichen. Ich kann nicht mehr einstellen. Ich hab keinen Bock. Also, du musst dumm sein, G-Time, um das zu bauen. Die hast du gebaut. Ja! Ja, ich bin auch dumm. Ich kann nicht bauen. Deswegen baue ich ja nur mit Würfeln und so. Oh! Oh! Scheiße, meine Chips sind... Was? Scheiße, meine Chips sind auf der Tortatur ausgekippt. Oh! Dann kennen wir. Okay, jetzt sind wir... Oh, auf G-Time-Smip, ja. Oh, fuck! Hä? Hallo? Hallo? Ruf mal jemand bitte den Notruf. But not for me! Wuuu! Boah, G-Times-Map ist so einfach. Hä? Boah, ist sie easy. Also, das ist wirklich so eine hässliche Map. Aber die ist einfach. Ich glaube, ich bin bei der Map mit den 10.000 Stages. Kann das sein? Ich hab grad so einen geilen Clip gefarmt. Ich hab... Bitte clipt das. Ich hab grad so einen geilen Clip gefarmt. Ich hab grad Karma des Grauens kassiert. Bitte, bitte, bitte. Klippt das jemand? Oh, G-Time, das ist fies. Wo geht es denn weiter? Wo geht es denn weiter? Ah, Max. Ich hol dich wieder ein. Ah, ja. Gut, aber man muss dazu sagen, Silvio, du hast ne Karte geskippt. Ja? Ich weiß nicht, wo lang ich soll. Ich weiß nicht, wo lang ich soll. Bitte helfen Sie mir. Du bist schon auf dem richtigen Weg. Nee, das... Ich... Ohne Scheiß. Er hat geleckt. Ich dreh mich um und... Es leckt nicht. Es leckt nicht. Es leckt nicht weiter. Die Hardware von deinem PC. Nee, es leckt ab und zu. Das stimmt. Was soll denn hier lecken? Das geht doch gar nicht. Das ist doch nur ne Map. Doch. Doch, manchmal leckt sie. Ich guck nach vorne und auf einmal guck ich wieder nach hinten. Was? Woran bin ich gestorben? Es leckt wirklich. Ich weiß nicht, woran ich gestorben bin. Guck. Haben wir alle gesagt. Siehst du, es ist immer so ein kurzer Sprung wieder nach vorne. Ja? Wo muss man denn bei diesem Level mit der amerikanischen Flagge? Boah, ich glaub, ich seh die Maps. Ich schau mir die Maps nicht so genau an. Was war das denn? Fällst immer auf die Kugel. Du musst genau da in die Mitte rein. Ah, wäre ein Trick. Oh! Du wurdest doppelt geportet. Das ist ein Bug, der kann auftreten. Ja, siehste, das hab ich die ganze Zeit. Ich krieg die Map nicht. Komm, Silbo. Das ist kein Bug, du skippst die Karten. Ein Doppelporter ist doch gut. Ja, das wäre mir auch einmal passiert. Das ist doch gut. Robelporter ist super. Dann kannst du dich einmal umschauen nochmal. Finde ich geil. Einen Karten-Umschauer hast du dann, hä? Beschwer dich doch nicht. Das ist doch geil. Du bist ein Level direkt weiter, oder nicht? Du überspringst eine Stage. Nein, nein, nein. Ach, Max labert so viel Scheiße, Mann. Der rafft gar nicht, was abgeht, ne? Oh, hallo, wir sind bei derselben Karte. Hallo, moin. Ähm. Wie sieht das jetzt aus? Muss ich dann trauen? Woran bin ich gestorben? Am Arsch da. In dem Moment, wo du gestorben bist, hat Silbo angefangen zu reden. Oh fuck, ich bin aus Versehen runtergefallen. Was ist denn das für eine Müllkarte? Ja, das ist eine Scheisskarte, Alter. Warum bin ich dumm? Karte. Warte mal, warte mal. Muss man da überhaupt durchspringen? Ja, muss man. Also dann geht's auf jeden Fall. Na? Doch. Also ich? Ich seh nichts, ich seh nichts, ich seh nichts, ich seh nichts. Oh mein Gott. Bullshit! Bullshit! Hast du schon geschafft. Wieso ist dann instant das Ding da? Warum ist instant die Scheiße da? Ja, musst du mal ein bisschen reagieren. Ich kann ja nichts dafür, dass du Reflexe wie ein 50-Jähriger hast. Bro, du bist 33! Ja, und ich hab bessere Reflexe als du. Ja, wunderbar. Du kennst die Map einfach nur. Du hast die Map gebaut! Ja, da kommt man nicht lang, da kommt man nicht lang, da kommt man nicht lang. Nein, du drehst dich wild hin und her, das ist das Problem bei dir nicht. Du drehst dich immer rum. Negativ. Ich check einmal gerade, ob deine Aussage stimmt. Falsch, stimmt nicht. Fress mal weniger Eier, Max jetzt. Du frisst keine Eier! Und letztlich hast du 15 Kilo abgenommen und hast keine Muskeln mehr. Du bist übertrieben der Lauch gewonnen, bei jedem Kontakt deinem Fußball umfällt. Frisst du mal mehr Eier! Du musst mal anfangen wieder Eier zu fressen, Alter! Schwalben, Stroh, Bell, Schwalben, Stroh, Bell, Schwalben, Stroh, Bell. Labert mir irgendwas, es soll weniger Eier essen, man. What the fuck? Ich werd mir morgens früh so ein 12-Eier-Omelett wieder reinhauen. Mir ist den ganzen Tag schlecht danach. Jeden Tag Eiweißvergiftung. Oh, muss man vielleicht da rein? Ja, ich hab's. Also, jetzt war ehrlich. Hoffentlich wirst du gleich auch geportet. Ich bin extra alles gemacht, wie ich's wollte, G-Time! Du reagierst zu langsam! Ja, Sebu fliegt auch vor mir, ich seh gar nichts. Man kann nicht schneller reagieren, ich bin instant am sprinten und am drehen. Ey, jetzt haben Romatra und Chef Strobl die Map geschafft, du kannst da reagieren. Aber ist der Ansatz richtig, musst du noch schneller sein. Jetzt reicht es. Du guckst jetzt bei mir. Nein, du guckst jetzt bei mir. Das leckt wie Pimmel. Ich guck die ganze Zeit bei Max, bei Max läuft alles ganz flüssig. Das ist deine 1080. Ich hab ne 4080, Chef. Uh, Chef Strobl. Die hab ich auch. Ja, weißt du, was ich hab? Nicht die Founders Edition, sondern schon so ne richtig schöne, verstehste? Auuuutsch! Der Strobl? So, die Founders Edition? Ja. Leck Eier Strobl. Ja, ja. Die Eier von Sebu musst du jetzt auch mal lecken dann. Boah. Aber die Fiebereier, die so richtig schön hängen. Hä, wo muss der denn beim dritten Teleport? Und wieder in die falsche Richtung gedreht. Ich schaff's auch nicht. Verstehst du denn auch den dritten Teleport nicht? Nein, ich hab's schon geschafft. Ich hab's schon geschafft. Max dreht sich jedes Mal in die entgegengesetzte Richtung. Aber wohin? Ich weiß, du musst immer irgendwie in die Mitte. Immer irgendwie in die Mitte halten. Ich find eure Stimmen alle nervig. Wenn du gleich bei der Kugel, wenn du bei der Kugel durch bist, na Max? Dann halt direkt W gedrückt nach vorne. Und nicht drehen gleich. So, jetzt einfach W gedrückt halten gleich. Wenn du drin bist. Jetzt! Du drehst schon wieder! Ich krieg zu viel! Was? Ich hab's dir gesagt. Ich hab gesagt, drück W. Du drehst dich wieder in die andere Richtung. Warum machst du das? Ich habe mich nicht gedreht. Ich habe mich nicht gedreht. Doch! Ich seh's die ganze Zeit. Du machst eine 180 Grad Drehung. Du spielst hier... Ist der bei der Dschungel-Map? Nein! Nein! Du spielst für Dropper und kein Fortnite. Hm. Ja, ich versteh grad nicht, wo ich hin muss. Jeff Drobe darf nicht geholfen werden. Chad und Gita haben nicht Jeff Drobe helfen. Jetzt lagerst du mich voll. Das gibt mir Power. Power! So, ich bin auf der zweiten Seite der Drop-Amps angekommen. Kann mir jemand ein Ding ziehen, bitte? Ich teste es jetzt selber. Vorhin Gita labert irgendwas, dass ich mich drehe. Ich drehe mich eben nicht. Ich teste es jetzt. Mach. Du wirst sehen, beim Map-Skip ist immer ein kurzer Leck da. Man wird so gesehen zurückgeportet. Er muss sich vorher drehen. So, funktioniert. Direkt durch. Kann ich mich vorher drehen? Siehst du, man wird immer einen Tick zurückgesetzt. Wenn die Map wechselt. Kann ich mich schon vorher drehen? Okay, du wirst aber wirklich falsch gespawnt. Kann das sein? Ja, ich auch. Ne, also lecken ist hier gar nichts, Sebo. Tut mir leid. Nein! Nein! Teleportiert. Immer zurück am Anfang. Ich habe alles richtig gemacht. Diesmal war es perfekt. Ich werde nicht zum Anfang teleportiert. Ich weiß nicht, was du genau meinst mit Anfang teleportieren. Aber die ist trotzdem möglich. Romatra hat sie ja auch geschafft. Ich habe sie ja auch geschafft. Wissen, ich schaffe es wegen dieser Sekunde nicht. Ich habe es instand getan. Ich weiß nicht, was du meinst, Sebo. Hier leckt nichts. Ich flieg hier flüssig durch. Ey, beantworte mir doch eine Frage. Wenn ich mich vor dem Portal drehe, werde ich dann andersrum gespawnt. Das ist meine Frage. Und keiner kann sie mir beantworten. Nein, wirst du nicht. Du wirst immer gleich gespawnt. Du wirst immer gleich gespawnt. Ja, aber dann stimmt doch da was nicht. Ja, da stimmt was nicht. Werden wir falschrum gespawnt, G-Time? Ja, sag es. Gib es zu. Ja, wirst du. Ja. Aber du kannst sie trotzdem schaffen. Du musst dann einfach um die Kurve fliegen dort. Ey, ich brauch kurz eine Hilfe. Nein, nein, keine Hilfe. Leck mich, Digga. Ich schaffe das Level die ganze Zeit, aber ich weiß nicht, wo ich hin muss beim letzten. Digga, es leckt hier nichts. Ich habe jetzt bestimmt schon 20 Trice durch die Portale gemacht. Da ist nichts am lecken. Einfach wieder außen rum. Was ist mein Fehler? Ich komme nicht so weit. Ich muss mich direkt drehen. Ich komme da sonst nicht hin. Ich komme da sonst nicht hin. Ich muss mich insta drehen. Und wenn ich mich insta drehe, komme ich bei dem ersten Hindernis nicht dran vorbei. Wer hat diese scheiß Map gebaut? Ich schwöre. Ich habe die gebaut. Ja. Ja, aber wenn du dich schnell genug drehst und nach vorne gehst, kannst du das schaffen. Easy. Ja, kannst du easy schaffen. Easy machbar, Max. Easy machbar. Ich muss mich insta beim Anfang drücken. Drück S. Kann man rückwärts sprinten in Minecraft? Kannst du auch, aber du bist rückwärts, glaube ich, langsamer als vorwärts. Ich kann es aber mal testen, wenn du einfach S gedrückst hättest. Insta drehen? Okay, ich habe es gefunden. Und dann musst du W eigentlich gedrückt halten. Aber ich teste mal, ob das mit S funktioniert. Aber zwischen den Stages habe ich keinen Leck. Gar nichts. Die labern nur. Ey, jetzt bin ich richtig gespawnt. Was? Warte mal. Einfach nur ein stumpfer Schlag auf dem Tisch. Fand ich geil. Von wem? Von mir. Ich habe S gedrückt. Ich habe S gedrückt. Ich habe S gedrückt. Ich spiele das nicht weiter, ehe wir das jetzt nicht überprüfen. Bitte einmal überprüfen lassen vom gesamten Team. Über was denn? Ich bin jetzt richtig rünne. Also ich bin richtig reingespawnt. Wenn du, kurz bevor du in das Portal gehst, ne? Ja. Bei der Kugel. Geh mal mit S rein, dann müsstest du in die richtige Richtung spawnen. Geh mal mit S rein? Was? Ja, rückwärts reinfliegen in das Portal bei der Kugel. Quasi. Kurz bevor du reinfliegst, drückst du S, dass du rückwärts reinfliegst in das Portal. Also das ist doch ein Einfluss, wie man rein geht ins Portal. Ich teste das jetzt mal. Ach komm. Wäre halt schon nice, wenn wir vorher die Regeln uns beigebracht werden, ne? Ja, ist echt so. Ja, Digga, ey, wenn... Ey, ganz ehrlich, Jungs. Ich sag das so, wie es ist. Da müsst ihr zur Not demnächst selbst diese Server aufsetzen. Weil das ist übelst der Aufwand, das aufzubauen. Und wenn ihr dann rumjammert, weil es einen Bug gibt, dann tut's mir leid. Weil's auch so schwer ist. Ja. Es ist ja auch schwer. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab S gedrückt, es ist nichts passiert. Soll ich mich vorher drehen beim Portal? Soll ich mich vorher drehen? Ey, wenn Romatra richtig rumgespawnt ist, ne? Nein, bin ich nicht. Bin ich nicht. Ich bin die ganze Zeit verkehrt rumgespawnt. Haben die Leute alle in meinen Chat geschrieben. Die haben alle gesagt, ey, du spawnst falsch rum. Ich hab mich einfach einmal gedreht und bin weitergeflogen. So, warte. Ich teste es jetzt. Es ist wirklich nicht so verkopft, wie ihr macht, dass es verkopft ist. Ne, ich spawn die ganze Zeit richtig rum. Wie viel Stasis hat das Level denn, Digga? S gedrückt. Ich spawn richtig rum. Habt ihr zu viel Eichelkäse auf dem Brot? Eichenkäse? Eichenkäse? Eichenkäse. Okay, Chef Strobel ist hier bei der Karte. Was ist das für eine Karte, Digga? Wäre das denn crazy? Die ist ja gestört, Junge. Also vor dem Portal brauchst du dich nicht drehen nochmal. Hä? Doch, muss man. Du hast doch geschafft. Ich hab's geschafft. Man muss sich drehen. Sebo, du musst dich drehen. Dreh dich, Sebo. Du musst dich vor dem Portal drehen. Wie ich gesagt habe, die Frage, die ich vor 20 Minuten gestellt habe, ob es einen Einfluss hat, wie rum du ins Portal springst, wie du spawnst, die mit Nein beantwortet wurde, ist ein übertriebenes Jahr. So Leute, jetzt macht ein Clip bei mir, dass ich die ganze Zeit richtig rumgespawnt bin. Du hast gesagt S drücken. Ja. Und dann bin ich plötzlich vorne, also richtig rumgespawnt immer. Beim 69. Versuch. Dreh dich, Sebo. Dann ist free. Dann ist free. Tüten. Ja? Muss ich jetzt zwölf apporten, oder was? Ja. Ey, wenn ich Max schaffe, ne, dann dreht's mich. Max, dir geht's zur Map, dann musst du dich zwölf apporten. Nehmen wir raus. Nehmen wir direkt raus. Hä? Romantische Scheuche, oder ist das Tiddlesticks? Ich hab's auch. Hat's Incent geklappt, ne? Ja. Ja, ich hab die beim zweiten Versuch geschafft, glaub ich. Dem, wo du zwölf apportest. Ja, okay. Tut mir her, dass du so krass bist. Weck mal Eier. Boah, Mann, die hat mich sauer gemacht jetzt. Jaja, weil das so ein kleiner Hinweis war. Der dann aber eigentlich sehr einfach ist. Und jetzt haben wir hier Halloween. Ich bin gut, ich bin gut. Wo muss ich hin? Geschafft, instant. Hä? Bitte Fresse halten kurz, Max. Die ist einfach, die Map. Sei ehrlich, Sebo. Ja, die ist echt. Die ist wirklich einfach. Ja, und Max hat's schon geschafft, fünfmal zu sterben. Ja, okay. That is bad. Hä? Ich kann's nicht. Ich bin einfach schlecht. Was soll ich euch sagen? Ich schaff's nicht. Ist das das Finale, oder? Ist das das Finale? G-Time? Ihr seid so krank. Du drehst dich aber auch so ganz weird in die Löcher rein. Ich hab noch nie einen gesehen, der so wie Dropper spielt. Noch nie. Ich hab auch nie einen gesehen, der so ein Level gemacht hat. Was ist das? Scarecrow's Medium. Hä? 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 Ne? Boah. Die Map haben wir damals gespielt. Ganz damals. Das ist das krankeste Level mit Abstand. Das ist mit Abstand... Ich schwitze. Ne, ist es nicht. Ich schwör, diese zwölf Level, die sind alle... Jedes einzelne dieser zwölf Level ist einfach. Weißt du was ich meine? Da ist ja kein schweres dabei. Die Map ist einfach nur als Medium, weil das so viele Karten sind. Fuck, fuck, fuck. Ich hab First Try geschafft. Aber du hast den Dropper-Mode nicht aktiviert. Ja. Tja. Aua. Seht dann wohl nicht. Pech. Ach, die Map ist das. Ja, jetzt schaff ich's nicht mehr. Manno. Haha. Also wirklich, das ist mit Abstand die Gummnisse. Bei dem letzten wusste ich nicht, wo ich hin muss G-Time. Mit dem roten Ding da. Direkt nochmal geschafft. Hier ist zum Beispiel Optifine einfach A-Schlitze. Ich schreibe trotzdem Null auf für mich, weil ich so krass war. Halt mal dein Maul jetzt. Fuck! Also meine Chips sind echt giganervig, ne? Jetzt ist es das nächste. Das weiß ich nicht, wie das geht. Ich aktivier auch nie den Dropper-Modus, ne? Was ist los? Ich vergesse das auch jedes Mal. Ich muss jetzt nochmal... Weißt du wo du hin musst? Sebo, ich springe hinterher. Ist das smart? Nochmal? Na, ist nicht smart. Die sind so random schwierig und nicht schwierig. Irgendwie in der Reihenfolge. Ja, ich hab den Gommemode aktiviert. Die sind auch nicht... Also die sind nicht sortiert nach Schwierigkeitsgraden in der Reihenfolge, ne? Okay, okay. Also das steht, wenn du in der Auswahl gehst, dann steht das immer dabei, was die Karte ist. Ich hab keinen Plan, wo ich hin soll, ne? Hallo? Ja. What? Was ist das Level mit dem Raumschiff? G-Time, G-Time. Du musst immer ein Auge auf mich und Sebo haben, ne? Wenn du siehst, wir haben keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich weiß wohin. Einfach achtmal den Tod, dann ist das natürlich schlecht. Nö, ich sag gar nichts mehr. Warum? Ja, weil du gerade eben unnötig rumgeflamed hast wegen der einen Karte, obwohl die voll einfach war. Welche Karte? Ja, hier mit der Geometrik-Dash-Karte. Deine Map? Ja. Du hast du jetzt rumgeflamed, weil du da immer... Ich würd's jetzt schnell wieder machen. Ich könnt's jetzt relativ schnell wieder schaffen. Aber wär halt nice, wenn man uns die Regeln kommuniziert. Wie... Was für Regeln? Du musst einfach, dass sie ins Wasser überhaupt springen. Das ist die Regeln. Stummer Max. Ne, ne. Wenn du ins Portal rückwärts reinkommst, spawnst du. Boah, Romata, wie hast du das Level mit diesen Raumschiffen gemacht bei Star Wars? Guck mal, Chef Strobel ist seit anderthalb Stunden eine Map nach der anderen alleine am machen. Der hat mich nur einmal an einen Tipp gefragt. Hä? Du hast schon 30 Tipps von mir und wenn Chef Strobel einmal fragt, sagst du nein, der darf keine Tipps kriegen. Chef Strobel darf keine Tipps kriegen. Siehst du? Hä? Ich weiß ja nicht, welches Level du meinst, Chef Strobel. Äh, da ist in der Mitte, das sind diese ganzen, äh, Fighter von Star Wars und ganz unten ist dann das, äh, Wasserlaufen. Wer meint die Raumschiff-Map, wo ihr letztes Mal auch dran wart. Die, die Sebo auch hast. Ah, die, wo wir, da wo, wo du in das Raumschiff fliegst, wo so ein Einmaleins-Loch drin ist am Ende. Ah, ja, das ist, das ist verkopft, das ist eine verkopfte Map. Das ist schwer. Aber ist das richtig so, wie ich es mache? Was weiß ich denn? Oh, die, die Map hier ist so einfach bestimmt, aber, ich find den Weg, ich find den richtigen Weg nicht. Entweder hinten rechts oder hinten links muss ja. Ja, ne? Früher drehen, sagen die Leute. Ab wann dreht man sich dann? Ah, Max, du hast es fast. Seitlich, genau. So, und dann da durch das Loch, siehste? Du bist schon dran vorbei. Du springst wieder vorne und hinten. Kannst du aber auch schaffen in der Theorie. Der Eiffelturm ist was? Der Eiffelturm ist was? Flierigkeits-Grad-Ansage vom Eiffelturm. Siehst du doch im Menü. Medium. Du siehst das doch. Du kannst ja im Menü öffnen, dann siehst du was da drü- also was da steht. Ja, da steht es doch immer bei der Map. Sorry dann. Ohhhh. Sorry, Jackie D'Amo. Sorry, Jackie D'Amo. Vier Beast bin ich jetzt. Woah, jetzt fast. Ich geh gleich so was von zaubern, dann glaubst du gar nicht. Was? So sauer, ey. Bin sauer. Dann bau dir doch mal ne Mauer. Oh nein, hör auf. Du Biobauer. Ey Leute, wir haben gestern nach dem Spiel irgendein Sprichwort. Waren wir uns nicht eingefallen? Irgendein Sprichwort mit einem Reim. Und da sollte Chef Strubbel einmal in sein Leben reimen. Und dann hat er es nicht gecheckt und nicht gemacht. Das war der größte Bruch. Ich kannte das Sprichwort erst mal gar nicht. Ja, aber du solltest einmal... Das hat sich auch gar nicht gereimt, soweit ich weiß. Das war ein Sprichwort von euch irgendwie. Ja, ja. Das war schade. Das war einmal in deinem Leben haben wir deinen Reim gebraucht und dann kam er nicht. Und jetzt sagst du, du bist sauer wie ne Mauer. Weißt du? Mhm. Ich würde dir so gerne ins Maul hauen, Max. Hä? Ich dreh mich doch früh genug. Ach komm, ey. Aber ihr seid schon richtig gut vorangekommen, ne? Wer? Ja, ihr jetzt generell, oder? Ja, also ich find's krass, dass Max diese Feuer-Maps so schnell geschafft hat. 200 Versuche sonst. Echt? Das waren 200 Versuche, du Pisser. Ja, aber zeitlich, zeitlich. Aber ich sag ganz ehrlich, Props, dass er es geschafft hat. Ja, das stimmt. Ich hab's nicht geschafft. Oh, ja, das stimmt. Den Punkt hab ich auch noch. Fuck, das war ja kacke. Ich glaub, ihr müsst wirklich die schweren Maps demnächst mal reinnehmen. Ich will big in Japan sein. Du bist doch nicht mal big in Deutschland, Alter. Was willst du? Fresse. Oh, oh. Scheiße, 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 Scheiße. Oh, jetzt bin ich hier umhergefallen. Nein. Ja, endlich, ey. Boah. So, wo bin ich denn? Ich weiß nicht, wann ich sterbe. Seewer-Biest. Seewer-Biest. Wo noch diese, ja? Ah, hier. Man kann es nicht schaffen. Man kann es nicht schaffen. Bist du noch beim 12-Ding-Level? Nee, nee, nee. Bei wem? Ah, bei dem Raumschiff. Der schafft Max nicht, der schafft Max nicht. Ach, dieses Glas. Ach, das Glas! Ist da noch eine Stage oder ist dann Schluss? Dann ist Schluss. Können wir das Glas schaffen, gut. Was mach ich denn hier falsch? Was mach ich hier falsch? Das Problem ist, du gehst zu früh nach vorne, Max. Du kommst immer vorne gegen die Wand. Ja, das ist doch Absicht. So, wenn du dagegen kommst, dann bist du langsamer beim nach vorne gehen. Du musst quasi den richtigen Moment abwarten. Was war denn das jetzt? Oh, nee. Kann man... Boah, es gibt echt noch ein paar Level, die sind echt nervig, ne? Nee. Nee. Was war das wieder? Äh, Cheetan... Hast du schon beim Roulette-Tisch gewesen, Rumatra? Ich glaub, der war gar nicht, oder? Nee, okay, dann kommt der noch. Als letzter oder was? Cheetan, kann man das Level nur auf eine Weise schaffen? Okay, Max. Du hast es fast geschafft und dann bist du beim Wasser einen Block daneben gefallen. Das wird mich ja jetzt so brechen. Jetzt bin ich beim Roulette-Tisch. Das wird mich ja so brechen, Max. Er ist gemutet, ne? Ich bin nicht gemutet. Hä, wo muss ich denn beim Roulette-Tisch hin? Ich glaub, er kann's gerade nicht fassen. Nicht reinfressen, ne? Rauslassen. Äh, Cheetan? Ja? Ich bin 0-0. Kann man das mit dem Raumschiff auf eine Weise schaffen? Gibt's mehrere Möglichkeiten. Also, ich will jetzt nicht sagen, es gibt nur eine Weise. Weil es kann sein, dass es einen Sprung gibt. Du kannst ja zig Variationen machen, ne? Aber es gibt einen, damit ist das relativ einfach, wenn du den kannst. Ich glaub, ich spitzte mich die ganze Zeit schon falsch. Ich hab mich so krass aus dem Loch hochgekämpft. Ich bin einfach... Ich hab einfach sofort Mental Recover eingeleitet und hab's geschafft. Instant. Ich hab's sofort nochmal geschafft. Oh, jetzt bist du bei einer Karte, die ich nicht so mag. Oh, Junge, das... Ich bin nur... Guck mal, und das ist das Geile. Immer wenn Max sagt, er hat's geschafft, schaff ich jetzt auch. Ich versteh's nicht. Weil dann der Ehrgeiz da ist. Voll geil. So. Was ist das für ne Map? Die ist disgusting. Die ist disgusting. Wer bist du, du Schwanz? Disgusting? Der ist jetzt grad bei der Tresorkarte. Ich schaff da nicht. Okay. Abgesehen. Hey! What's going on? Fast geschafft, direkt. Boah, ich hab solche Blähungen. Echt? Das ist doch schlecht. Boah, ich werd gleich so heftig weg inhalieren, die Scheiße, das sag ich dir. Welche Scheiße weg inhalieren? Weiß nicht, Silo, ich find das irgendwie nicht so geil. Du wirst deine Scheiße inhalieren. Ah, fast geschafft. Oh, Max. Oh. Ich werd dich, wer bald gleich T-Bank, wenn ich es geschafft hab. Wieso denn? Nein, war ein Witz. Gut. Ah, da ist so ein kleines Loch im Loch. Ein kleines Loch im Loch? Ja, ja, da ist das. Ja, zeig mir. Digga, wer hat das Loch oben so klein gemacht? Max, du bist gut dabei. Versuch's weiter. Ja, ja. Wo ist der? Noch ein paar Versuchen, dann schaffst du's. Hm. Er achtet sogar drauf, dass Sevo den Sprung nicht abgucken kann. Holy shit. Nee, der springt ja auch random einfach rein. So, ich bin fertig. Ich hab alle Maps gemacht. Ich bin fertig. Will ich jetzt? Ja, ich bin fertig. Guck mal, Romatra, das ist jetzt schlecht für dich. Jetzt kann ich dir doch zuschauen. Und die Ausladung. Ja, ja, aber ich weiß, aber das ist jetzt schade. Du bist halt jetzt automatisch die nächsten drei Turniere von mir, egal welches Spiel, ausgestoßen. Das ist doch gar kein Turnier, ist doch gar kein Turnier gewesen. Ja, nee, aber du hast jetzt, du bist jetzt, du hast jetzt Reaper Stage erreicht. Einen Scheiß. Wieso? Kannst du an Reapers fragen, wie das ist, in Reaper Stage zu sein? Ey, der spielt doch immer noch. Der wurde doch letztens auch ins Eli-Turnier eingeladen. Das war der erste. Ich will nur sagen, wir haben jederzeit die Möglichkeit, spontan noch eine Map drauf zu machen, wenn ihr eine wollt, ne? Wir haben auch spontan die Möglichkeit, Leute im Discord zu muten oder vom Server zu bannen. Das haben wir auch noch. Falls wir es gar nicht mehr aushalten sollten, dann wird das auch noch als Option offen. Ich meine nur, falls du willst, dass Romatra noch eine Map machen soll. Ach komm. Wer hat denn das Loch hier oben? Ist das so schwer? Wieso macht man hier nur ein 2x2 Loch? Ich spring immer so rüber, guck mal. Ja. Schaust du grad mein Stream G-Time? Ja, ich bin hier. In deiner Perspektive. Okay, ich bin hier, will runterspringen. Und dann ist das. Ja. Ist das Raum schon schnell ein Medium? Ja. Das ist so ne Scheißkarte, Max, die du grade machst. Ich würd sagen, die ist schon sehr krass an Hart grenzt, würd ich sagen. Wenn du einmal den Sprung raus hast, ist die nicht schwer. Ja, das ist... Also bei der Maxis hab ich länger gebraucht, das für den Drachen. Wirklich, jetzt kein Scheiß. Aber er hat den richtigen Sprung. Er muss nur noch das Wasser kriegen. Am Ende. Das ist jetzt einfach nur noch ne Übungssache grade. Na, was denn Sivu? Na, was denn? Das ist scheiße, ne? Das ist scheiß, oder? Ja. Ich hab's. Ich wollt grad nicht schreien. Ich wollt schreien. Nein, ich mach ohne schreien. Boah. Boah. Ich drück schon richtig... Ah. Sorry. So, Romatra war zu gut. Was machen wir? Was können wir machen um Romatra? Okay. Äh, Sivu? Ja? 50 Sub-Gifts, wenn du auch alle Maps in einem Stream schaffst. Und ich? Du nicht. Puh. Verleck mich auf meine Eier, Digga. Na, Romatra? Was denn? Hm? Letzsemo Subs giften um Romatra damit abzufangen. Heheheh. Hä? Ich mach keine Ordnung. Ich gönne Sibo. Chef Strobel würd ich nicht gönnen. Hehehe. Chef Strobel? Oh, die ist echt schwer. Ich schwöre, ich war eben im Wasser drinne oder nicht? Du warst safe drin. Guck mal mein ganzer Chat-Tag, ich war drin. Oh, wieder rübergesprungen, geil. Was ist denn hier? Mein Fehler schon wieder. Also die Ecke, die du immer nimmst, Max, ist die richtige. Ja, aber wie kommt man so schnell da rum? Boah. Ey, das ist... Ey, ich bin schon... Also ich geh schon echt schnell. Aber das geht nicht. Ich bin doch drinnen, ich bin doch drinnen, ich bin doch drinnen. Nein, geht nicht. Er klatscht immer vor dem Wasser auf. Einfach jetzt da runter zu springen und oben auf dem Glas zu landen, ist auch nicht die Lösung, Max. Oh, jetzt wird hier noch geschont. Man muss es schon weiter versuchen. Ich bin drinnen. Ich sehe nicht, wie der bei Romatra sofort schon mit der Stimme lauter wird, wenn Romatra was sagt. Bei Romatra ist er sofort sauer. Daneben. Wer? Du, du springst einfach daneben. Ich sehe das doch, ich schau dir zu. Daneben. Aber es ist schon relativ knapp, Max. Oh, jetzt auf dem Geldschein. Ich dachte auch, es ist ein Bett. Oder? Es sieht aus wie ein Bett. Ich habe es. Ich habe es. Oh, man. Friss. Eier. Ja. Oh, ich warte. Ich laufe eben durch, bevor ich gleich Fallschaden bekomme. Max, soll ich dir einen Tipp geben? Wie sieht es aus, Max? Hast du einen Tipp von Sebo? Nö. Ehrlich, der hat mir geholfen. Wirklich. Dann kriegst du das Wasser. Das sieht schon gut aus. Das sieht schon gut aus, Max. Aber halt nicht ganz da, ne? Echt, das ist der Tipp. Ich habe den gerade gesehen, im Chat, habe es gemacht und funktioniert. Oh. Ich habe einen Plan. Oh, so knapp, Max. Das ist ein Bug. Mein ganzer Chat schreibt Bug. Nein. Das ist kein Bug. Hier fehlt es ein bisschen an Timing, Max. Ich sehe das doch. Oh, so knapp, Max. Oh. Und dann das Knuspern noch vom Essen dabei. Ja. Sau geil. Ja, Knuspern jetzt auch so was weg. Ja, ich habe Rühekuchen. Die Leute schreiben alle, guck doch mal, Gita, hast du meinen Chat offen denn? Nee. Oh, das ist so knapp immer. Hä? Ich sehe es noch. Warum soll ich den Chat denn offen haben? Ist da was Wichtiges oder wie? Da knusper ich mir so einen weg, Alter. Meinst du, weil die alle jetzt sagen, das ist ein Bug? Ja. Der ist aber kein Bug. Der ist kein Bug. Ich bin doch auch hier unten. Ja, du kannst, du kannst natürlich deinen Scheitern als einen Bug abstempeln oder du versuchst, die Map halt zu schaffen, ne? Welcher ist, welcher hängt es gerade? Oh. Du bist, du bist immer locker, sagen wir 30 Zentimeter daneben. Ich sehe das von hier unten. Ich sehe das auch aus meiner Perspektive. Es ist knapp, aber es ist, ein bisschen fehlt noch. Der geht immer zu früh nach vorne. Der knallt immer gegen die Scheibe und dann kommt der nicht nah genug an das Wasser. Hm. Hm. Gita, warum ist dein Spektatermut so dunkel? Kann ich das ändern? Ja, du kannst... Hä? Hast du nicht Night Vision? Nee. Oder hast du dein Spiel dunkel gestellt? Nee, ich glaube Night Vision fehlt mir. Nach nur 73 Versuchen, geschafft. Jetzt sind sie leise. Gut gemacht. Ja, ist doch geil. Aber weißt du, wie viel habe ich denn jetzt? Wie viel habe ich denn jetzt? Du kannst Slash-NV machen, ne? Dann wird, äh, da hast du ein Night Vision. 18 plus 1. 19. Jetzt. Der habe ich first try geschafft, Max, die nächste. Ich bin noch gleich da. Oasis? Ja. Die kenne ich noch aus unserem allerersten Test. Ich schaue mal, Schaustrobel ist ein bisschen zu. First try. Oh, Junge, Schaustrobel sieht auch interessant aus. Die ist auch kacke, die Mapche. Hm. 2 maps beim first try. Oh, es geht schon los. Ja, ja, ja. Oh, du warst richtig. Nein, nein, nein. Das ist ja alles Wasser. Hm? Du musst nur gerade durch, Schaustrobel. Ne, da unten ist das Wasser. Du springst ihm hinterher, das ist der Fehler. Junge, Schaustrobel, Schaustrobel ist auch gut. Max, geh jetzt direkt links, 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 blau. Hinten, hinten, ja, genau, da. Und jetzt rechts, rechts, rechts. Ja, ja. Ich sehe da kein Wasser. Ich sehe da kein Wasser. Du warst richtig. Warum macht der denn die Map blau? Hat er so Grund? Der Illusion. Der ist blau in Wasser springen und alles ist blau. Ja. Du musst ja auch ein bisschen hier hingucken, ne? Guck mal, du bist da, du bist doch fast richtig. Du knallst immer gegen einen Block dort. Ich habe es gesehen. Optifine. Ja. Ich habe es geschafft. Du auch. Du spielst mit Optifine, Sebo? Nein, ich habe auf 30er-Dings. Mhm. So. Kann man auch gleich PvE-Server machen in... Oh, yes. Das. In Sea of Thieves. Ja, das stimmt. Wisst ihr, boah, gestern hatte ich mit Reapers den geilsten Sea of Thieves abends ever. Abend. 2,3 Millionen. PvP-Fights ohne Ende. Eine Galeone, ein Zweimaster zerstört und haufenweise Schaluppen. Du hast den jetzt nicht aktiviert, Max. Du hast den Dropper-Mode nicht aktiviert. Also was ich gesehen habe, gestern Abend hast du dich drüber aufgeregt, dass irgendeiner GG gesagt hat. Und meinst du, das war so ein deutsches GG? Hä? Ja. Die haben euch irgendwie, äh, haben die eure Schaluppe versenkt und dann hat der zu dir GG gesagt. Und dann hast du gesagt, die anderen sind Deutsche. Das war der einzige, äh, die einzige Niederlage, die wir gestern hatten, tatsächlich. Okay. Danach nur bergauf. Da haben wir den Athena 5 war noch gekleppt und die Sachen, wir haben den, wir sind den 45 Minuten hinterher gefahren. Herr Gehörnus. Bio-Bauer Andi2 schreibt, du nervst wie Sau. Ja. Nervt nicht. Ich soll dir kein, die kommen die ganze Zeit rüber, Max. Die sagen alle, ich soll dir keine Tipps mehr geben. Was soll ich jetzt machen? Tipps geben, wenn ich sie brauche. Bei 100, bei 100 Toden gibt es einen Tipp. Okay. Mann, Sebo. Was willst du? Du bist die ganze Zeit in meinem Field of View. Oh, wow, what? Bro, dein Stück bei mir nicht. Ähm. Ach, Mann. Irgendwie sieht das bei dir gerade richtig scheiße aus, was du da machst. Ja, ist auch so. Ja, weil Sebo hier die ganze Zeit ist. Nein. Oh, Sebo ist da nirgends. Sebo ist da nirgends. Sieht einfach nur richtig voll. Das sieht so hektisch aus, wie du dich da tust. Mann, Sebo, Sebo. Weißt du, was ich jetzt meine, Romatra mit dem hin und her drehen die ganze Zeit? Ja, der macht dir das hektisch. Der macht so unglaublich hektisch. Ist doch, oh. Wo ist das? Warum blau? Warum macht ihr das blau? Das ist doch gar nicht der Sinn bei The Dropper. Ich spring genau ins Blaue und sehe in letzter Sekunde, das ist nicht das Wasser. Meiner ist blau. Warum macht ihr das blau? Könnt ihr das doch ändern, bitte? Nein. Nee, das soll doch so sein. Und nicht so viel drehen, Max. Das ist so anstrengend, so zu schauen. Oh, hör doch auf, nicht zu drehen, Max. Oh, das ist so... Sebo. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja. Sebo. Sebo. Ja. Wie schnell stirbst du denn? Ich bin Sebo. Oh, stage 3 so einfach. Nee, ich glaub, Max will's gar nicht schaffen, so wie der spielt. Nee, will der auch nicht. Der will's nicht schaffen. Der will irgendwie den Stream künstlich länger machen, hab ich's Gefühl. So kackig, wie der sich hier die ganze Zeit im Kreis dreht und alles macht, Alter. Ich kann ihn auch so verlängern, dass noch mal ein paar Karten draufkommen jederzeit. Der will, der will YouTube machen. Ich hab eine Glatze, genau deswegen mit einem Jungen. Wenn ihr wollt, kann ich mal so einen richtigen Brecher draufpacken lassen. Ja. Tu mal für mich, tu mal für mich die schwierigste. Sebo, nein! Eine der schwierigsten Maps kannst du nicht lassen. Ich kann nicht sehen. Wenn ich einmal schaffe, ist Sebo direkt vor mir. Ich kann nichts sehen. Bei Max immer die Mates schuld. Bitte, Max, das ist so stressig, wie viel du dich immer im Kreis drehst. Ja, der dreht sich und dreht sich. Der hört dich hoch. Falsche Richtung. Falsche Richtung, Max. Falsche Richtung. Okay, dann musst du mich doch drehen, damit ich in die richtige Richtung bin. Seid ihr dumm, oder was? Nein. Mein Herz ist in der Lockdown. Lockdown. Ey, nee, das ist echt. Ja, ich kann nichts sehen. Ich kann nichts sehen. Du machst mir die Mates immer schuld. Ich weiß nicht, mit was von der, mit was von der, mit was von der Sensibilität spielst du, Alter. Du drehst dich einmal im Kreis innerhalb von einer halben Sekunde. So, du bist die ganze Zeit am Spinnen, Alter. dann fiel ein Spin-Bot an. Oh, 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 oh. Die ist echt einfach, die Map. Wenn man jetzt zu langsam raus hat, dann ja. Ach du Scheiße. Ich war im Wasser. Du warst nicht im Wasser. Du warst auch. Der sagt immer im Wasser und gleich wieder Bugs, 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 Bugs. Ah, nee, nee, ich seh ja, wie der, ich guck ihm jetzt ne Weile zu schon, Sebo. Junge, was ich hier seh, ist wirklich bodenlos. Ich bin so froh, dass gerade Romatra zuguckt und das mitbestätigt, dieses hektische Hin- und Hergedrehen. Ja, ja, ganz hektisch, oder? Das ist das, was ich vorhin die ganze Zeit gesagt habe. Guck, er dreht sich wieder. Man ist doch mit W schneller als mit S. Das machst du doch mit Absicht, sei ehrlich. Man ist doch mit W schneller als mit S. Ja, aber für 99% der Map reicht es, wenn du einfach nur WASD drückst und geradeaus runterschaust. Du musst dich nie drehen. Bei keiner der Maps musst du dich eigentlich drehen. Es gibt, glaube ich, insgesamt fünf Maps oder so, wo du mal ne andere... Danke, Max. Hast du gemerkt, oder? Du hast selber gemerkt, dass du dich nicht hektisch im Kreis gedreht hast. Okay, kurze Frage. Willst du für Romatra eine Map draufhaben, so ne richtige Brechermap, Max? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Einfach nein. Ich sehe hier meinen Zettel mit den Todes und ich habe schon fast 1000 Tode. Bitte? Romatra, benutzt du denn die Maus, um irgendwie reinzusliden noch, oder so? Ja, je nachdem, wenn du zu weit nach außen driftest, ne? Ne, ich mache meistens wirklich nur WASD einfach und schaue straight runter. Okay. Boah, ich bin bei Roulette, ist das schwer, Romatra? Ja, Roulette war schwierig. Ist aber vorletzte Map, ne? Bist du auch fertig, Chef? Ja, gleich. Boah, nur einer wird heute ne Glatz haben, glaube ich. Boah, what? Wie soll man den Sprung denn schaffen? Guck mal, dass G-Time hier nichts sagt, ist zum Beispiel, finde ich, schon wieder, äh, du bist ein Sadist. Ja, du probierst. Du hast, ey, warte, 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 warte. Du hast gesagt, Tipp erst ab 1000 Tode. Ja, Tipp, aber Route kannst du ja sagen. Ne, das ist ja ein Tipp. Du hast gesagt, erst ab 100 Tode. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme, so ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Ja, aber das gehört ja mit zu der Map, oder? Das ist so ein bisschen... Also, ich finde, bis jetzt seid ihr echt, also, stabil durchgekommen. Romatra, sag ich, bin Boden und Weißel. Es wäre doch saulangweilig, wenn du jede Map beim ersten Mal direkt schaffst. Weißt sich doch ein bisschen die Aussage. Ich nicht. Ich finde dieses Hin- und Herdrehen richtig stressig zum Zuschauen, muss ich sagen. Das alles. Ich finde es tatsächlich krass, dass du diese, dass du die Maps bis hierher alle geschafft hast. Also, wirklich, ich habe gedacht, du schaffst die, ähm, diese Balrog-Map schaffst du nicht, habe ich gedacht. Und ich habe gedacht, du schaffst die Pokerchip-Map nicht. Da finde ich krass, dass du die geschafft hast. Also, die Pokerchip-Map ist geistes. Oh, ne, du bist beim Roulette-Tisch. Du bist beim Roulette-Tisch. Der Strubel hört sich echt schon sehr erledigt an, wenn der so redet. Ne, aber Strubel ist bei der letzten, vorletzten Map. Das ist... Spawne ich jedes Mal anders? Nein. Jo, wir haben's. Hast du's? Bin durch, fertig. Komplett, komplett? Ja. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Oh! Kölle! Allah! Kommst du, Silvester? Äh, ich halte meinen Maul. Ich halte meinen Maul. Kommst du, kommst du, Dingens? Ey, das war Silvesterplan im Februar. Ah, fuck, Alter. Keine, keine Klatze. Versteh es nicht, Waxi, wieso du immer einen anderen Weg nimmst. Weil ich immer anders spawne. Nein. Es ist voll geil, wie er sich jedes Mal so dreht. Ja. Du spawnst jedes Mal gleich und springst dich jedes Mal. Komm, mit 4 ASD geht nicht. Kannst du es, wenn ich 4 ASD spiele nur. Ja, aber du musst dir auch erst mal aussuchen, wo du hin willst. Ohne drehen geht's nicht. Guck mal, wie kacke das ist ohne drehen. Ja, wie kacke ist es ohne drehen? Mach das jetzt noch zweimal und dann hast du es geschafft einfach. Du musst halt auch ein bisschen weiter springen, ne, am Anfang. Und ich hab auch das Gefühl, du shiftest nicht mehr. Oh, ich shiffte jetzt auch nicht mehr, seitdem ich Dings nur noch geradeaus runtergucke. Also manchmal gibst du auch einfach auf, Waxi. Das ist auch witzig eigentlich. Ich hab's. Ja. Ich habe diese dreckige Scheiß-Ballon-Map. Ich mach nicht mehr. Was ist los? Ich hab so einen Spaß. Ich hab auf Romatra gehört. Das ist halt mein größter Fehler meines Lebens gewesen. Ich hab keine Orientierung hier auf der Map. Das merkt man tatsächlich. Du musst am ersten rechts vorbei und am anderen dann links vorbei. Und da hast du es geschafft. Max, da wollte ich immer noch ganz schnell das Learn to Play in den Raum werfen. Oh Gott, bist du bad. Hä, warum sagst du nicht, dass du die Ballon-Map schon hast? Welche? Also wenn ich Max zuschaue, wie er spielt, da wird mir schlecht. Ja, ja. Oder? Das ist krank. Der dreht sich immer so viel. Das ist der Kreiselficker. Vor allem, er springt, er weiß eigentlich, wo er lang springen muss. Ja, hä? Er geht da irgendwo anders hin. Hey, Max? Jede Runde springt er eine andere Scheißrute. Du musst links rum, Max. Du musst links rum. Warum gehst du rechts rum? Nee, rechts und dann links. Rechts und links ist gut. Doch, doch. Er kann auch links links gehen eigentlich. Ja, und dann jetzt hier der links. Ja, aber du musst... Es gibt zwei, drei Wege, aber du gehst davon mal anders. Hä, spawn ich anders? Nein, du spawnst immer verdammt nochmal gleich, Max. Hilfe. Ich geh hier rechts vorbei. Genau, und dann direkt links. Dann musst du rechts vorbei schaffen. Jetzt ist Sebo wieder da. Welcome back. Ach, das ist doch eine Lüge. Hä, Max hat IRL Sprung gemacht. Was hat er hier... Was hat er gemacht? Guck dir mal den Kripp an, warte, ich schicke die auf. Ich mach das die ganze Zeit, Strobel. Alter, bist du kacke. Aber ich hab das jetzt gesehen, du bist ja voll der Lemming. Jetzt hab ich die guten Wege. Er hat sie gesehen, wie er einfach so nach vorne geht. Er hüpft einfach, er hüpft einfach. Das mach ich seit drei Stunden, ihr Idioten. Ihr seid so dumm. Wie machst du denn das? Machst du es jedes Mal, oder was? Jedes Mal, wenn es knapp ist, hüpft ich die Mühe. Du bist aber auch echt dumm, ohne Witz. Ich dachte, wenn das so schlau bist, dann bist du dumm. Krass. Den kannst du... Den kannst du den Weg einmal wissen, und dann immer den Falschen nehmen. Er sagt, er ist eine AI-Learning-Machine irgendwie, und macht im Fall besser. Ja. Ich hör, verschlechtert sich. Ich hab nie diese AI-Learning-Machine. Wenn ich dir eine Frage stellen würde, dann würdest du einfach noch eine falsche Antwort geben. Du verschlechterst dich von Sprung zu Sprung, Max. Oh Mann, das sieht so nach purem Chaos aus, wie Max da runterspringt. Das ist so geil. Das macht der da, Digger. Wir haben ja ihn krebs komplett einfach. Ich seh auch nichts. Ich kann auch gar nichts. Ich seh nichts, ne? Wie du siehst nichts. Ich hab ja die ganze Zeit so einen hässlichen Sebo im Anzug, direkt vor mir. Ja, jetzt bin ich jetzt. Ja, guck mal. Ah, was machst du? Ist schon richtig. Aber jetzt weißt du wenigstens mal, wie du springen musst. Und jetzt nicht jedes Mal. Die Lache. Negative Lernkurve. Er wird einfach... Oh. Oh, nein. Das verstehe ich nicht. Ich kann es nicht sehen. Ich kann es nicht sehen. Ich sehe es nicht. Du siehst es nicht. Du siehst es nicht. Oh. Ja, ich muss ja gucken. Ich darf nicht weitermachen. Ich darf nicht. Ich seh es nicht. Ich schwöre, ich bin ins Wasser gesprungen. Wir haben ja erst 21 Uhr. Ne, halb. Ein, acht. Wie viele Maps habt ihr schon? Wie viele Map ist das? Sauber. Twimax. Das ist die. Eins, zwei. Warte, eins, zwei. Nein, seid ihr noch auf der ersten Seite? Ja, ja. Wie viele habt ihr auf der ersten Seite fertig? Äh, zwei. Eins, zwei. Zweieinhalb rein. 20 Maps habt ihr jetzt von 65. Puh. Wie auch noch betont, ja? Ne, ne, mehr, mehr, mehr. Wir haben doch hier rechte nochmal. 18 plus 5. Sag mal schnell. 18 plus 5 schnell. Äh, 18 plus 15, 23. Ne, viel zu langsam. 23 von... 23 von... Ja, pfff. 65. Ja, ist scheiße. Pirate, simple. Komm, jetzt mal schnell, Sebo. Hm. Second try geschafft. Was? Pirate? Ja, ja, Pirate. Das Ding ist, du Rentner kennst die ganzen Maps halt schon, ne? Nein, die kenn ich gar nicht. Pirate? Die kenn ich nicht. Bro, du schützt den ganzen Tag Sea of Thieves. Natürlich kennst du die. Ach so, ja, natürlich kenn ich die Map, ja. Hallo, Entschuldigung. Ich bin durch. Stark. Ich bin auch durch. Was machst du denn, Chef? Ich probate, ich schau ein bisschen, Max, so. Aber ich werde ja noch ein bisschen Hogwarts weiterzocken. Die Map kennst du auch. Ne. Aber ich würde gerne einmal eine schwere spielen. Geht das auf den normalen Server-Gamers-Time? Ja, ich würde auch gerne. Ich würde auch gerne einmal eine richtig schwere probieren, G-Time. Gib mal... Müssen die hier drauf machen. Wieso müsst ihr die hier drauf machen? Weil die auf unserem Server nicht verfügbar sind. Also wir haben da nur die leichten und mittleren drin. Was würde wollen, würde das dauern? Das dauert nicht lang. Das ist in zwei Minuten gemacht. Der Server muss nur einmal kurz restarten. Lass den Server einmal restarten, Max. Nein! Bitte! Oh Mann! Ey, Digga, wir haben für dich die Wette mitgemacht. Kannst du dich einmal eine Minute ganz kurz chillen? Wir sind für dich die Wette mitgegangen. Aber ist da mein Progress weg? Nein, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Sicher? Ich habe extra gefragt, den Entwickler. Und er hat gesagt, der Progress im Welten-Inventory bleibt. Gut. Krass. Dann gebe ich jetzt diese Hard-Dipos... Wenn das weg ist, dann ist das ein Fehler. Aber wenn er sagt, das bleibt, dann sollte es bleiben. Weil wir haben das getestet. Gib uns deine schwierigste Map. Ich kleibe jetzt auch schon in Red Bull rein. Und dann geht es rein. Leute, machen mir die schweren Dinger. Die schwierigste Map würde ich ungern machen. Falls Max da mal ein Special machen würde. Ich würde euch aber trotzdem einige... Mach schwere einfach. Mach einfach schwere. Warte, warte. Ich habe die Map gerade geschafft. So. Hey, Max cheatet. Ah, ich dachte gerade. Der macht den Dropper-Mode nicht an. Ich dachte gerade, wieso wird der nicht zurückgesetzt. Max, willst du einen Tipp für die Map? Okay, wenn ich das jetzt ihm sage, dann wird er jetzt gleich den Server an euch starten. Oder soll ich warten, bis du die Map fertig hast, Max? Die Map machen wir noch. Okay. Max, da gibt es verschiedene Löcher, ne? Nimm das linke. Geh nach links ein bisschen. Keine Tipps! Mann, du spielst aber übel schlecht. Du würdest immer das große gehen, weil du dumm bist. Hat er recht ein bisschen. Guck, er fliegt nicht mal das linke, weil er es nicht sieht. Er ist blind, der Mann. Das war krass. Wow, er dreht sich wieder tausendmal Romatra. Ja, ja. Geht's komplett, Alter. Meine Güte, er geht wieder ins Falsche Romatra. Er hat das Richtige. Und dann, wie die AI, die falsch lernt, geht er wieder ins Falsche. Mann. Oh. Vor allem, die Löcher sind so riesig, Alter. Man kann fast gar nicht daneben springen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hä? Warum, Max? Bereust du das gerade, Max, dass du die beiden dazugeholt hast? Du weißt doch, dieses Loch ist... Nein, ich sag's eben. Ja, komm. Ich hab kein Bock mehr. Ich seh kein linkes Loch. Ich seh's nicht. Ich seh das linke Loch. Halt das linke oder das rechte nehmen. Da siehst du's auch. Und dann direkt, wenn du durch bist, nach rechts drücken. Ich seh nicht, wo das Glas ist. Oh Mann, du musst nur ein bisschen links fliegen. Und da siehst du's auch. Hey! Da, wo ich steh. Das sieht alles... Ich kann das Loch nicht sehen. Ich glaub, du bist dumm. Habt ihr eine andere Helligkeit als ich? Nein. Das sieht's sogar in deinem Stream, du Dummer. Ich guck jetzt auch mal auf den OBS-Bildschirm. Hör, man sieht's halt so krass. Man sieht's nicht, man sieht's nicht. Ach, Dig. Man sieht's halt so eine blaue, blaue Schwäche. Ja, ich verziehe mich so lange auf die Bayrock-Map. Ich seh das Loch nicht. Ich schwöre, ich kann es nicht sehen. Da! Hey! Du musst... What? Sebo auch schon durch mit allen? Nee, nee, nee. Ich mach grad die Bayrock. Oh mein Gott, Max. Ah, dreht sich wieder wie ein Fidget-Spinner. Ich begreif's nicht. Ich begreife es nicht. Hey, du lernst falsch. Ganz unten, Max. Ist das Wasser auf der einen Hälfte mit Glas zu. Du musst in der rechten Hälfte landen. So. Jetzt. Jalla. Meine Güte bist du. Ja, das ist... Der ist so frustrierend. Ja, es ist unglaublich frustrierend. Das ist so... Kennt ihr diese Videospiel-Werbungen für Handy-Games? Ja, ja. Wo die mit Absicht verlieren... Mit den Pfeilen... Ja, ja. ...dann plus plus 100 und sie geht aber in minus 30. Ja, ja. Am Ende schaffen sie den Gegner nicht zu besiegen. Die machen... Die verlieren mit Absicht, damit die Leute Bock haben, sich das runterzuladen. Ich schwöre dir... 26, Scheiß nur. Hat auch bei mir geklappt drum, Alter. Ich hab mir so ein Spiel runtergeladen. Ich glaub ich nicht, Alter. Ich hab die Map geschafft. Da mach jetzt die neue Map drauf, ne? Aber hast du ne geisteskranke Map? Wir haben hier... Also es kommt jetzt ne sehr schwere. Ne sehr, sehr schwere. Sehr, sehr. Die machen aber nur Chef Strubel und Romatra. Ich call jetzt... Ich call jetzt... Chef Strubel und Romatra werden die definitiv nicht schaffen. Auf gar keinen Fall. Schaffen sie's... Äh... Wer es schafft, kriegt 20 Sub-Gifts. Oh. Oh, dann mach ich jetzt hier aber schön Musik an und dann gehen wir rein. Ich hab das... Hat die mehrere Stages oder ist das nur eine Stage, die unendlich schwer ist? Hier, äh, kommt einer aus Maxi am Chat. Name immer auf Distanz. Kannst du bitte einfach die Fresse halten? Du provozierst so krass. Behütender Trimax-Zuschauer. Ist doch nicht drauf, die neue Map, oder? Ne, du musst doch restarten, das war ich mir kurz runter. Wird gerestartet? Ich hab gerade Bescheid gegeben. Das sollte jetzt gleich passieren, ja? Du kannst, wenn du willst, schon mal die Map tryen. Ist schon gerestartet. Ich bin nicht vom Server geflogen. Nee, ist doch nicht. Nein, ist doch nicht. Nein. Ach so. Oh. Ich werd Ballrock gleich ausschaffen. Safe call. Nee, doch nicht. Ich muss dann loslassen, weh kurz. Und dann wieder weh Vollgas. Ey, und, äh, äh, hier, äh, Dings. Die Fußballvertragung ist viel, viel besser gewesen. Mit den Replays und den verschiedenen Kameraperspektiven. Übel nice. Ist gut. Wann ist denn neu gestartet? Ich warte die ganze Zeit. Soll ich weiterspringen? Ja, spring so lang weiter. So, ich hab richtig lange gewartet. Ich hab doch gesagt, du kannst so lang tryen. Ja, hab ich nicht verstanden. Wovat, bist du wieder am Lunchen, yo? Abendbrot. Was gibt es? Brot. Brot. Wie sagst du dazu? Eine Kniffte, Stulle? Eine Kniffte, Stulle. Nee, Muntermacher. Muntermacher, genau. Muntermacher. Oh. Ah, der Macher ist so doll ein kurzer. So closed. Und jetzt alle liegen. Boah. Try it. Sitzt ja doch mal ein Timeout bei Max. Ja. Wer, wer, Timeout? Sitzkartoffel. Ja, der Saukartoffel, Alter. Mhm. Der fühlt sich auch immer. So, aber ist wieder da. So schnell? Na klar, sauber. Okay. Oh, das sind doch Profis, Alter. What the fuck? Was denkst du von denen bitte? So, wie heißt die Map? Warte, ich such sie gerade. Ich seh sie nicht. Die ist nicht drauf. Ist nicht drauf, keine neue Map. Keine neue Map. Nochmal starten wir nicht neu. Doch. Nee, nee. Klar. Ich will jetzt auch zocken, hä? War doch kein Sinn dann. Hä, dann geht einfach irgendwann andere spielen. Warte, ich klär's eben ab. Die ist auf jeden Fall drauf. Nee, schau Max, wir sind zu. Ja. Hä? Du greifst nicht. Ich hör die Möwen singen am Hafen. Man sieht immer, wie der Name ganz schnell näher kommt von Max und man hier unten steht und dann verschwindet er einfach. Oh, knapp. Hab ich weh gedrückt. Ich versteh's nicht, warum ich, oder ich weiß nicht, warum ich sterbe. Ich versteh nicht, ich weiß nicht, warum ich sterbe. Ähm. Hey, du schaffst das nicht hier durch, da ran stirbst du. Und ich schaff das da nicht durch. Ah, hier gibt's einen Spezialweg. Boah, der ist ja viel schwerer, das mach ich nicht. Aber niemals sieht aber auch geil aus, Alter. Ah, Ficke. Ah. Was ist das denn für eine Scheiße? Gebt euch Bescheid, sobald wir da mit der Map, dass sie ready ist, ne? Okay, okay, kein Stress, kein Stress. Ich warte. Ich auch. Ich drück da wie. Ihr habt ja so lange gute Unterhaltung mit Max. Geschafft. Hat jemand Ballrock-Tipps? Warten, sobald man in dem Loch ist, was man machen muss. Ah, ha, 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 ha. Was für ein dreckiges Lachen. Ja, das ist mein einziger Triumph, den ich habe. Das Einzige, was mir Power gibt, ist diese Ballrock-Map. Ja, wenn ich die gleich hab, ich werd so an dir vorbeirennen. Ich sag's dir, ich werd nicht auf dich warten. Ups. Cheat-Mode aktiv. Für das Lachen. Aber wer seid ihr grad? Sebo, welche Nummer? Du kannst einfach Slash, TP, Leerzeichen und dann den Namen von demjenigen. Dann kommst du direkt zu dem. Ich mach grad die Ballrock-Map nochmal. Die hab ich ja grad aufgegeben. Jetzt try ich die so lange, bis ich die gemacht hab. Und dann ist Max so weit vorne, dass ich nicht mehr warten muss. Fall fett halt. Ich drück bei Trimax. Oh, er hat's geschafft. Oh, wie hässlich bist du. Ich komm hier nicht aus dem Portal, helf mir doch mal. What the fuck. Oh, wie hässlich. Was haben wir hier? Ich spiel's mal mit. Ach, du Scheiße. Ist das die... Ist das die... Ist das die besagte... Ja, ja, ja. Ich mach dir jetzt mit. Die mit dem Hurenwasser. Ja, das wollte ich wissen. Das ist sie, Max. Die Map ist aber Michelangelo-mäßig. Bei der dreht's dich auch falsch, wenn du's das erste Mal schaffst. What the fuck. True, 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 true. Oh, bist du grad auch am buggen? Hä? Hä? Wo komm ich denn hier raus? Hä? Ich check's nicht. Ich glaube, ich stand gerade geleckt, weil die Map wurde jetzt importiert. Die Map ist drin. Unrailed. Ich bin so ready, mich zu unrailen, Alter. Unrailed ist doch ein Game. Ja, guck dir mal die Map an. Und du sagst, das schaffen wir nicht. Nein, wirst du auf gar keinen Fall. Nein. Also, wenn du die schaffst, hast du... 20 Subgifts von euch, wer es schafft. Also, Riesenrespekt. Ich sage, ihr werdet die nicht schaffen. Gibt es die Nummer an Stages, die die hat? Oh Mann, helft mir doch. Helft mir doch, bitte. Ich weiß nicht. Ich spawne tot. Man kommt da nicht weg. Ich komm da nicht weg. Das wirst ein Bug sein. Das ist alles schaffbar, Max. Du musst, wenn du durch das Portal gegangen bist, Max, nach links. Hey, jetzt wird ja alles gecallt, oder was? Ne, du siehst, es ist ein Bug. Es ist ein Bug. Hey, Cheetah, wie viele Stages hat die Map? Ich guck gerade. Ich bin instant nach links. Links und rechts. Links und rechts muss ich. Ich komm nicht weg vom Spawn. Ich komm nicht vom Spawn weg. Ihr habt sechs Stages. Hä? Ich hab's gerade einmal komplett verzwirbelt. Sechs Stages, okay. Oh, das war's aber nicht. Was ist denn? Oh, okay, die ist schwer. Die ist schwer. Okay, die erste Stages ist machbar. Die zweite ist schon wieder. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ich auch nicht. Ich hab'n Plan. Okay, Plan fehlgeschlagen. Ich sag' jetzt schon mal, gleich rummartei das eine. Mit dem grün, schwarzen ist es nicht. Das ist ein Bait. Ich spiele Fate. Oh mein Gott. Ist das... Ich glaub, da ist... Da sind so... Geht das überhaupt? Das geht. Weißt du, was ich mein? Dass man zwischen den... Hallo, hallo. Ich rede mit euch allen. Ja. Ich bin still gerade. Ich komm nicht weg vom Spawn. Wie, du kommst nicht weg? Das sind doch keine... Ey, du bist doch am Springen. Ja, ich bin frei. Hä? Ne, die zweite Stage, der Spawn. Da komm ich nicht weg. Ah. Ich drehe mich jetzt einmal, ob das wieder einen Einfluss hat. Oh, hat es, hat es, hat es. Hat es. Das musst du mir öfter sagen, G-Time. Immer wenn ich jetzt Spawnprobleme habe, sag ich, du springst... Ich spuck gerade gar nicht bei dir zu. Falsch rum in den Spawn. Du musst dir das immer wieder sagen. Ich bin gerade am gucken, wie Rumatra verzweifelt. Na. Äh, man kann da durchkommen, oder was? Hundertprozentig. Das geht. Du musst genau mittig sein. Du darfst nicht einen einzigen Millimeter daneben sein, Rumatra. Hä? Das ist Hardcore. Das ist wirklich Hardcore. Ich weiß, wie es lang geht, Chef. Wir können mal gleich gleichzeitig springen, oder du nachmitteln, dann zeige ich es dir. Komm mit? Ich glaube, ich weiß es. Du musst gegen die Wand da, oder? Na, falsch. Du bist falsch. Du bist voll auf dem Holzweg, Bro. Warte mal. Dann spricht der hinterher. Aber... Es ist giga Hardcore. Ja, guck. Du bist hier lang erst mal. Und dann musst du... Na gut, wenn ich es jetzt... Na gut, ich habe gerade übel verkackt. Sorry. So, der erste Sprung ist... Wie viele Stages sind denn das? Ich habe es... Okay, ich weiß, ich habe es gefunden. Du hast es gefunden, ja. Ja. Wie viele Stages? Wie viele Stages? Hier hat die Dschungel-Map. What? Das ist Pixel-Perfect, Junge. Ja, ja, ja. Das ist so. Ihr wolltet eine schwere Karte. Jetzt habt ihr eine. Ja. Das sind Zäune da drin. Nein, nein. Falltüren, Falltüren. Zäune wären unmöglich, glaube ich. Mit Zäunen würde es nicht gehen. Ich höre die... Warte, ich... Junge, Alter. Wer macht... Wer aus dem Team kommt auf die Idee, vier Stages zu machen bei so einer hohen Schwierigkeit? Äh, Max. Die ist einfach die MF. Mit zwölf Stages, ne? Zwölf, Max. Dann haben wir noch wieder einen, der aus dem Team fliegt. Das ist ja schade für denjenigen. Vor allem das ist... Nein, den tun wir nicht aus dem Team. Das ist mit einer unserer aktivsten und besten Bilder. Den tun wir nicht aus dem Team. Ich hab's geschafft, Tromatra! Und dann? Mach weiter, Fokus, Bro. Ja. Oh mein Gott. Nein! Und dann? Dann musst du da nochmal... Warte. Oh, das ist richtig krass. Ich bin dann durch, aber du musst nochmal nach vorne laufen, weil der Teleport rechts davon ist. Und dann geht's noch weiter, ne? Danach kommen noch vier Stages. Du Bastard. Wie krank. Sebo, Lagebericht. Ich brauch jemanden, der gebrochen ist. Haben wir da einen? Sebo ist schon komplett im Bruch. Ich glaub, der hat sich komplett gemutet. Das ist gut. Das gibt mir Kraft. Ja, Sebo ist einfach voll mute. Der ist, glaub ich, wegen Bayrock richtig sauer. Das gibt mir so viel Kraft. Das ist wichtig. Mein Gott, hast du's da schon nochmal durchgeschafft, gerade, Chef Strobel? Oder hast du, wie oft hast du da bis jetzt durchgeschafft? Einmal bis jetzt nur. Als ob Chef Strobel besser ist als du. Der hat's gerade einmal durchgeschafft, doch. Weißt du, wie schwer das ist, Max? Du musst da genau mittig rein. Das ist richtig, richtig übel. Das hat auch ein bisschen was mit Glück zu tun, sag ich. Nein. Ich sag mir, man schafft das konsistent. Wenn du das übst ganz viel, dann kriegst du das hin. Chef Strobel, du musst jedes Mal callen, wenn du's schaffst, ne? Ja, ja. Ah, ich weiß nicht, wo ich lang soll bei der dritten Stage. Fuck. Irgendein Trick. So ein Scheiß. Hast du die schon mal geschafft, G-Time? Nein. Was? Also von den Insane Maps hab ich keine fertig gemacht, nein. Das sind Maps, da brauchst du mehrere tausend Sprünge, bis du die einmal geschafft hast. 20 Tapkes, wenn du dich schaffst. Und ihr werdet halt zur gigantischen Legende. Ich sag, ich brauch keine tausend Sprünge dafür. Ich sag ich auch nicht. Ich brauch 50.000. Übrigens, der Builder, der die Karte gebaut hat, die du gerade machst, der ist bei mir im Chat, ne? Willst du dem irgendwas sagen, Max? Das, was ich hier gerade mache? Ja, ja, genau. Der ist gerade da. Willst du ihm irgendwas sagen? Sag ihm, wenn du von mir erst ein Macher. Das ist keine Mittelmap, das ist eine schwere Map. Ne, die ist nicht Mittel, die ist einfach. Was sagst du dazu, dass das eine einfache Map ist? Also, wenn das eine einfache Map ist, dann... Die ist einfach. Boah, schaff ich diese Insane Map, bevor Max die 60 Maps schafft? Dann darf ich ihm aber gar keinen Tipp mehr geben. Nein, Bullshit. Ich hab's gerade einmal durchgeschafft. Ich hab's gerade einmal durchgeschafft, Schrobel. Finden deine Zuschauer das denn unterhaltsam, dir dabei zuzugucken, Max? Ja, dann hab ich's nicht in dieses Loch geschafft, weil ich nicht damit... Ich auch nicht, ich auch nicht, ne? Aber weißt du, bin ich darauf vorbereitet, dass man's durchschafft. Ja, ja, man schafft's, man denkt irgendwie, ja, ich schaff's eh nicht und dann... Oh, ja, ja, bisschen zurück. Vorsichtig, ja. Oh. Die Stelle kennst du ja, Max, ne? Das scheiß Hurenwasser, das ist es. Jetzt nicht sofort nervös werden, nicht nervös werden. Oh. Warum warst du so nervös? Ich war nicht nervös. Ich hatte nur Angst vor dem Hurenwasser, weil Romatra immer durchgesprungen ist. Nervös wegen dem Hurenwasser, Alter. Ist es, weil du immer durchgesprungen. Ich wollte auf gar keinen Fall durchspringen, jetzt hab ich zu wenig gesprungen. Vielleicht bin ich auch nur so ein schlechter... Bei mir im Chat schreibt einer, bei Sebo im Stream sieht man nur noch ne Stirn. Das stimmt ganz am Bildschirm. Oh, ich bin so perfekt da drauf eigentlich. Oh, ich bin echt gut geworden, ich bin echt gut geworden. Ich hab mich verbessert, ich hab mich verbessert. Stage 2 ist hier. Hä? Doch nicht. Nicht verbessert. So, und da muss ich nur noch runter eigentlich. Ich seh noch nicht mal, gegen welche Kante ich immer komme. Hm. Gibt's nen Trick dafür? Klar. Den verrate ich dir nicht. So, jetzt kommt das Wasser, Leute. Die Tank ist nen, äh... Ja. Ein Trick dafür? Für die Falltüren? Du musst genau mittig. Das ist das Einzige, nur genau mittig? Du musst genau in der Mitte sein, da vorn. Dann treffen die dich nicht. Okay, nur einfach in der Mitte sein. Leute, einmal tracken, wie viel Sembo braucht. Nach unten schauen, nach unten und einfach mittig sein. Ja. Ich muss kurz warten, weil wenn Romagraf... Das Problem ist, du darfst... Ja, das Problem ist, du darfst dich auch nicht... Du darfst auch keine Geschwindigkeit in irgendeine Richtung haben gefühlt, wenn du so durchfällst, ne? Wie viel hab ich denn jetzt nicht für Maps? Erzähl mal ganz kurz, wie viel ist das Chat? 9, 9, 9, oder was? Das ist immer 9, 27, plus 2 sind 29. Komm auf. Sebu ist richtig im Fokus. Hey, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt ist ganz wichtig. Sebu kriegt ja 50 Subkits, wenn er alles schafft, ne? Hat er letztes Mal Jungle geschafft? Der hat doch abgebrochen, ne? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber der ist gerade richtig... Ich glaub, der hat Jungle noch nie geschafft. Der ist am Ballrock richtig am Verzweifeln gerade. Es ist so geil, dass Max die Web geschafft hat. So, jetzt Ruined. Hä? Ich bin immer nicht im Jobber-Modus. Da kannst du ja erstmal so grob sagen, wo man hin muss, grob, ne? Erst ab 100 Tonen, darf ich was sagen. Oh, doch nicht, ja. Und was wie immer. Muss ich auch ein bisschen was rumprobieren, ne? Ich sag dir, es ist, aus meiner POV bin ich perfekt mittig. Ne, ne, bist du nicht. Das Problem ist, du darfst keine Geschwindigkeit mehr in irgendeine Richtung haben, weißt du? Ich mein, du musst wirklich... Das Loch ist ja nicht nur einmal eins lang. Das ist ja, äh... Das ist ja länger. Das sind ja, glaub ich, sogar zwei Traptors. Oder? Ja, ja, die gehen in so einen Wirbel quasi. Verstehe ich hier nicht. Das heißt, sobald du eine Geschwindigkeit in irgendeine Richtung hast... Ah, okay. Ich weiß halt nicht, wo ich hin muss, also so macht's keinen Sinn, ich muss gar nicht weiterspringen. Ich muss gar nicht weiterspringen. Ich check's nicht. Ich seh auch da, ich seh auch da nichts. Oh, ich bin so froh, dass Max auch verzweifelt. Das macht's viel angenehmer, hier zu versuchen. Guck mal. Welches Fenster? Ich seh da kein Fenster. Und dann ist da wieder blaue Wolle, weil die so witzig sind. Oh Gott, das ist... Ich glaub ich hab eine Hassmap. Das war eine Hassmap von dir? Das ist meine Hassmap bisher, ja. Der Start fuckt schon übertrieben ab. Ich glaub ich hab... Jeff Stroh, probier dich mal zu drehen, bevor du in dieses Portal fällst. Dass du quasi... Dich im Portal nicht mehr... Nachdem du teleportierst wirst, nicht mehr drehen musst. Also, wie meinst du zu drehen? Die Map ist auch nicht mittel. Dass du mit dem Gesicht zur Wand schaust, während du reinfällst in das Portal. Weil dann kommst du direkt mit dem Gesicht zur Wand wieder raus. Ah, ich weiß was du meinst. Oder? Und dann ist es einfacher, sich zu manövrieren, weil du dich nicht mehr drehen musst. Ah, okay, ich weiß was du meinst. Okay. Wo ist das Wasser? Wo ist das Dreckscheiß? Vergefickte Wasser. Das Wasser ist ein Millimeter hoch! Uhrenwasser, Alter. Wieso ist das Wasser ein Millimeter hoch? Wer macht so eine Scheiße? Damit das schwerer zu sehen ist, wenn du da unten hinkommst. Wieso macht ihr sowas? Wer hat die Map hier gebaut, G-Time? Welche? Die Unraid Map? Ja. Boah, ich weiß gar nicht mehr. Der Typ ist crazy. Das ist schon länger her, ne? Wir haben die Maps vor zwei Jahren oder so gebaut. Digga, nur 23 Tode. Ich mach Sebo so lang. Ich mach ihn so lang. Ich mach ihn so lang. Kann jemand in Sebo im Chat schreiben, dass Tramix ihn lang macht? Oh mein Gott, nein! Das ist so knapp manchmal. Ich weiß nicht, ob es klappt ist oder ob es in der PoV so aussieht, weißt du? Fuck, Alter. Boing! Da ist es krank lang. War das First Try? Ja. Ich hab keinen Tod. Hallo? Sebo? Warum, warum Tramix macht dich lang? Weil es so ist. Sebo, wie kommst du voran? Gut, tatsächlich. Ich komm immer öfters da in den Mund rein. Sehr gut. Oh, Max! Ganz wichtige Info. Die Map hab ich gebaut. Deine Maps sind immer bescheuert irgendwie. Warum? Die haben immer einen Schaden. Was? Ich hör, das war grad mein bester Versuch gefühlt. Ey, das ist ne Lush Cave Map. Die Glühwürmchen hab ich sogar gebaut. Die sind geil, ne? Die find ich so scheiße, die Glühwürmchen. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich seh da kein Loch. Warum baust du deine Map so unübersichtlich? Nee, du springst einfach nur falsch. Wo muss... Wo muss man denn hin? Das musst du ja herausfinden. Ach, das ist doch... Ist nirgends so ein Loch? Ich hab jetzt alles mir angeschaut. Das gibt's nicht. Hä? Guck mal, unten ist alles blau, ne? Ach, ich hab's. Hä, ich hab's verloren. Oh Gott, weil's ne Blume ist. What? Hast du's durchgeschafft? Nein, hä? Nein, hä? Ey. Was ist, Romatra? Die Map könnte mein Ende sein. Aber ich muss sagen, dass du denn... Komm, was öfter mit den Trapdoors? Aber nimm dich nicht, Romatra. Das ist in allen... Also in den... Also nicht in allen Insane-Maps. Das ist der höchste Schwierigkeitsgrad. Es gibt sogar noch heftigere als die. Oh, what? Also krassere Sprünge meinst du? Ja, also die heftigste Map hab ich extra nicht drauf gemacht. Die will ich wirklich, dass Max die für ein Event oder so dann nutzen kann. Also da würdet ihr direkt am Anfang verzweifeln. Okay. Aber... Kommt in den anderen Stages nochmal so ein Ding hier? Boah, das weiß ich gar nicht. Ich kenn die gar nicht alle auswendig, die Stages. Kannst du mal checken? Weil ich glaub, wenn... Lass den doch mal! Moment, ich will nur kurz sehen, wie Max die ganze Zeit an meiner Map gerade verzweifelt. Ja? Weil das ist gerade ein gutes Gefühl. Verzweifel nicht. Hm? Hä? Ich bin drauf! Nee, du bist immer... Du knallst immer gegen die Blume. Und gegen das Glühwürmchen. Lass das arme Glühwürmchen. Gefallen dir die Glühwürmchen? Daaaah! Hast du es geschafft in die nächste Stage? Nein. Achso. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Nein. Ich hab's geschafft! Oh Junge. Jetzt kann's lieber aufholen. Und jetzt werde ich dich... Und jetzt, Max... Ich schwör, soweit ich hier sitze. Jetzt gibt's keinen Halt mehr. Mach dich warm, Max! Mach dich jetzt! Jetzt komm ich! So. Ich brauch jetzt hier mal einen Dropper, Bro. Ich brauch einen Dropper, Bro. Jetzt komm ich. Ich hab's grad geschafft, du. Ich hab's grad ganz durch geschafft. In der nächsten Stage... Nee, also ich glaub, die werde ich nicht... Also das ist lächerlich, Alter. Was ist die nächste Stage? Ist das krass? Nee, du musst es einmal hinschlafen, um es selber zu sehen. Ich hoffe, du hast meinen Chat offen, G-Time. Also die nächste Stage hast du schon gebrochen, oder? Ich hab den nicht offen. Wieso? Ja, ich hab's gesehen. Weil es ein Bug ist. Der ist kein Bug! Ich guck, was deine Zuschauer schreiben. Ja? Hä? Ja, nein! Ich hab's geschafft! Guck mal, was ist das? Die nächste Stage? Ja. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Hä? Einfach Mülleimer schwarz und man weiß nicht, wohin? Nee, ich weiß nicht. Ich hab's gefunden, wo man hin muss. Und es ist wieder ein Loch. Auf der linken Seite, okay? Linke Seite noch ein Loch. Und da musst du dann... Du hast das so schnell gefunden. Man muss instant nach links? Ja, du musst sehr schnell nach links. Guck mal, du hast es geschafft! Deine Zuschauer, die schreiben alle direkt sofort, wenn du was nicht schaffst. Bug! Warum? Weil ich drin bin. Welche Map ist, Max? Lush Cave geschafft. Ich bin Sportcar. Okay. Krass, oder? Richtig stark. Das Ding ist danach noch mal so ein Loch. Danke. Aber es ist ungefähr fünfmal so lang. Ah, meine Karre! Und was? Was ist hinten dran? In der Trapdoors. Vorne hinten. Vorne hinten. Vorne hinten. Die Web find ich geil. Die Web find ich geil. Wenn ich's durch Loch geschaut hast, sind wir direkt nach links. Ne, Roma dran? Mhm. Okay. Wann kann man schon mal durch seine Karre springen? In Minecraft. Man hat eine Fresse, Mann. Hä? Ich komme. Zaaakemul. Jetzt komm ich. Er ist ein kurzes Jee-Waggon. Ich spreche das an der Hand. Wo ist der Portal von dem, von dieser, was ist da? In der Wand. In der Wand. Das war ne? Ja, war simpel. Jetzt kommt Flappy. Wie ist Flappy, Jungs? Leicht. Flappy ist... In Ordnung. Oh fuck, oh no. Boah, diese Trapdoorscheiße fuckt mich ab, Alter. Er ist der kurze Schiefer. Komm! Was laberst du denn, Mann? Komm doch! Ne, ich putze. Der Problem ist voll im Feeling, ey. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Bei mir ist die... Oh, warte mal, Theo. Bist du Jungle-Sebo? Nee, ne? Ich glaube, ich bin Jungle jetzt. Aber das Hurenwasser ist schon geschafft, oder? Hast du die Map überhaupt schon mal geschafft? Äh, Hurenwasser noch nie geschafft, nein. Können wir die Map umnennen auf Hurenwasser? Nein! Julian, wie kannst du nur? Was denn? Ey, ich wette mit dir bei vielen deiner Zuschauer juckt es ihnen in den Fingern, die würden am liebsten jetzt auch die ganzen Maps springen. Dürfen sie nicht. Dürfen sie nicht. Warum nicht? Ich würde die ganze Zeit sagen, oh, wie kannst du so schlecht sein? Und schickst deine 12-Jährigen auf mich, weißt du? Ja. Junge, ey. Da war ich sauer. Erstmal Emote. Bin gar kein Emote-Fan. Aber da muss. Hm. Wow, Alter, dieses mit den, äh, mit den Traptors, äh, Gitan, das bricht mich. Ähm. Gitan, was schaust du gerade mit deinem Stream? Ich schau gerade dir zu. Ja. Du musst auch merken, dass hier was nicht funktioniert. Ja, ich find's interessant. Was findest du interessant? Äh, ich guck, wie du springst, und nebenbei guck ich, was dein Chat so da, wie der das kommentiert. Und ich seh die ganze Zeit, wie die Leute, die ganze Zeit schreiben, spring doch nicht so random, spring doch nicht so random. Aber da geb ich denen auch recht, du springst mal vorne, dann springst du hinten, dann ... Ja, der ist das. Dann gehst du wieder nach hinten. Ja, er sagt, er ist das selbstständige KI und sowas, Junge, und verlernt alles auf einmal. Keine, keine KI lernt so, keine. Ja, ja. Trial and Error. Ja, aber du machst einen, ja, aber du machst einen Fehler, und dann machst du den Fehler fünfmal nochmal. Du machst den selben Fehler zehnmal hintereinander. So funktioniert doch ich nicht. Mach mal. Siehst du, du bist jetzt zweimal hintereinander an derselben Stelle gesprungen, hast die Map direkt geschafft. 28 Tries, das war aber schnell. Ich war hier nur 30 Sekunden auf der Map drauf, Digga, was war das denn? Also, Sembo hat noch nie Jungle geschafft, ne? Nee. Der richtige, der richtige Brecher wird noch kommen. Was? Ja, der richtige Brecher liegt noch vor euch. Nö, ich hab Dings geschafft. Wenn du die eine Map sagst, oder das sagst, was du vorhin sagtest, das ist kein Problem, sag ich jetzt schon. Das werde ich irgendwie wuppen. Aber, die Baldrian-Map, oder wie der hieß... Baldrian-Map! Wie wird aus Balrog Baldrian? Keine Ahnung. Lass mich bitte, ey. Jetzt muss ich die Scheiße erstmal kacken schaffen, ey. So, zack. Und dann nach links. Sofort einschlagen, glaube ich, dann... Oh, wie viel ist die Wette bei mir? Oh, wie bunt ist die denn? Wie viele Versuche hat mein Chat mir gegeben? Ey, soll ich dir was sagen? Du bist ja gar kein Fan von so Animes und so, ne? Das ist aus dem Scheiß-Anime, oder was? Das ist aus dem Anime. Das ist aus dem Anime. Was? Welches? Welche Map? Die Dive-In-Map. An dem Namen müsstest du schon den Anime wissen. Dive-In. Ich... Ja, du musstest das wissen, Romatra. Du und Chef Strobl, hundertprozentig. Dive-In. Dive-In heißt die Map. Kyu-Ki -, S-A-Ouuu. Romatra-Dum. Third Art Online? Habe ich nach der... Habe ich in die zweiten Staffel Anfang abgebrochen, weil es kackig war. Ja, ja. Ist ein Scheiß-Anime. Muss man nicht wissen. Ah, die ersten Staffel war gut. Die zweite war Rotze. Genau wie die Scheiße mit der Falltreppe! Tür! Da muss es doch ne Special-Trick geben für den Scheiß... Ich werde es nicht so laut mitzählen. Ach da, die ist vorhin nicht anders? Oh mein Gott. Fuck, ich habe es geschafft, ich habe es gerade wieder geschafft, Chef Strobel. Echt? Ja, ich war durch. Und dann wieder ganz nach links? Dann nach links an der Wand halten, falls du es mal schaffen solltest. Und dann musst du, wenn du durch dieses andere Loch fällst, nur nach vorne und hinten korrigieren. Also vor und zurück machen wir was? Ja, du siehst es dann. Da sind ja Falltüren so in der Spirale angeordnet. Ist ja nervig, ne? Bei den anderen sind Falltüren nur vorne und hinten angeordnet. Okay. Boah, ich bin so im Tod drin. Hey. Boah, Alter, mich dreht es gerade richtig auf der Markt der 55 Subgiftsgaben. So, jetzt kriegst du keine 20, wenn du nur noch mal die 20, wenn er sich schafft. Kann ich die 20 von Chef Strobel obendrauf haben? Ja, du kriegst 40, du kriegst 40, wenn du es schaffst. Und Chef Strobel schafft 0. Geil. Das ist ein fucking Verlierer. So geil. Das war smarte Idee, gut gemacht Chef Strobel. Jetzt gibt mir wieder Power. Das ist doch mal richtig geil. Das ist so dumm. Joink. Krieg ich die dann? Ja. Boah. 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 Bist du zufrieden? Das sieht bis jetzt echt gut aus. Danke, Mann. Was? Ich schwöre, man spawnt immer anders. Alter. Ich rechne am Ende alle meine Tode zusammen. Wall Street Medium. Ah, die mit der amerikanischen Flagge. Ich find das Wasser schon mal gar nicht. Scheiß Game, Alter. Ich seh hier kein Wasser. Oh, scheiße. Ist das Wasser? Muss ich da rein? Muss ich da rein ins Wasser? Wie, haben wir es gemutet? Nee, ich bin nicht gemutet. Der macht fünf Sprünge und fragt direkt. Ich will das doch nicht verraten direkt. Ich muss da rein. Okay, ja, nein. Fragen darfst du beantworten. Muss ich da rein? Nein. Nein? Nein. Ich sag es dir. Dein ganzer Chat spammt das schon und du siehst es selbst nicht. Es ist so geil, wie du immer wieder dran vorbeispringst. Also noch auffälliger kann es nicht sein, Mann. Ich hab noch einen Tipp. Schau nicht zur Wand. Schau in die andere Richtung. Also, fuck, wie soll ich das erklären, Schiff-Mobel? Wohl. Du kannst über dieses grüne Feld drüber kommen. Ja, scheiße, nicht, wenn es sich so dreht wie mich gerade. Du kannst über das grüne Feld drüber kommen. Du musst da nicht durch. Weißt du, was ich meine? Durch dieses... Ah, ja, okay. Fuck, das geht. Das geht. Und ich glaub, dann ist es einfacher, wenn du das schaffst. Ach, ich weiß, was du meinst. Dass du dich ja nicht nochmal drehen musst. Digga, ich bin ja geisteskrank einfach nach vorne gesprungen. Ich war nicht mehr ansatzweise in der Nähe vom Wasser. Also, da war so ein Loch im LKW. Dein ganzer Chat hat es direkt ab der ersten Minute gespannt. Ja, ich hab auch keine Brüder auf. Fuck, Alter. Aber da hat man viel, viel mehr Zeit, sich zu orientieren, wenn man das schafft. Oh, fuck. Ich seh hier auch das Wasser nicht. Das ist hier die Schwierigkeit, dass man das Wasser nicht sieht, oder? Ist auch Wolle, schön. Das blaue Terracotta. Witzig. Blaue Wolle, cool. Du weißt, was ich meinst, Strubbeln, ne? Weil dann hast du so derbe, viel Zeit dich auszurichten. Du hast, glaub ich, alle drei. Ja. Oh mein Gott, war das gut. Ähm. Darf ich den übel geilen Vorschlag machen, G-Time? Klar. Kannst du so ein, ne, oder? Kannst du ein Leaderboard einführen für The Dropper, sobald ihr Server releast? Gibt es schon. Gibt es schon? Du kannst... Aber nur für Founder, oder? Nein. Das ist für alle. Also es gibt einmal ein Leaderboard. Was hindert die Leute daran, einen neuen Account zu machen? Nehmen wir an, ich weiß jetzt nicht, wie die Map geht. Dann try ich die 10.000 Mal. Komm dann mit meinem Account, mit meinem richtigen und machst sie dann einmal. Pass auf, pass auf, also so ein Leaderboard, wie du das gerade dir vorstellst, das gibt's nicht. Wer hat dir Unraid reingetan? Die nicht, das ist die ganz schwierige, die kannst du überspringen. Hallo Max, versuch's doch einmal. Probier's einmal, probier's einmal. Hey, da bist du ja. Soll ich mitspielen noch oder nicht? Ja klar. Wie geht das? Aber komm nur auf Unraid, nur Unraid darfst du machen. Ich schicke dir die IP. Wenn du Unraid schaffst, Rehvi, kriegst du 50 Subgifts von mir. 50 Subgifts. Wenn du Unraid die Map schaffst. Wieso kriegst du eher 50? Ich hab dir alles geschickt, Rehvi. In Discord. Jameson, Jameson, Jameson. Also du kannst auf jeder Map Medaillen sammeln, Romatra. Wenn du die mit einer bestimmten Anzahl an Versuchen... Wie lange seid ihr jetzt drin schon? Auf gar keinen Fall den Server-IP zeigen, ne? Nein, 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 ich bin ja nicht dämlich. Also Romatra, ich hab schon alle Maps geschafft. Zweieinhalb Stunden noch, ne? Wir versuchen grad die insane Map zu schaffen. Du kannst dir aussuchen, ob du die insane Map machst und kriegst 50 Subgifts. Oder ob du alle 67 Maps machst. Also, ich hab früher mal Dings gespielt, diesen Dropper, ne? Ja. Und ich habe mir, glaub ich, dabei die Hand gebrochen. Wirklich. Weil ich hab so auf mein Table geschlagen, dass ich nicht mehr konnte. Du hast doch bei Minecraft die Schere in die Hand gehauen. Das war bei Fortnite, Chef Strobel. Wer bist du? Ah, Fortnite meinte ich auch. Für weit von gerade. Ja. Kannst du auch so, was möchtest du machen? Die insane Map für 50 Subgifts? Oder möchtest du dich durch der Challenge stellen, alle Dropper-Maps, alle 67 leichten und mittel Dropper-Maps zu schaffen? Wobei diese Mittel auch einfach schwer sind. Was machst du gerade? Ich mach, äh, alle Maps. Ja, alle Maps. Also, ich will einfach bei euch mit einsteigen, so, weißt du? Geht das? Ja, dann würde ich sagen, machst du zuerst auch alle. Du kannst ja Minecraften. Und der G-Time hat zum Beispiel alle Maps in 30 Minuten geschafft und Zero schafft es nicht in zwei Wochen. Das werde ich nicht hinbekommen, glaube ich, so gut wie G-Time. Nein, nein, das ist klar, aber du schaffst es ja. Du schaffst die Maps ja. Ich bin im Game-Mode, ne? Ist richtig? Ja, ja, du kannst, du hast auf Slot 1 ein Item und da kannst du die ganzen Karten auswählen. Ach so, simple click. Und mit der grünen Wolle startest du das und mit der roten stoppst du. Und, ähm, die, nee, nee, die Server-Render-Listance ist gecappt oder wie? Äh, die ist, also du kannst so hochstellen, dann siehst du immer die ganze Karte fast. Außer wo die neue Höhe ist, da kannst du, egal wie hoch die Render-Distance auf dem Server ist, der muss immer nachladen. Aber du siehst das frühzeitig. Ach so, ich drück diese grüne Wolle. Und wo muss ich rein? Ins Wasserbecken immer, ja? Genau, du musst ins Wasserbecken und an der, also es gibt Maps, die haben mehrere Stages. Und wenn du auf der letzten immer bist, da ist auch immer ein Nether-Portal. Was? Und da reingeht es das Ende. Okay, klar. Das kann nicht sein. Das kann's nicht sein. Ich raff's grad auch nicht, sag ich dir ganz ehrlich. Das ist, ich, ich, ich fliege... Sembo, Lagebericht? Hey! Guck, der geht immer Full-Mutri, weil der so schlecht ist. Der so sauer. Es gibt Maps, die schafft der nicht und die, man, dann lässt er die erstmal aus und macht sie später, probiert sie dann nochmal, aber schafft sie wieder nicht. Ey, das ist voll gut hier mit dem Plugin so dazu. Das ist richtig stark. Ja, das haben die kurz nach einer halben Stunde programmiert, das Team. Aber warte mal, wenn ich jetzt einmal bei einer Map faile, fang ich wieder von vorne an? Nein. Hat's bei mir grad gemacht irgendwie. Du hast unendlich versucht, wie du magst. Warte, ich komm mal zu dir, ich guck mal eben zu. Guck mal, jetzt bin ich bei der zweiten schon. Genau, die hat mehrere Stages, da fängst du immer wieder von vorne dann an. Es gibt aber auch Maps, die haben nur eine Stage, aber das ist eine der einfachsten sogar. Ich hab eine Frage, warum, also woran liegt das, wenn, also bei mir lädt die Map nur zur Hälfte und es leckt? Dann, äh, Kütze. Ja. Ja, bei uns geht's ja allen, Sembo. Hast du die Render Distance bei dir hochgestellt, Sembo? Danke, G-Time. Alle anderen fickt euch. Das war eine vernünftige Frage, yo. Ja, ich hab Sichtweite 26 und Simulation und Weite 12. Ich werd euch gleich so ins Maul scheißen. Was habt ihr für ein Field of You? Äh, ich spiel auf 37. 37? Speicher erhöhen. Je näher du dran bist, dann schaffst du ja umso einfacher. Oh, RAM erhöhen, ja. Aber ich sag's so, wie es ist, Revi ist jetzt schon viel besser, weil der einfach wenigstens einen Lerneffekt hat. Shay... Oh, da darf man nicht... Was? Schrei nicht so. Mann, halt die Fresse. Digga, ich bin gerade erst hier reingekommen, beruhig dich mal, Trimax. Holy shit. Oh, oh. Was für ein Dreckiger. Oh, was? Und diese, diese, diese Krasse, warum ist die so heftig? Weil man die nicht schaffen kann. Ja, weil, da kann man... Komm her, probier's. Ich sag, wenn du die unter 100 Tris schaffst, kriegst du von mir... Von mir auch. Von mir 50 Sub gibt's. Von mir auch. Von mir auch 50. Ich muss auch mal ein bisschen mal wieder rein. Digga, einfach 150 Sub gibt's, wenn du nicht schaffst. Das ist nicht machbar. Ey, das wär so lustig, wenn Revi die plötzlich durch Glück einfach schaffst. Nein, da braucht er so... Aber das wird er nicht. Nein, nein, das ist... Das hier der Falltüre ist doch so eine Kacke. Kann man nicht durch Glück schaffen. Was ist denn da mit der Falltüre? Ja, komm, komm. Wieso sagen wir Türe? Wieso nennen wir es nicht Tür, wie ganz normale Menschen? Türe, 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 Türe. Wollte was ausprobieren. Aber hat nicht funktioniert. Ich hab's zwang. Manchmal schaffe ich's nicht, mich zu drehen rechtzeitig. Hey, ich bin perfekt. Ich bin perfekt. Und trotzdem werde ich gerespawned. Ich könnte ganz still vor mich hin weinen gerade einfach. Ja? Ja. All right, der B. Also so emotionslos könnte ich jetzt einfach so heulen, weißt du? Ja. Weil das so kacke ist. Verstehe ich. Ich hab's, glaub ich, geschafft, die erste Stage, oder? Kevin, jetzt bin ich hier irgendwie gelandet. Ja. Erste Stage hab ich durch. Einfach war schon easy. Ja, hast du geschafft, genau. Ja, das war schon mal ganz gut. So, jetzt ist in dem Menü, ist das auch grün, die Wolle. Jetzt muss ich aber, jetzt muss ich hier... Das Gute ist, ich weiß, dass Scheiß-Sebo die Map auch nicht schaffen wird, die ich hier gerade mache. So, das gibt mir Kraft. Genau, jetzt machst du die nächste Map. Ah, guck mal, Kevin, den hier darf... Ach so, warte mal, warte, wenn ich jetzt starte, guck mal, den darf ich hier nicht machen, ne? Diesen hier, diesen, diesen, diesen Film, wo ich so... Sobald du irgendwo Fallschaden kassierst, ist over. Ja, okay. Darf ich auf der Startplattform aber bewegen, wie ich will, ne? Ja, klar. Das darfst du. Was soll das, Trimax? Boah. Hier kracht's, in Hamburg kracht's. Ja, ich hab auch gar keinen Bock mehr gerade, also wirklich. Alter, Chef Strobel, wirklich, hör auf, das von anderen Leuten zu klauen, diese Worte. Revi, sag mal einer. Sagt der Typ, dass ich... Sagt der Typ, der was? Der was? Nichts, nichts, alles gut. Du bist doch cool, Revi. Ich seh hier unten gar nicht das Ding, muss ich ehrlich sagen, wa? Wo ist denn der Hase hier, Chad? Viel schneller und besser als Max. Ja, klar, natürlich, natürlich, hä? Das wär wohl klar. Ich seh den Ali aber nicht, wo ist er? Links? Tüteim, wer hat diese Map mal geschafft bei euch? Hier so? Bilder haben alle Maps getestet, also die sind alle möglich. Ja, natürlich, das glaub ich dir, aber wer hat sie geschafft? Bitte? Der Bilder selbst hat sie geschafft. Äh, nee, wir haben das so gemacht, dass die Bilder selbst, also manche Bilder haben sogar Insane Maps getestet, die sie gar nicht gebaut haben. Aber jede Map musste durchgetestet werden, dass sie auch wirklich möglich ist. Ja klar, aber ich will ja wissen, wer sie geschafft hat von den Knechten. Knechte? Oh, wie sauer, Alter. Wie soll ich dir den Namen sagen, oder wie, von dem? Ja, der soll mal auf den Server gucken, wie er das macht. So, ich glaub, ich zieh mir gleich, glaub ich, einfach selber ein Ding, weil hier grad kein anderes Ding ist. Ich könnte Romatra grad so heftig eine reinhauen, aber er ist einfach nicht hier. Ich glaub, ich muss mir einfach selber ein Ding ziehen. Das würde, glaub ich, viel helfen. Ist das hier? Ja, du kannst da nicht durchkommen. Ich bin pixelperfect in der Mitte und es fickt mich zurück wie Brigitte. Digga, ich komm ja... Was? Halt's mal! Digga, ich komm ja richtig gut voran hier, Jungs. Ich mach richtig Progress. Ja, Schnauze. Jeder liebt Streber, wirklich toll, toll, toll. Klasse. Geil. Ich hab auch die sympathischen Art von Streber, aber ich glaub, da hast du nie dazugezählt, Revi. Ich hab in der Schule... Revi war so ein Streber, der nicht abschreiben lassen hat. Ja. Er so, hast du die Geschichtsaufgabe? Ja, aber die kann ich dir nicht geben. Weißt du, was er gesagt hat? Immer nur Fünfe gehabt, hör mal auf. Er hat so gesagt, ja, ich hab Hausaufgaben, aber die sind voll falsch. Schreib die nicht ab. Ja, ja. Das ist doch eine Hausaufgabe, die sind falsch, nee, von jemand anderem, Digga. Nee, die sind richtig falsch. Und dann meldet er sich so in der ersten Stunde, oh, kann ich meine Hausaufgaben abgeben. Ja, 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 ja. Freiwillige Hausaufgabenabgabe. Nie gemacht. Oder wenn der Lehrer fragt, ja, ähm, wir sind fertig. Ah, nee, wir hatten auch noch Hausaufgaben auf. Ja, ja, stimmt. Das hab ich nie gemacht, Bro, ich hab diese Leute selber... Wir sind jetzt eigentlich fertig, wir können jetzt Unterricht schon spürschluss machen. Aber Helm, die hatten doch Hausaufgaben auf. Ich hab die doch gehasst, diese Leute. Du warst diese Leute. Nein, Digga, ich hab immer eine Fünf gehabt, Digga. Ich musste Ritalin nehmen in der Schule, damit ich die anderen Kinder nicht schlage. Bist du dumm? Mhm. Das versteh ich nicht. Übrigens, äh, wenn Romatra und Chef das zu schwer ist, wir können auch jederzeit eine leichtere Insane Map auch mal aufspielen. Ja, ja. Nee, aber dann gibt's nicht... Spielt ihr die Insane Map gerade? Ja, ich glaub mir, die ist geisteskrank. Ey, mit Squadstream, ich weiß nicht, irgendwas ist mit Squadstream. Ich hab Schale mit Squadstream. Ich hab den ganzen Squadstream mit Chef Stroh. Ja, nee, dann Mord ist egal. Ist egal. Machen wir ohne Squadstream heute. Rewi, sagt man weniger Eier, Maier. Mach View 30, ja? 30 sagt ihr? 30? Ich bin dumm, ich bin dumm, ich bin dumm. Rewi spielt Minecraft in der Fünflist und weiß nicht, dass man auf 30 spielen muss. Ich hab's geschafft. Was? Dschungelmap, fick dich. Oh ja. Ihr fackt, ey. Oh, Sebo, ey. Sebo tut mir so leid, ey. Der ist so richtig, man merkt schon, der ist richtig im Bruch, glaub ich. Ja, aber warum? Ich hatte Minecraft zwei Gigabyte RAM gegeben. Holy Shit. Ja, okay. Nein. Dann weiß ich, warum's bei dir auch geleckt hat, Sebo. Nein, das hast du nicht wirklich. Sebo, kannst gleich auf der Switch spielen. Alles klar. Wo bist du denn, Max? Sebo machte Dropper auf der Switch. Geil. Kevin? Wo ist Max? Ja? Ich bin richtig weit. Es dreht mich gleich richtig von links nach rechts. Sag mal, welche Map? Ey, die haben nicht sogar mitgebaut, Revi, die Karte. Ja? Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Jetzt einmal nicht dumm sein. Ja, komm, wir versuchen es mal. Jetzt einmal nicht dumm sein. Ich hoffe mal, es funktioniert. Was mache ich falsch? Ja! Ich hab's mit nur 71 Tonen. Schrei Max einfach. Ja, aber ich habe gut gespielt. Aber ich sage dir, wo ich bin. Lieber Krass. Dampfts. Die Türe. Ähm, ganz schnell mal rechnen. 0x4, zack, wieder aus der Pistole geschossen. Ey, das ist doof. Oh mein Gott. Kevin, man muss... Das ist ein bisschen nervig, Bro, dass man sofort spawnt. Bitte? Dass man bei den mehreren Stages sofort spawnt, ist ein bisschen nervig, finde ich. Du meinst, dass man immer am Anfang ist? Fly, fly, Phoenix, fly. Halt's Maulchef, Drobe, bitte, wirklich. Oh. Plus 1. Ja, Bro, gleich schon wieder Zeit hin zu muten. Bringt gar nichts. 42 hab ich dann jetzt. Nee, ich hör auf. Ich hab keinen Bock mehr. Ja, ja, das ist sowieso viel Kraft. Ich war eigentlich gerade im Loch. Jetzt hab ich wieder ganz, ganz viel Kraft. Ich hab auch eine schwere Map geschafft. Max geht jetzt richtig in den Bruch rein. Jetzt geht's richtig in den Bruch. Das ist ein Brecher. Die wird dich brechen. Das sage ich dir. Bei welcher Esser? Altsager. Die wird dich brechen, ja. Wieso? Na, mach die Karte einfach mal. Die wird dich brechen. Warum sind so viele Brecherkarten hier dabei? Ach, das ist hier ein Table, sehe ich gerade, Kevin. Guck mal. Ja. Drei-Gänge-Menü. Du, das musst du Kevin nicht sagen. Der hat die Map gebaut, du Idiot. Idiot, ja? Mhm. Okay, bei welcher Bist du jetzt gerade, Max, bei der wievielten? Betriebsgeheimnis. Digga, Chad, wo ist er gerade? Wow, 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 wow. Ich glaub, ich bin, oh mein Gott, ich bin richtig gesprungen. Wie random, wie random. 42? Wie viele Stages kommen denn hier? Okay, dann... Nach vorne! Ziemlich sass hier, die Form tatsächlich. Wie viele Stages hat die Scheiße? Zwölf. Das ist die zwölf Stage-Map. Ja, und du hast gerade die vierte geschafft, also war's bei dir. Gibt's da durch? Ja, Sebo wird die Map mit dem Farbklecks nicht schaffen. Ah, okay, da geht's durch. Er springt nicht nach vorne. Wir müssen jetzt alles genau merken. Ah, da ist ein Block, der nervt aber ein bisschen, ne? Hä? Ich berühre ihn doch gar nicht. Ja, das gefällt mir. Revi hat schon einen Bruch. Nein. Ach, das ist ein Glass-Pane. Digga, wie nice. Kevin, wie scheiße von dir. Hä? Hä? Warte mal, Bruder, ich muss ein bisschen hier, ich muss ein bisschen noch kurz raus, sonst komm ich nicht klar, Chad. Hä? Hä? Zwölf Stages! Warum denn? Warum macht ihr das? Warum macht ihr die zweimal sechs? Hä? Es soll doch Herausforderungen geben. Das ist doch dann nicht Mittel. Ja, aber du willst ja, dass die Leute motiviert sind, langfristig zu spielen, oder? Wenn sie schwere haben, soll er nur die schwere einstellen. Und muss man überlegen, wenn jemand... Warum Mittel? Warum Mittel? Wenn jemand die Platin-Medaille auf dieser Map haben will, muss der direkt einen First-Try schaffen. Aber warum belügst du die Leute? Es ist nicht Mittel. Das ist nicht Mittel. Doch, es ist Mittel. Die Sprünge sind nicht schwer, du musst dir die nur merken. Guck mal, das ist immer hinter dem Stein, du drehst immer in die falsche Richtung. Ich weiß nicht, wo ich da lang soll. Ich bin noch nicht mal bei der Hälfte. Die Map mache ich später. Ich glaube, die Map mache ich echt später lieber. Darf man das? Ja, ja, du kannst auch echt mal... Du musst einfach nur alles schaffen. Ich habe gesagt, die wird dich brechen. Ja, deswegen mache ich die später. Aber du musst es so sehen. Wenn du die geschafft hast, dann hast du die schwierigste hinter dir. Wo muss ich denn da hin, meine Fresse? Oh, Matra, was machst du gerade? Boah, ich habe mir gerade Motivationsmusik angemacht, sonst schlage ich alles kurz und klein. Warum seid ihr denn das? Das gibt mir wieder so viel Kraft, danke. Ihr seid immer noch an der Unrailed-Karte. Das Ding ist, die können, glaube ich, nicht aufgeben. Was ist denn die Unrailed-Karte? Das ist die Schwere. Die Map, die keiner schaffen kann. Wenn du sie schaffst, kriegst du von jedem 50 Sub-Gifts hier. Wenn du es in den ersten 100 Tries schaffst. Ich sehe keine Veränderungen. Misplaced Hate-Mix. Ey, Kevin, hier sind manchmal so Blöcke im Weg, ne? Ja, das ist ja, das macht ja den Modus aus. Hier ist das Prinzip ein bisschen, ne? Ja, genau. Also jeder, der hier schreit, dass ich mich dumm anstelle, der wird erstmal Permaband so. Und zweitens, es wird alles öffentlich sein, alles free to play. Spielt selber und erst dann dürft ihr reden. Zuschauen ist immer leichter als spielen. Spielen ist richtig hardcore. Sebo, wo bist du gerade? Sebo ist so tief im Loch, keine Ahnung, welches er spielt. Also die Zuschauer kommen schon rüber und sagen immer, man sieht nur seine Stirn, wenn er am Zocken ist. Schrohblatt aufgegeben, der macht nicht weiter gerade. Ne, ne, ne. Wie, ne, 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 du machst nichts mehr. Ich sehe das doch. Ja, ich bin doch gleich wieder da, gib mir kurz. Ach man, Digga, dieser Scheiß. Oh! Oh, wieder auf den Stein. Das ist eben schon passiert. Du musst genau mittig fallen, Max. Ey! Wie spät ist denn das? 21.30 Uhr. Ich hab... Können schaffen, ne? Diese verfickten Scheiß-Falltüren. Oh, Beat Saber-Map. Clean. Krank. Du hast das... Du hast das Game erkannt. Cool. Sehr gut, Mathe. Fehlt mir. Ja! Sorry, Revi. Mathe, du hattest noch nie ein glückliches Leben. Wirst du nicht haben, wenn du so weitermachst. Da muss ich rein? Wohin, wohin, wohin jetzt? Ich beim Sex. War gut, Romatra, ne? Ja, wir hatten halt das... Den Loch-Gag schon vor der Stimme. Das ist schon sehr, sehr oft. Ja, ja. Also... Ich komm rein ins Loch, aber ich weiß nicht, was ich dann machen soll. Ich krieg's nicht hin. Rausziehen und reinstecken wieder. Rausziehen und reinstecken. Ja, ja, witzig, witzig. Das ist gut. Guter Gag. Guter Gag. Funny, 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 funny. Ha. Om E in Chat. Om E. Haha. Cringe, Matra. Ja, ich cringe. Wo und so ein Revi? Hä? Was? Hä? What the fuck? What the fuck? Ich glaube, die Nerven liegen langsam blank hier. Was bist du, Kevin? Bist du sowas wie der Stefan Raab hier, oder wie? Ich bin hier der Typ, der einfach nur Trimax zukommt. Das ist der Satz, der die scheißen Maps gebaut hat. Der kleine Pisser hat die meisten Maps hiervon gebaut. Aaaaaaah. Nein, ich war noch drin. Ich habe ja erst an Revi nach vorne gedehnt. Mann, Revi, seitdem du da bist, läuft es überhaupt nicht mehr. Ich mache richtig gut. Du lenkst voll ab. G-Time, ist der echt gut? Bitte? Ist der echt gut? Revi? Ja? Der kommt gut durch die Karten durch, ja? Scheiße, ich habe gehofft, der ist schlechter. Nein, wie denn, Bro? Also je nachdem, wie lange du an dieser Map hier hängst, könnte es sogar passieren, dass Revi dich so auch einholt. Na, super, toll. Oh, den verstehe ich ja nicht, Kevin. Da musst du mir erklären, wie es geht. Der hier ist, äh... Ich gucke noch ganz kurz hier, ich will sehen... Ja, nächste Stage. Du hast das Wasser schon gesehen. Aber du hast dich für den falschen Weg entschieden. Digga, auf einmal, Kevin ist so Moderator hier. Du hast das Wasser schon gesehen, du hast dich nur für den falschen Weg entschieden. Stark, Junge. Boah, das Krise ist, weil das 12 Stages sind, dauert die Map auch am Linksten, wenn du einen Fehlversuch hast. Hä? Da weiß ich jetzt nicht, wie ich das... Ich war den Brainkopf kaputt. Wie es springen soll. Jetzt bin ich in deiner Perspektive. Also hier ist ja, hier ist ja machbar. Ich hatte den Blackout, ich hatte den Blackout. Hier ist ja voll machbar. Ja. Aber jetzt hier den, also ich bin... Einfach ganz nach vorne. Du musst hinter den roten Block da, der jetzt hinter dir ist. Was? Ja, ja, du musst da weiter, du musst... Keine Tipps, keine Tipps, keine Tipps. Nein, 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 nein. Hey, du hast tausende Tipps gekriegt. Mann, das musst du doch nicht verraten, G-Time. Ja, natürlich. Ich krieg doch meine Kraft nur, wenn jemand bricht. Dann lass ihn doch brechen. Aber ich werd ja nicht brechen, Bro. Doch. Bro, du hast dir den Daumen abgeschnitten beim Fortnite-Spiel, weil du gestorben bist. Das hat 5 Millionen Aufrufe gemacht. Ich kann meine Kinder dann damit aufs College schicken. Ich würd dir empfehlen, dir nochmal deinen Daumen aufzuschneiden, Alter. Mann, ich will deinen Daumen aufschneiden für Content. Marta, würdest du dir für... Ich würd dir gern deinen Penis aufschneiden. Was? Was? So, jetzt gehen wir noch vorne? Genau, jetzt geradeaus, genau. Immer weiter. Und dann ein Stück gleich nach hinten. War zu knapp. Für wie viel würdet ihr euch vom kleinen Finger die Fingerkuppe abschneiden? Für wie viel? Für Euro? Ja. Gar nicht, oder? Nein. Ich hab das ja schon gemacht mit meinem kleinen Finger. Das war ja genau der. Für eine Eigentumswohnung. Für eine nur? Bist du dumm? Für eine Eigentumswohnung in schöner Lage. Nee, ich würd mir die so für, weiß ich nicht, 30 Millionen abschneiden. Nein, nur die Kuppe. Nur die Kuppe. Die Kuppe vom kleinen Finger, die braucht doch keinen Arsch. Doch, ich schwöre, ich bin fast 30, ich hab die noch nicht einmal benutzt. 30 Millionen, dann kannst du mir direkt so eine mechanische Hand oder so kaufen, wenn ich will. Hä? Ich will einfach nur keine Miete mehr zahlen, dann bin ich schon zufrieden. Nein, du Pisser, sag doch einfach einen Betrag, Mann. Wie dumm bist du denn? 500.000, so. Zufrieden? Hä? Viel zu wenig. Nee. Max kann sich meine Fingerkuppe für 500.000 kaufen. Ey, Kevin, der Jump ist aber schwer, ne? Eigentlich, du musst nur nach vorne und dann das Stück nach hinten wieder gleich. Ja, aber das halt richtig zu timen, das ist ein bisschen eklig. Du musst dich drehen, du drehst dich immer sehr spät, glaube ich. So? So, ja, weiter nach vorne, weiter, weiter und jetzt zurück. Ah, okay. Bam. So, und da, ja. Wo ist der? Da, 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 der ist zwischen den roten. Ach, du hast fast. Digga, Mann. Wie viel Stadies hat die hier? Drei. Du warst jetzt auf der letzten. Ah, okay, easy. Und ich will wissen, ob das, ob das consistent möglich ist, was wir hier machen, oder ob da ein bisschen Glück mit rein spielt. Das ist möglich, Romatra. Nein! Doch, ist es. Wie viel ist es Skill und wie viel ist es... Oh, hab ich ein bisschen Glück gehabt hier. Nein, das ist... Also, am Anfang wird es dir wie Glück vorkommen, aber ich glaube, je öfter du die Karte machst und schaffst, umso besser wirst du mit der Zeit. Das ist wie bei, äh, hier, wie heißt das Spiel auf der Switch? Mario Maker. Da gibt es doch auch diese geisteskranken Level. Ich war auf Stage 9. Ey, bin ich jetzt schon weiter, bin ich jetzt schon weiter als, äh, Dings, als Sebo? Als Sebo noch nicht, nein. Sebo ist, ob ich auf der dritten Map. Aber man darf nicht mehr mit ihm reden. Sebo, sag mal was. Witzig, und er war der Typ, der zu mir gesagt hat, ich darf mich nicht muten während der letzten Challenge. Oh ja, gut. Oder? Ja, ja, stimmt. Und jetzt ist er seit 20 Stunden gemutet, Alter. Der ist durchgehend gemutet. Ich bin hier, Max, hier für dich zum Aufbau und ich bin an dieser Map jetzt schon 283 Mal gestorben. Das ist echt geil, danke, Mann. Ach, da muss ich durch. Ich raste aber gleich komplett aus. Kevin. Ey, du, Max, das ist doch, du bist doch richtig gut. Halt auf die Schnauze, ich muss mich konzentrieren. Oh, das ist sehr knapp. Das geht daneben. Hättest du nichts gesagt, hätte ich es geschafft. Eklig, ne? Hey, Trimac, freust du dich richtig auf Karneval? Okay, halt nicht. Ist gerade, glaube ich, im Bruch. Ach, das ist die Expertenkarte? Bist du gerade hier bei uns? Ja. Ja, kannst du gerne versuchen. Sebo ist mal wieder da. Er dreht sich. Sebo? Ich hab gedacht, der ist schon offline. Man darf sich nicht muten eigentlich. Ich sag mal so, wenn er die ganze Zeit gefeigt wird von diesem Dreckspiel. Es ist so frustrierend, wenn du nur an einer Stelle hängst und du weißt nicht, was du besser machen kannst. Ist halt nur eine Stage? Nein. Nein, es sind sechs Stages. Die zweite ist unmachbar. Ja, fuck, dann skipp ich das. Hä, die wird doch auch nicht gespielt. Bist du dumm? Banksy bin ich jetzt. Und du? Ich rede nicht. Okay. Danke. Max ist gerade richtig gut dabei. Ey, Kevin, das hier ist wirklich eine Scheiß-Map. Ist sehr gut. Ah, ist zu weit nach vorne. Warum ist die denn so scheiße, die Map? Man sieht ja gar nichts hier. Man kriegt ja so. Ich hab eine Rot-Grün-Schwäche. Das ist voll schlecht für mich. Du bist bei der Poker-Chip-Map, Rewi. Ja, ja, ich hab Rot-Grün-Schwäche, Digga. Ich kann das nicht so richtig erkennen. Man muss halt einfach im Block ausweichen, ne? Ja, Bro, aber wenn ich den nicht richtig sehen kann oder erst, wenn ich so eine Sekunde davor bin, ist der scheiße. Also, wenn alles grau ist. Das ist auf jeden Fall auch schon eine ganz gute Map hier. Hey, die saugt! Ich fühl mich echt wie ein Pro schon mittlerweile. Ich kenn die ganzen Stages auswendig. Ja! Oh, fast! Darf er das hier hochladen, Max? Ja, klar, ja. Als Gaming-Video auf einem Gaming-Kanal. Ja, als Gaming, das wir gamen. Okay. Oh, das ist ganz schön eng, das Loch. Aber ich komm da rein mit ein bisschen Spucke. Das ist ein richtig kleines, enges Loch, Kevin. Ey! Kannst du mich kurz teleportieren, Kevin? Ich bin gerade bei Trimax wieder am Zuschauen. Ich find's immer schade, dass er sich entscheidet, lieber neben das Wasserloch zu fallen. Ja, das ist dumm. Ich versteh nicht, also ich versteh's einfach alles nicht. Ich hab gedacht, er hätte nach so langer Zeit das Prinzip des Wortes. Ey, dieses Klackdreckige-Fecke-Loch. Also, Kevin, es ist alles cool und gut. So ist es auch geil, wenn man viele Sachen ausweichen muss. Aber wenn man nur durch einen Block durchmuss ist, ist es irgendwo... Ja, weiß ich nicht, ob das sein muss. Romatra. Ja! Du suckst richtig hart. Ja, das stimmt, Romatra. Boah, ich bin gleich schon Seite 2, wa? Nein. Weil es gibt zwei Seiten? Wie das denn? Hä? Bist du auch hier, Sebo? Ja. Und du hast alle geschafft? Ich hab alle geschafft bis jetzt. Ja, der geht in den Mute, Vollfokus und dann schafft er die. Ja, das ist ja verboten, Sebo, ne? Wenn man sagt, 50 Sub-Kipps. Nee, ich hab... Ja, ja, ja. Wir haben gesagt, beziehungsweise diese... Wie heißt die Kack-Map da? Diese Bolana-Map. Der Bora, der Experten-Map. Baldrian, genau. Ja, Baldrian-Map, genau die. Ja, was ist dann? Ja, da saß ich halt so lange dran und hab mich mega aufgeregt. Okay. Ich kann auch mal sagen, die ganzen Leute, die die Maps gebaut haben, ne? Nehmt euch das nicht zuerst, die Maps sind richtig schön. Nein, das sind richtig geile Karten. Ja, ja. Was baitet ihr dann jetzt hier mit dem Wasser an der Wand und man muss da nicht rein? Doch, musst du, aber du darfst nur abbremsen, nicht gegen die Wand. Oh. Hoffentlich entscheidet sich jetzt Max gleich für das Wasserloch. Hoffentlich entscheidest du dich dafür, einfach mal wirklich auch nur einmal heute Abend die Schnauze zu halten. Bitte nimm jetzt das Wasserloch, ja? Kann man skippen, Maps ja, ne? Ja, nimm's. Komm, bitte. Bitte. Ach, Mann, ey. Komm, ich mach jetzt mal eine andere. Er hat schon wieder den Stein genommen. Ich verstehe es nicht. Bitch, I'm stylish. Blacktop, bitch. Wir hören Billie Eilish. Und die Schnauze, der motherfucking Gebo, Alter. Seid ihr jetzt alle mit? Ist der Strobel? Ja. Wieso redest du nicht, du Idiot? Hä? Strobel? Ja. Du streamst so komisch irgendwie. Jürgen, ich bin gebrochen. Wie streamst du denn? Du warst nicht mute oder warst eine halbe Stunde ich mit deinem Chat geredet? Digga, ich schaff's nicht. Das ist dir so schwer, das Level. Ist es, ist es. Ich hab so Hunger. Ey, das Wasserloch ist doch zu klein irgendwie. Das habt ihr nicht bedacht, ne? Bei den Maps teilweise. Ich hätte gedacht, Revi ist besser. Hä, warum? Ich hab gedacht, der jammert nicht so viel. Das hab ich mir gehofft, persönlich. Ich hab gehofft, dass du gar nicht dabei bist, Romatra. Ja gut, Trimax. Weiter jetzt. Let's go. Auf geht's. Was machst du da, Steff? Nächste Stage. Weiter geht's. Äh. Hä? Du siehst es. Aber man kann keine Stage weiter gehen. Bam, nächste Stage. Das geht nicht. Aufsteh dich mal rein und mach an. Bam. Konzentration, Fokus. Coach. Okay. Ja, ich will kurz gucken, wie wir... Ja! Warte mal. Hast du's? Von wo kommt man denn hier runter? Boah, Ted, ey. Guck mal, und deswegen sind die Level gut, wenn du diesen Emotionsausbruch rührst am Ende. Oh Gott, war das krass. Und direkt in den nächsten Bruch, Max. Let's go. Kann man da drüber springen? Wir kommen so viele Brüche hier. Scheiße, ich hab den Chef Strobel gemacht. Kacke. Wie bist du da hingekommen, Chef Strobel? Fuck, ich hab den Chef Strobel gemacht. Scheiße. Warte kurz. Ich will gut. Fuck. Ich hab den Chef Strobel gemacht. Scheiße. Ich werde gleich einen deiner Bilder beleidigen, Kevin. Macht nix. Also, die werden den ganzen Abend hier schon durchbeleidigt. Die Maps sind kacke, die sind scheiße. Die sind verbuggt. Die sind nicht möglich. Die Leute sollen aus dem Team geworfen werden. Hä, wo muss man denn hier rein, Romata, bei dem nächsten? Ich versteh's nicht. Bei welchem nächsten? Weil ich schau mir grad mal die Map an, wie sie aufgebaut ist einfach, weißt du? Ja, verstehst du? Ich würde den da drüber springen, aber das... Hä? Bist du schon im nächsten? Also, man kommt da oben raus. Man fickt da... Hä, wo bist du denn rausgeflogen grad? Keine Ahnung, Bro. Aber wo muss man denn hier rein, dann? Äh, Max. Wo ist das, was du meintest? Ach, ja. Ein wichtiger Tipp. Wenn du immer wieder auf das Raumschiff drauf fällst, kommt da kein Loch rein, ne? Boah, es ist so schwer. Das schafft mir niemals, umwartrechte Sachen. Nee, klappt mir nicht. Ich hilf die Hand. Dann bist du da durch. Dann musst du wahrscheinlich hier wieder nach links. Und dann wieder da rein. Ich hab jetzt den Strobel gemacht, leider. Ach, ist das diese Arc-Map? Ja, ja. Ich bin noch drin gelandet! Ja, jetzt bist du drin. Jetzt ist Revi online. Willkommen, Revi. Das Nuttensohnwasser! Ja, war das. Hattest du das Clip gesehen auf Twitter? Hurenwasser? Nudtensohnwasser? Ist doch auch interessant. Hä, ich respawn die ganze Zeit. Ja, das funktioniert nicht ganz gut. Weil du stirbst. Scheißgeier. Ich versteh's nicht. Ich schenke hier auch keinen Tipp. Fah, mit der Fah. The whole club is lockin' in the hand. Ja, den find ich geil. Doch, mach noch mal. Warte kurz. Oh, ich weiß nicht, wohin hier. Ach, ist das... Nee, irgendwann hör ich gleich auf. Hör überhaupt mehr. Oh, ja! Ich kann ja einfach aufhören. Ich hab's doch schon geschafft. Ja, aber die 50 Subkits hättest du gerne. Oh, das ist ein Wasser! 50 für dich jetzt erhöht. Das ist ja scheißegal, Alter. Ich glaub, sobald der Strobel aufhört, hab ich noch, keine Ahnung, nicht mehr lange. Nee, also wenn ich hier alleine dran sitze, ist es vorbei. Ich glaube, Max könnte sogar auf 100 Subs gesucht gehen. Ihr werdet diese Map nicht schaffen. Uh, hört ihr das, weil ihr so shit seid? Er beleidigt euch. Nee. Wisst ihr warum? Es sagt nicht, dass die shit sind. Die sind gut, aber die Map, da brauchst du schon... Oh, ich hab's! Schiffschrubbel, was machst du da unten? Wo ist jetzt das Wasser? Ich weiß nicht mehr, ich hab' ich geb' auf. Schiffschrubbel, du gibst jetzt auf. Ich weiß es noch nicht. Wie im Clash of Clans und Clash Royale-Projekt und bei Minecraft, Craft Attack auch. Ich kann doch die Map spielen, die ist dumm krass. Ey, ne, bis die Map hier geladen wird, ey, das ist unfassbar. Das ist eine Nuttensohn-Scheiße hier, Kevin. Das ist eine verdreckigte Nuttensohn-Scheiße hier. Das ist eine unverschämte Person. Ich bin Seite 2. Ja, das hier darf man keinem antun, Kevin. Hiervon kriegst du wirklich paranoide Schizophrenie. 4x5? Falsch. 5x9, schnell. 5x9, bitte, schnell. 5x9? 45. Minus 1 sind 44. Ich hab 44. Digga, man kriegt hier paranoide Schizophrenie von dieser Map. Hallo? Ja, ja, ich weiß, du musst auch eine Warnung machen. Du darfst das nicht streamen, du wirst auf Twitch gebannt. Digga, ich fühl mich hier, ey, 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 bro, das tut richtig weh. Du musst Epilepsie-Warnung machen. Du musst Epilepsie-Warnung machen. Hast du gemacht? Kriegst du uns ein Permabon auf Twitch? Geht, passiert das wirklich? Also, ja, ich setz mich dafür ein, weil ich Twitch finde ich. Dreckiger. Nun. Ein Wasserblock! Kevin, du nimmst ihn in den Mund! Ich seh' nichts. Ja, dein Bauteam hat wirklich, also... Ein Block? Ja, der ist bei dieser Schwarz-Weiß-Map. Wo du unten diese vier Wasserblöcke hast, weißt du? Ja, ja, klar, weiß ich doch. Die war doch schrecklich, oder, Max? Die war doch super easy, die war easy. Die war free sogar, würde ich sagen. Halt's Maul, Digga, du fucking Ogre. Ich muss... also, dass du überhaupt in der Lage bist, mit deinen Riesenhänden eine scheiß Maus zu halten. Geil, oder? Sebo left the game? Dembo? Ey, ich brech mir hier die Beine wirklich weg. Ist der gerage quittet? Mein Bein tut so weh. Ist Sebo gegangen? Ja. Ey, wenn ich mentalen Schmerz erfahre, tut mein Kreuzband mehr weh. Ah, das hast du ja auch noch. Ja, und das ist wegen deinem scheiß Event. Und du hast gesagt, du kaufst mir einen Rollstuhl, du hast nichts dafür getan. Was ist denn ein Rollstuhl? Du hast gesagt, du kaufst mir einen elektrischen Rollstuhl, ich soll dir ein Angebot schicken. Hast du nicht gemacht. Hast du mich einfach im Riss gelassen. Du hast nicht einmal gefragt, wie es mir geht. Weil bei deinem scheiß Event der scheiß Rasentuhl beschissen war. Du scheiß Kerl. Alle hatten da keine Probleme mit dem Rasen. Halt's Maul, dein Bruder hat einen Meniskusriss, was willst du? Der wurde umgegrätscht von hinten. Mann, Alter, Marius angeschrien hat einen Kapselriss gehabt. Maxi war jetzt nicht wehgetan. Du Arsch. Rasen. Aber Hugo hat sich nicht verletzt, oder? Doch, der hat 200 Bälle gegen den Kopf bekommen, Digga. Ich hab mich eben von der... Alter, weißt du, mit wem ich eben gestreamt habe, ganz kurz? Weißt du, was eben jemand zu mir gesagt hat? Willst du es wissen, Trimax? Die militante Veganerin hat eben Folgendes zu mir gesagt. Ja, Digga, die wollte ich auch erreichen. Weißt du, was sie zu mir gesagt hat? Hä? Ich bin ein Vergewaltiger, weil ich Tierfleisch esse. Ich bin nicht ein Vergewaltiger. Hat sie so gesagt? Ich wollte mich ja auch mit ihr unterhalten. Hör mal zu, die will ja aufmerksam machen. Richtig, die schreit, die schreit nur. Ich will mich auch mit ihr über meinen Essenskonsum unterhalten. Digga, die hat, hör mal zu, die will ja aufmerksam machen und so. Die hat auf Twitter, Instagram, überall Nachrichten aus. Man kann die nicht erreichen. Was ist das denn? Ich hab sie gefragt, okay, glaubst du, dass die Menschheit genauso hochentwickelt wäre wie jetzt, wenn wir einfach nur pflanzlich uns ernährt hätten? Hat sie gesagt, nein. Und das ist voll die provokative und dumme Frage. Ich sag so, hä, warum ist das provokativ? Ich wollte es einfach nur wissen so. Und dann hab ich so gefragt, wie es mit Leuten aussieht, die, keine Ahnung, Unverträglichkeiten haben, Soja und sowas und Leute, die, also es gibt ja auch bestimmte Krankheitsbilder, wo angeraten wird, sich nicht pflanzlich sogar von Fleisch zu ernähren. Richtig, Max? Richtig. So, hat sie gesagt, alle Ärzte haben Unrecht, sie weiß es besser und das ist Fleischlobby und alles dumm. So. Und dann, und dann hab ich gesagt, Digga, okay, ich war selber vegetarisch, vegan, alles entspannt. Ja, warum bist du jetzt nicht mehr? Ich so, ja, weil, also ich bin mir meinem moralischen Ding vollkommen bewusst. Und dann hat sie gesagt, ja, so wie ein Vergewaltiger auch. Ich sag so, willst du jetzt sagen, dass ich Vergewaltiger bin? Ja, weil das Tierlet ist gleich zu setzen mit Vergewaltigung. Digga, da hört's doch dann auf. Also du kannst doch nicht, du kannst doch nicht die Opfer von Vergewaltigung so ekelhaft, also das ist ja, das ist ja krank. Das ist ja militant hin oder her, das ist ja. Das ist einfach nur wack. Das ist wack. Sie ist ja auch komplett Spezifizismus. Falsch ausgesprochen, du weißt, was ich meine, ne? Ja, ja. Weil man, äh, man hat die, man hat die Macht, eine andere Spezies zu unterdrücken, sollte es aber nicht machen, ne? Mhm. So, jetzt, was wäre, was wäre, wenn Aliens hier auf dem Planeten landen? Aliens! Aliens, wie du sie nennst? Ja, Aliens hier auf dem Planeten landen. Ja. Und so richtig, so wie Krieg der Welten oder irgendwie so einfach komplett die Menschheit niedermähen. Weißt du? Darf man sie nicht sehen. Viel krassere Technologie, alles. Die wär einfach richtig sauer auf die Aliens, weil sie ihre Macht ausüben. Hey, da ist ein unkönnerer Block. Die wär richtig sauer, die wär richtig pisst, weißt du, was ich meine? Die wär moralisch einfach richtig pisst gegenüber den Aliens. Hä? Also, Bro, guck mal, vor allen Dingen, also, selbst wenn ich jetzt gerade Vegetarier noch wäre oder Veganer sogar, ne? Ja. Ich find ja, ihre Mission, sagen wir alle, haben wir gar kein Problem mit. Leute vom Veganismus zu überzeugen, ist ja partout nichts Schlechtes. Punkt. Aber so weit komm ich nicht, Digga. Ich bin einfach aus dem Call geworfen worden, weil ich angeblich nur da bin, zu provozieren. Hä? Du hast einfach rausgeworfen. Digga, die hat mich und Hugo gemutet einfach. Wie? Und mit wem hat die sich dann unterhalten? Ja, mit so einem Siebenjährigen. Hä? Du hast abgelenkt, Revenzeit. Ja, ich weiß. Ach, Digga. 27 Tode bei so einem Rotz, ne? Ich bin aber auch scheiße manchmal. Ich hab so Hunger, da kann man sich nicht, kann man sich nicht konzentrieren, ne? Ja, dieser Clip, wahrscheinlich, wo sie das zu mir sagt, wird eh auf TikTok wieder 900 Milliarden Aufrufe bekommen, Digga, und dann realisiert sie erst zu wenigstens. Und dann verdienst du damit, dann verdienst du damit. Ich versiehe damit gar nichts, weil jetzt schon irgendein Siebenjähriger aus seinem Kinderzimmer mit verschwitzter Benjamin Lübens in einem Wichsdecke schon wieder hochgeladen hat. Machst du nichts, Digga, machst du nichts. Kevin, hilf mir mal hier bitte, teleportier mich mal kurz, ja? Ähm. YouTube-Studio hat ja groß angekriegt, dass man jetzt mit Shorts auch Geld verdient hat. Ja, das ist 2 Cent. Du kannst eine Million Aufrufe machen und kriegst 12 Cent. Du fliegst recht rein, weiter nach vorne dann? Ja, ja, ich weiß. Guck mal, ich geh rein, so, ich bin drin. Ja, warte, war zu weit. What the fuck? Jetzt nur ein Stück. Nein, nein, guck mal, du gehst einfach ein Stück weiter nach vorne. Mhm. Und dann, wenn du dahinter bist, dann direkt weiter nach vorne. Kann ja rückwärts rein eigentlich hier, ne? Kannst du auch, so hab ich's auch immer gemacht. Ja, und dann? Digga, was geht denn jetzt? Aber, also, dann musst du quasi nach vorne. Also, ich würd nach vorne gehen, weil du bewegst dich nach vorne schneller als nach hinten. Hä, du meinst jetzt so? Mit Drehung? Man kann es nicht schaffen. Und dann gehst du wieder, ja genau, ein Stück nach vorne, sodass du da durchkommst und danach durchgehend nach vorne halten, dass du, bis du im Wasser dann bist. Versuch ich ja die ganze Zeit, aber irgendwie geht's nicht. Boah, Digga, ich kann nicht mehr wirklich. Ich komm nicht mal in die Nähe des Lochs. Noch nicht mal in die Nähe. Guck mal, Kevin, weil ich komm nicht dran. Siehst du das? Ja, du bist aber jetzt zurückgegangen. Du musst quasi, wenn du da in diesem Loch bist, durchgehend am besten immer nach vorne gehen. Das heißt, wenn ich jetzt hier einmal... Ja, mach das so, wie du das jetzt gemacht hast. Aber nur, dann fall ich ja wieder gegen diese Wand. Ja, du darfst nur nicht zu weit nach vorne. Warte mal. So, jetzt musst du... Genau. Also, ich schummel mich jetzt durch die Arc-Map, weil ich sterbe irgendwie nicht, obwohl ich einen Dropper-Mode anhab. Dann mach den doch nochmal aus und wieder an. Nein. Würde ich doch auch nicht machen. Nicht schummeln. Hey, ich hab so geschwitzt auf der Arc-Map. Hey. Hä? Ja, Kevin, die fuck mich ab, ne? Ich kann hier nicht mehr reingucken. Ich krieg so Schmerzen in meinen Augen. Ich komme nicht in die Nähe. Ich komme nicht in die Nähe. Ja, und jetzt durchgehend nach vorne. Mach ich doch! Mach ich doch! Hilfst du denn den fiesen, doofen Revi? Hilf doch mal mir. Ey, du warst aber richtig gut. Oh Gott. Was ist das denn? Revi ist bei Balrog. Oh ja. Das ist die schwerste Map. Enjoy. Is die wirklich? Ja, friss Scheiße. Balrog wird dich brechen. Der hat schon die eine Map geskippt. Die hat ihn gebrochen. Ach Digga, ich bin wieder im Scheiß-Mode. Wo ist denn hier das miese Loch von dem? Kevin. Du musst durch den Mund. Scheiße, ich bin runtergefallen. Also Trimax hat alle Karten bis jetzt geschafft. Bis auf die Unrailt halt. Die zählt aber ja nicht dazu. Revi baut die Map ab. Darf man das? Nein. Chef und Romatra sind weg. Ja, die sind gebrochen. Die sind weggegangen. Ich will nur was probieren, Kevin. Warte. Wenn ich jetzt... Wieso schreiben das die Leute? Das mache ich gar nicht. Ich gucke mir die nur an. Ich bin so cool. In jedem Chat wird gerade gespammt. Du baust die Map ab, Revi. Das stimmt nicht. Ach du Scheiße. Ich habe einen Dropper-Mode. Ich habe die Map gerade geschafft. Äh, einen Dropper-Mode. Zählt nicht. First Try geschafft. Zählt nicht. Ey, Bro. Wo hat der Balrog den Arsch? Second Try wieder geschafft. Wow. Bin ich krass. Nicht mal ansatzweise in der Nähe davon. Du musst quasi in den Po springen, den Drachen. Ehrlich jetzt? Da ist aber kein Loch. Doch doch. Der hat kein Loch im Arsch. Ach, im Maul ist das Loch. Da. Scheiß Max. Ah, da muss ich rein. Okay. Ich bin nicht Scheiß Max. Doch. Du bist Scheiß Inside. Oh ja. Ich habe Scheiß Inside, aber du bist Scheiß Max. Hey, wie sehr freuen wir uns auf Karneval, Try Max? Ich bin dieses Jahr nicht Karneval. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Willst du nicht Karneval feiern? Kommst du dieses Jahr nicht? Ja, Scheiß drauf. Dann werde ich ohne dich feiern. Dann werde ich dir aber wenigstens FaceTime, wenn ich voll bin. Wann ist Karneval? Unter der Woche. Ja, Bro, Max. Lächerlich. Lächerlich. Das heißt unter der Woche. Ja, jetzt nächste Woche. Max, du hast letztes Jahr versprochen, dass du kommst. Lieber Dropper spielen. Zu Hause streamen, ne? G-Time. G-Time. Ja, bitte. Ja. Kannst du den Server online lassen für mich? Nein. Für dich online lassen? Ja. Willst du die ganze Nacht weiter dran machen an der Map? Ich höre, das ist jetzt der Content für meine nächsten Monate. Ich werde dir nicht aufhören, bis ich diese scheiß Map geschafft habe. Echt jetzt? Ja. Ich werde dir nicht aufgeben. 50 Subgifts. Bleiben stehen. Ja, die hole ich mir. Ist mir scheißegal, Alter. Ich hole mir diese. Wenn ich morgen noch dran sitze, übermorgen. Ist mir scheißegal. Du holst dir die 50 Subgifts. Ich hole den Sch*** zu dem Mund. Entschuldigung. Also, der Server ist für einen Monat bezahlt. Du hast einen Monat Zeit. Okay. Oh, ja. Gefällt mir, Romatra. Endlich mal. Warum macht Chef Strubbel sowas nie? Nie macht Chef Strubbel sowas. Nie. Der ist jetzt fullmute. Der spielt jetzt Malorant. Ich war gerade in Stage 4 von 6. Warst du? Ja, ich war in Stage 4 von 6. Aber sagst du auch, mittlerweile wird die immer machbarer? Ist immer noch absolut beschissene Map. Aber ich schaff das. Ich bin so am Rasieren. Mich kann nichts mehr aufhalten. Doch. Das Ding ist halt, ich nehme auf sieben. Könnte sein, dass du jetzt einfach zum Beispiel einen Herzinfarkt bekommst. Oder so ein Kopfaneurysma oder so. Da haben wir dein Gehirn exklariert. Digga. Das Gorilla-Hirn. Mich kann nichts mehr aufhalten. Doch. Stromausfall, Internetausfall, Finanzamt. Oh, Finanzamt ist ein guter Call. Finanzamt kann ich so sehr aufhalten. Die haben schon so viele Leute aufgehalten, das Finanzamt. Wieso sollte ich mir ein Minecraft-Spiel aufhalten, hä? Die fänden deinen scheiß PC. Ich, Digga, ich mach jedes Jahr zu viel Steuern zahl ich. Das wissen die ja nicht. Die sind dumm. So. Das ist voll nice, Kevin. Gemacht, wirklich. Freut mich, dass es dir gefällt. Ich find's auch gut. Mir gefällt es mehr als Revi. So, nochmal rechnen, bitte. 6 mal 9. 54. Minus 1, 53. Ey, wie kann ich denn so scheiße sein in dem Spiel? Sembo? Sembo ist wieder fullmute. Ja, ich werd einmal sagen, er soll nicht fullmute sein. Sag ich kurz. Mir käme so rutschen. Digga, ich werd so sauer. Ich werd so sauer. Ich will mich... Revi cheatet. Hä, nein? Wo denn? Zeig mir einen Clip, wo ich gecheatet hab. Man kann ja gar nicht cheaten. Du hast die Map abgebaut, du Pissschwanz. Was hab ich gemacht? Du hast die Map abgebaut. Pissschwanz. Bitte? Sebo? Ja? Nicht muten. Ich bin gerade dabei, mein Minecraft zu fixen. Dann bin ich im Mute. Ah, okay. Dann darfst du. Danke. Tschüss. Ach, Kacke. Wisst ihr, wen ich hier ganz doll drin sehe? Montana Black im Dropper. Nee, der hat da keinen Bock drauf. Keine 10 Pferde kriegen, wenn der den Modus hier spielt, oder? Ja, ich glaub, wenn der 50 Sub gibt, ist er dabei. Echt jetzt? Klar, 50 Sub gibt's für Mute. Ist doch ne Menge. Muss man überlegen. Manchmal bleibt man auch so fett irgendwo hängen, obwohl man einfach nicht hängen bleibt. Verstehst du? Weil du ein Fettkopf bist. Romatra, dein BMI ist deutlich höher als meiner. Oh. Nee. Oh. Romatra hat ganz viel abgenommen. Scherz-Strofe auch. Keine Ahnung, was da los ist. Die waren beide beim Boxen in der Prime und jetzt ist es richtig Arschritze. Durch meinen scheiß Kreuzbandriss bin ich so gefickt, Alter. Ich bin so gefickt, Max. Ich hab so viel abgebaut. Ich hatte so ne tolle Figur. Mir ging's so gut. Jetzt hab ich hier fucking Depressionen. Du rast immer aus wie diese Aliens von Men in Black. Halt, Maul, Romatra. Ich rede mit Trimax. Hier reden grad Leute, die in irgendeiner Welt mediale Relevanz erfahren im Gegensatz zu dir. Hör auf zu sprechen. Hör auf, Romatra. Der braucht nur anfangen zu reden und jeder rastet aus. Ich kann absolut nichts dafür, dass du aussiehst wie die Aliens aus Men in Black, Alter. Digga, du fuckst mich so ab mit deiner letzten Stimme. Du fucking goofy looking E.T. Klon. Halt den Mund jetzt, Romatra, mit deinen knöcheligen Fingern. Du hässlicher, Digga. Du hast an Karne was die hässlichste Frau der Welt vor drei Jahren gebumst. Und alle haben's mitbekommen. Die hat danach gekotzt, Alter. Das reicht jetzt mal, Romatra. Halt jetzt mal bitte den Ball flach, wirklich. Scheißkerl, Digga. Denkst du, du bist ein Kommunist und bist der größte Kapitalist? Ich will ne Eigentumswohnung. Halt's Maul. Halt's Maul. In guter Lage, in guter Lage, Revi. Ja, in guter Lage. Ich will eine schöne Aussicht haben. Junge, lutscht doch so Sippy, Romatra, wirklich. Ey, Z-Max und Hamed Loco machen einen Boxkampf. Z-Max macht einen Boxkampf, hallo. Echt? Ja. Würdest du sagen, Chef Drobel besiegt Z-Max? Chef Drobel kann sich nicht mehr selber besiegen, Alter. Der schafft sich nicht mal TikTok zu besiegen. Digga, Chef Drobel. Also wirklich, hat sich dein Cutter für TikTok gesucht und jedes TikTok 14 aufrufe? Ich glaub's nicht. Ja, aber dafür kriegt er halt auch nur drei Euro pro Video. Ich kann ja kein Cutter nichts für, Digga. Nein, es liegt ja, es liegt ja, der Cutter macht dir das Beste aus dem Content. Aber es liegt ja an Chef Drobel. Ey, warst du das immer noch, Romatra? Ja. Ich bin bei Try 500. 87. Hast du mitbekommen, was er gesagt hat, Chef Drobel? Mhm. Der Server ist einen Monat lang off. Romatra wird das so lange machen, bis er es geschafft hat. Und, ja. Hörst du das, Chef Drobel? Die militante Veganerin hat gesagt, dass Trimax ihr eine E-Mail schreiben soll. Eine E-Mail! Eine E-Mail. Ja, dann wäre gut, ich werde einen Fax rüber schicken. Nein, Bro, einfach mal ein Einschreiben hinschicken. Ey, Chef Drobel? Mhm. Es tut mir so leid, dass ich letztens mit Willy über dich gelacht habe, über dein 22 Euro Einkommen. Schon wieder? Ja, es war bei Sattahogo drin. Diesmal stand da 22 Euro, nicht irgendwie 37, sogar weniger. Ey, wie lebt er von Witze zu recyceln? Lass ihn in Ruhe. Hä, das hab ich... Ach, komm. Komm. Bro, Willy hat angefangen zu lachen, ich musste mitlachen, Romatra. Ja, aber es ist auch, es ist einfach giga falsch, Chef Strobel verdient fucking fünfstellig. Wann aktualisiert die Seite denn mal? Fünfstellig? Ja, das ist die locker... Ich sag von Chef Strobels Reichweite in Deutschland. Also von allen Leuten, die so... Die gleiche Reichweite haben von Chef Strobel, gibt es niemanden, der so gut verdient wie Chef Strobel. Ja, aber weil der auch so Saugplacements immer macht. Ja, der networkt auch überall rein und so, weißt du? Der geht einfach so auf so Branchenpartys und so ne Scheiße und lutscht denen da allen übel den Schwanz und kriegt dann voll die krassen Placements. Und ich denk mir so, Digger, was? Hey, kennt ihr mich von Trimax? Der spielt dann irgendwie so ein... Der spielt dann irgendwie ne Stunde Fortnite und kriegt dann irgendwie 3000 Euro oder sowas. Ich versteh das nicht. Oh, geschafft. Ich sag wirklich, von allen Leuten, die von Chef Strobels Reichweite verdient er in Deutschland am meisten. Wirklich jetzt. Und dann zeigt die Seite, dass er 50 Euro die Woche verdient. So eine Scheiße. Das ist einfach nur gelogen. Der geht auf jede scheiß Branchenparty. Ähm. Dieses Huchen. Ja, ich hab halt ab und zu Lucky Placements, Joe. Lucky Placement nennst du das? Ja, wenn dir... Bro, du triffst dich drei Monate mit dem Typen jedes Wochenende. Und dann sagst du, oh, ich hab mal ein Lucky Placement. Du fährst zu dir nach Hause, alles, Digger. Ihr trefft euch, ihr geht essen. Das laberst du mit dem Scheiß. Du schweißt alles, Alter. Das labert ja. Lucky Placement, Digger. Du gibst Arsch für 20 Euro, Chef Strobel. Ja, was ist so eine Scheiße. Max lacht mich noch aus, dass ich sag, ich geh auf die Senderburg-Party und es hat echt was gebracht. Hä? Ja, also, ich brauch einen neuen Headset-Partner. Ich brauch einen neuen Headset-Partner. Ich kann mir der Fußball-Challenge beim Training nicht mitmachen. Und dann geht er auf irgendeine Büro-Party, wo alle Anzüge tragen, lutscht da irgendwie zwei, drei Stunden rum und hat fünf neue Langzeit-Placements. Das ist Schwachsinn. Ich hab erst mal die Fußball-Challenge gewonnen, dann bin ich da hin, hab dann echt tief in den Hals genommen und dann auf einmal... Das war übel random. Ich hab mit Alex geredet und da hatte Alex da schon mit jemand geredet und er war mega korrekt, da haben wir uns da unterhalten. Und jetzt... Und dann hat er dir 7000 Euro gegeben. Und jetzt krieg ich richtig nice Sachen. Ja, das kann ich schon verstehen. Also, wenn da jemand... Ich mein, das sieht ja auch nicht schlecht aus, wenn da jemand Interesse hat, weißt du? Aber tut das nicht weh? Du bist schon lange in der Industrie... Oder ist das so ein Ding, sag ich mal, das... Also, spürst du das gar nicht mehr? Auf den Branchen-Partys ist das so ein Ding mit Chef Strobel. Wie hört man das nicht mehr, Chef Strobel, irgendwann? Das ist so ein Schwachsinn, Alter. Du bist so, weiß nicht, so 56 Jahre alt, bist du da im Vorstand von Unternehmen, hast auch mal Bock auf einen jungen Hüpfer. Ach, man kann doch sagen, was man will über unsere Branche. Branche, Branche. Dann kriegst du halt so ein Strobel. Also, ich sag euch jetzt, guck mal, ich hab noch eineinhalb Jahre oder zwei Jahre ohne Management was gemacht. Branchen-Strobel. So. Natürlich hast du... Jetzt sag ich euch mal zwei Spiele, was maximal dumm ist. Da wär ich angefragt für ein PUBG-Mobile-Placement. Da fragen die mich, ja, was ist meine Rate? Ich denke mir so, PUBG-Mobile, die haben ja viel Geld. Dann sag ich denen zum Beispiel, einfach sag ich denen, wir haben nicht für mich für zwei Stunden streamen. Dann sag ich denen, ey, okay, ich würd 6.000 Euro nehmen. Dann sagen die, ja, oh, ein bisschen viel, wir können dir 5.000 geben und 500 Euro extra, wenn du's an dem Tag streamst. Dann sag ich, ja. Dann denk ich dir so, hey, what the fuck, ich hab mir irgendeine Zahl ausgedacht. Digga, das ist ja unsere Branche, da kann ich nichts dafür. Wenn die Leute das zahlen, dann zahlen die das halt. Und ich nehm's dankend an. Wie ein LEU. Ekelhaft. Ekelhafter Typ, wirklich. Du bist wirklich richtiger Staubsauger-Vertreter. Saugstrubel passt schon zu dir, wirklich, du saugst überall. Ja, du saugst. Der hat damals jedes Mal Vorwerk gekauft, weil die hier vor seine Haustür gekommen sind und gesagt haben, ja, kauf mal einen Vorwerk-Staubsauger. Weißt das lustig ist? Ja. Das stimmt. Das hab ich dann auch mal reingezogen. Aber... Okay. So lustig war jetzt... Ah, okay. Revi, tut mir leid. Ich kann 100 Immobilien haben. Das ist leider so. Das wirst du auch nicht erreichen. Es kann wirklich nicht jeder 100 Immobilien haben. Das würde einfach nicht aufgehen, die Rechnung. Das Ding ist, ich will einfach... Ich würde es mir so sehr wünschen, aber es geht einfach nicht. Also rein theoretisch würde es gehen. Nein. Nein. Also theoretisch. Hä? Nein. Wer soll denn da in Wohnen? Nein, theoretisch. Wie soll es in Theorie gehen? Die Theorie geht doch gar nicht. Wenn wir die kompletten Planeten vollbauen würden, könnten wir jeden Menschen 100 Immobilien geben. Nein. Das gibt nicht so viel, so braubare Fläche. 100%ig. Also dann denkst du, dass wir auf dem Wasser bauen und so, oder was? Ja, ja, alles. Und 3-Stück und 20-Stückfach. Krass, der lebt richtig krass so in der Zukunft, wo er denkt, dass du... Ja, ja. Theoretisch geht's. Die werden halt alle unbewohnt, ne? Ich kann nicht weiterspielen. Geht nicht. Also mein Ziel ist einfach, bis ich 40 bin, zwei Immobilien haben. Ist dein PC broken oder was, Sebo? Was? Ich weiß nicht, was los ist. Mein Ziel, der funktionierte noch alles, zwei Mehrfamilienhäuser. Und dann Immobilien will ich haben. Nein, ich will zwei... Seid mal leise, Sebo hat doch ein Problem, Mann. Können wir euch mal um einen Freund. Einfach durch Minecraft ist der jetzt broken, der PC. Ich weiß, es leckt auf jeden Fall. Ach ja, die 40, 80 ist am Gammel. Nur in Minecraft oder leckt das in allen? Nur Minecraft. Ich habe vor zwei Stunden Hogwarts gespielt. Schaut mal... Warte, pass mal auf, warte mal. Was hast du? Hast du Minecraft offen? Ich habe Minecraft offen. Mach mal Options. Ja. Dann gehst du in Video Settings. Grafik, ja. Dann Ava, also andere. Wann ist Super Bowl? Ava. Sonstiges? Drei Uhr, du Schwanz. Und was hast du da für eine Scream-Resolution? Hä? Hört mal auf, Sebo, Problem, Leute. 1029 mal 1080, 144. Okay, gut. Dann hast du auch schon mal eine richtige Auflösung. Dann weiß ich leider auch nicht mehr weiter, was das Problem ist. PC-Neustart wird alles fixen. Ich will es schaffen, Engels und Völkers zu verstandeln. Es tut mir wirklich leid, Sebo. Sebo, wenn du auf OBS schaust, Mann, hab mal kurz die Fresse, Sebo. Wie viel CPU-Auslassung hast du in OBS, wenn du in dein Feld reinguckst? Wie viel Prozent steht da links unten? Ach, die Eiffelturm, Dreckskacke. Hab ich nicht mal drin. 19,5 Prozent. 19,5 Prozent, Sebo. Ja. Start dein PC neu. Ich habe 1,1 Prozent CPU-Auslassung. Neustarten, neu starten. PC-Neustart, das ist gefickt. Ich glaube, Sebo, hören wir kurz zu. Ich habe das Problem auch ab und zu, wenn ich Wälder und Spiele. Ja, ich klutsche gleich ein. Ich weiß nicht, ob das ein OBS-Problem ist oder OBS-Problem ist oder ob das an irgendetwas liegt, aber manchmal stimmt dann OBS rum, nimmt sich irgendwie zu viel Leistung von der CPU und dann habe ich auch immer 20 Prozent CPU-Auslastung und dann können die 60 FPS nicht übertragen werden und deine CPU läuft auf 100 Prozent. Das Problem habe ich ja auch schon öfters gehabt mit OBS. Ich sage, das ist ein Problem mit dem OBS-Programm, wenn man über die Grafikkarte streamt. Sage ich. Auf jeden Fall startet PC 0, dann sollte deine CPU-Auslastung wieder bei 1 Prozent sein. Ich lutsche gleich wirklich. Ich nehme mir den Mund. Ich dachte, er macht ja auch schon Hunde-Geräusche. Saftig, naftig. Guck mal, wie er denkt, er ist Monte, krass. Hä, bist du dumm? Hä? Ob das denn was mit Monte zu tun hat? Einmal sein Haus irgendwie renoviert. Bruder, fucking Fanboy. Nur weil du jeden scheiß Stream von ihm guckst und weißt, wer den Sound sehr run macht, du dreckiger Alter. Hä, ich weiß, jeder weiß, dass Monte saftig-knaftig sagt. Hast du gesagt, Monte ist ein Hund? Ja, okay. Was? Hoffentlich wundern, wenn dir demnächst mal einer reinhaut. Hast du gesagt, dass du aussiehst wie Kylo? Wuh! Ich finde, Kylo sieht witzig aus. Ich mag den irgendwie. Ja, ich bin auch immer witzig, wenn der einfach so random vom Tisch springt. Der auch, der, auch wenn der, ähm, schläft, dann schnarcht der so witzig. Oder wenn man über die Gassi geht und der rennt, dann atmet der auch so witzig. Ich finde, ich finde alles, alles witzig irgendwie. Ey, ich fetz hier gleich wirklich mir eine Faust rein, ne? Magst du? Zum Beispiel, zum Beispiel, ähm, Revisod ist gar nicht witzig. Halt's Maul! Nein! Der ist, der ist einfach, äh, wunderschön und süß, aber witzig ist er nicht. So wie ich, oder wie? Ich hab's raus, äh, 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 Dingens hier. Wie heißt's? Chef Schrobel. Wie ist das so? Stell deine Empobie auf 30 und dann mach noch Optifine an. Halt's Maul, ich hab kein Optifine. Nee, das zählt ja nicht mehr. Romatra ist so am Tryharden bei dieser Welt. Aber ich schwör, das, ich glaub, man schafft es echt nicht. Ey, das ist, Kevin, wirklich, also ich, Kevin, du kannst mir nicht erzählen, dass das hier jemand getestet hat. So? Du kannst mir nicht erzählen, dass sich da jemand hingesetzt hat und gesagt hat, ja, Stiftung Warentest, alright. Die, die hab ich auch alle getestet, die Maps. Mann, Kevin, dann mach es mir jetzt vor und zeig mir, wie du hier reinspringst. Was, welche Map denn, Revens heißt? Flugzeug-Scheiße! Oh Gott, der, äh... Was, da bist du, das ist doch voll easy! Das ist die Rentner-Map! Bro, beim zweiten Mal helfe ich nicht, was ich mache! Hä, wieso spielst du jetzt die Rentner-Map? Was muss ich jetzt hier machen, Kevin? Ich versteh's nicht. Also, ich mach die jetzt. Ich hab's geschafft. War so easy. Ja. Rentner zum Millionär. Also, Marc, wie du die Eiffeltur-Map spielst, ist bodenlos. Wie du Valium spielst, ist bodenlos. Und du bist hodenlos. Fimmt nicht, ich hab Trimax Eier schon gesehen, als er geschlafen auf dem Mykonos, hab in seine Hose geguckt. Scheiße. Da geht's. Ich würde dir so echt zutrauen. Normalgroße Eier halt. Ja, Marc Eggers wollte die sehen. Und dann haben wir die geguckt halt. Ja, sieh's. Hä, ist das stimmt? Ich sag noch, wenn ich... Ja, ich hab noch gesagt extra, wenn ich penne, schaut nicht meine Eier an. Max ist sehr empfindlich, wenn er andere Schwänze sieht. Ja, das stimmt. Ich mag das gar nicht. Als wir alle whirlpool nackt waren, war das Max ganz unangenehm. Ich geh dann. Ja, war auch, als wir Finnland einen Sauna gemacht haben, da waren Otto, ich und der Guide nackt. Und dann ist Max direkt ganz schnell weg und Niki auch. Wir reden noch über Spiel. Wir hatten gerade Fußballspiel zu Ende. Wir waren 10 Sekunden in der Kabine. Chef Strubel hat instant seine Boxershorts ausgezogen und steht die ganze Zeit da einfach nackt rum. Und alle unterhalten sich noch über das Spiel und die Highlights und was cool war und was nicht das heiße Game war. Und Chef Strubel hinterhält sich da einfach nackt. Ich hatte aber ein Handtuch um, Digga. Was liebst du denn? Ja, Digga, hast du nach drei Minuten umgezogen. Du hast einfach da nackt gechillt die ganze Zeit. Super stressig. Du bist so ein Extremismus. Ich find das super stressig und komisch. Dann ist da noch mein Bruder, der hat ja nicht mitgespielt. Der kam da in Winterjacke rein und alles. Und alle richtig dick eingepackt in so Winterklamotten und Jacken. Und du stehst da einfach nackt und redest so, ja, oder die eine Chance. Wo ich dachte, den krieg ich nicht mehr. Hab ich noch bekommen und sowas. Ja, keine Ahnung. Ich mag das überhaupt nicht. Machst du auch mit Absicht, ne? Gar nicht. Ach, Digga, der hat wieder mehrere Stages hier, die Map. Lutsch doch wirklich G-Time. Lutsch doch mit deinem ganzen Team. Also du schaffst jetzt die zweite Stage immer rum. Das ganze Team soll lutschen, Kevin. Die sollen alle anschaffen. Verstehst du? Die sollen alle sich in eine lange stellen und lutschen. Ich schaff sie aber öfter. Okay, Kevin. Aber dann muss ich mit Optifang kurz runterladen. Game of Time, hörst du das, was ich sage? Ja. Ja, ich hör das, was du sagst. Ja? Gib das mal das Feedback an die weiter, dass die sich alle hinstellen können. Ach, Digga, ich muss gleich Superbowl gucken um 3 Uhr. Und was sagst du dazu, Try Max? Hast du nicht ein Superbowl-Event? Hä? Hast du nicht ein Superbowl-Event? Kann da nicht hin, mein Bein ist kaputt. Würdest du da sagen, dein Bein ist verdreht? Ja, war verdreht. Dein scheiß Turnier hat mein alles kaputt gemacht. Das zählt nicht als mein Turnier. Das ist dein Turnier. Zählt nicht. Du, warum? Es ging doch nicht los. Digga, ich war da. Es ist unter deinem Mist gewachsen, dass ich mich da kaputt gemacht habe. Chef Strobel, lass es. Das ist doch mal Chef Strobel. Ja, mein Fuß tut so geisteskrank weh, Max. Das ist unglaublich. Die haben auch ganz schön geholzt, ne? Ja, der wurde auch so geisteskrank verwarnt vom Schiedsrichter, als er mir so auf dem Fuß gestanden ist. Ja. Der hat ihm richtig eine Ansage gedrückt. Eigentlich wäre es auch gelb gewesen. Ja, ich will mich selber enttauchen. Der ist 10 Minuten. Ey, Bro, krass. Ich habe die Grätsche von Dingens gesehen. Dennis, dass das nicht wenigstens gelb war. Der ist sofort so hinten reingefahren. Digga, Romata, ich lege mir den Ball in der Mittellinie nach außen. Der Typ kommt angesprintet und wirklich, er steht nur auf meinem Fuß mit den Stollen. Ich habe zwei riesen fette Stollenabdrücke oben auf meinem Fuß. Durch den Schuh. Durch den Schuh. Es hat geblutet. Mit seinem Schuh. Durch den Socken. Durch die Stutze. Durch den Schuh. Hat man zwei Stollen gesehen. Als wäre ihn auf dem nackten Fuß einfach Blut. Meine Dings, meine Socken. Ich verstehe auch nicht. Ich kann hier nicht rumschreien. Ich bin zu Hause. Ich muss hier gleich aufhören. Wirklich. Es tut auch so dumm weh, Alter. Digga, was geht denn hier ab, man? Ich habe 60 Todes schon. Wie ist... Gamer's time. Ja, bitte? Hilf mir doch mal. Du machst das schon richtig, Max. Du musst nur noch nach vorne und danach nach links. Ins Wasser einfach. Du musst dann, wenn das letzte Loch durchbritst... Nein, Julius. Nein, nein, nein. Das bringt nichts. Man merkt schon, wie Max so richtig aggressiv wird, wenn du ihm das erklärst. Ja, weiter vor. Weiter vor, Max. Nee, er macht alles richtig. Er muss nur noch ein bisschen mehr wehdrücken. Digga, du scheiß Strobel. Ich habe alle Level geschafft, Redi. Halt die Fresse. Du fuckst mich richtig ab. Es ist doch egal, Chef Strobel. Halt doch mal die Fresse. Ribi ist Minecraft-Jüngling. Digga, du bist Saug-Jüngling. Auf jeder Party gibst du Arsch. Nein. Für 5.000-Euro-Placements. Nein. Für irgendeine App, die neun Spiele hat, du Schwanz. Halt den Mund. Nein. Chef Strobel hat schon bestimmt für 17 NFTs Werbung gemacht, die alle einen Rugpull waren. Alle einen Rugpull, ja. Chef Strobel bewirkt. Der Strobel hat sich die ganze Scheiße gekauft. Chef Strobel bewirkt. Die ganzen Trash, diese Pump-and-Dump-Drecks-Coins hat sich Chef Strobel alle gekauft. Das stimmt nicht. Und hat sie alle dann nicht... Gibt's du? Natürlich, Chef Strobel. Wie viele Coins sind bei dir auf Null gegangen? Wie viele Doge-Coins hattest du? Keine. Ich habe einen einzigen Coin nicht gekauft. Ich sag jetzt wie es ist. Wie viele Doge-Coins hattest du? Nein. Ich habe mir Shiba Inu gekauft. Warum denn? Warum kaufst du dir Shiba Inu-Coins? Der ist übertrieben kreiseskrank hochgegangen. Ich habe, glaube ich, 2.000 Euro plus gemacht. Ja und die ganzen Trash-Coins? Wieso kaufst du dir die? Was hast du Trash... Es ist der einzige Trash-Coin, den ich habe. Was redest du mit dir? Schnell einen nicht Trash-Coin. Bitcoin. Ethereum. Ethereum. Und BNB. Und BNB. BNB macht übertrieben viel Sinn, weil du den Coin brauchst um zu exchangen auf Binance. Soll ich dir einen Tipp geben, Max? Ja! Bitte! Guck mal, da wo du die ganze Zeit gerade reingesprungen bist, ist richtig. Aber mach es mal ohne Springen. Lauf einfach gerade vorweg und versuch in das Loch reinzulaufen. Why always me? Why always me? Alter, dieses Atmen gerade, Romatra. Halt's Maul. First try. First try, Chat! Hey, Rewi schafft ne easy map und feiert sich das First Try-Shift, krass. Nein! Eins, was ich das First Try gemacht habe, ist deine Mutter. Der schwingt von oben ins Wasser rein, Alter. Du hast Scheiße gelabert, G-Time, man darf schon, man muss sprühen. Ey, du warst eben gerade schon sehr weit. Du kannst auch auf der rechten Seite durch, ne? Das geht auch. Also ich nehme immer die rechte Seite. Sag gleich kurz nen kleinen Trick hier, Chat. Ich hab so keinen Bock mehr auf den Eiffelturm jetzt. Oh. Ja, dann muss ich dann nur noch nach vorne da. So. Wo? Schiff Rubel hat die neue Staffel Grey's Anatomy geguckt. Ich hab, ne, wenn ich jetzt dir was sage, was ich geschaut hab, ne neue Staffel, dann drehst du richtig durch. Erzähl, welche Staffel hast du geschaut? Von you. Drehst du dich schon ein bisschen? Was sagst du jetzt zu Max? Leute, Chef Strubel hat, ähm, du darfst jetzt nichts sagen, Chef Strubel, okay? Chef Strubel hat Breaking Bad nicht geschaut. Ich hab Breaking Bad geschaut. Oh Mann, wie dumm bist du denn? Aber warum lügst du? Lüg nicht. Warum lügst du? Warum lügst du? Ich hab, Digga, Breaking Bad vor dir geschaut, sag ich zu 100%. Der Strubel hat Breaking Bad, Game of Thrones und Prison Break nicht geschaut. Warum lügst du? Und schaut die ganze Zeit Gilmore Girls und so ne Scheiße. Und Gilmore Girls und Vampire Diaries. Ich krieg die ganzen Nachrichten, dass du die ganzen Maps am abbauen bist und so. Hä, was? Nein, Bro. Digga, echt, ich war ein Kassaps. Was ist das denn? Tut mir leid, kann ich ja kein Reich sein. Stark, wirklich stark. Die Maps sind cool. Nein, oder? Die sind nur selbst gebaut. Die sind alles selbst gebaut, die Maps, ja. Oh, das sieht so geil aus, diese Museumsmap. Halt doch mal an den Fressen. Wow, 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 wow. Digga, wirklich, du fuckst mich so ab, Strubel, Alter. Here we go, Ellie Jella. Oh, du musst dich nicht auf, dann hast du uns wirklich überall... Komm, wir grüßen, Ellie. Oh, das ist wirklich. Oh, das ist so klar. Ich hab grad gar keinen Bock mehr. Ich hab grad gar keinen Bock mehr. Das ist ja... Wir haben das so stark hier gebaut, die Sachen. Dankeschön, Grievi. Herrlich, jetzt sieht richtig gut aus. Du baust alles ab, das ist Schummeln, du Idiot. Ich, was? Why are with me? Like Marlo, Teddy. Das war ein geiler Song, Alter. Alter, ich hab mir grad die 10 Stunden mehr so davon an. Wuuuuh. Warte, ich mach auch den Balotelli-Song an, Alter. Wie heißt der? Why always me heißt der eigentlich, ne? Also die beiden hast du auch nur dazu geholt, weil du keine Feinde hast, Marc. Du musst machen, du musst machen, du musst machen. Why are with me? Edi Jena, Edi Jena, Edi Jena, Edi Jena, Edi Jena, Edi Jena, Edi Jena. Ich hab'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'. Jaaa! 50 Tapgifts bekommst du doch! Auf Wiedersehen! Why are with me? Why are with me? Ne, 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 ne... Ich hab die jetzt auch gemutet, der ist mir jetzt zu bunt, ich sag's dir. Boah, Junge. Hallo Elias, I'm a big fan. Aber ich hab's jetzt gefixt. Ich hab das krasseste Mindset auf ganz Twitch. Ich kann nicht rechnen. Die facken wirklich ab. Die haben schon 120 Toten, die labern nur scheiße. Ich hab 160. 700 Toten. You're the best man, Elias, I love you. Congratulations, Elias. Deswegen hab ich's geschafft. I follow you on YouTube. Why don't you see? Oh, oh. Oh, oh. Unbrechbar. Ich bin so im freien Fall. Ich auch, die Map brecht mich so in alle einzelnen Teile. Nächste. Ich bin so im Schwitzen, Alter. Oh, fuck. Oh, fuck. Ryan, I call you Telly. Ich bin so geisteskrank online. Junge. Ich hatte gerade so im Lauf und auf einmal fangen diese Legs an. Ich hatte von der Arc Map, glaube ich, acht ruhig in einem Lauf. Und dann fing das an, dass die Map nur halb klar war. Max? Ich hab's einfach geschafft. Ich hab's einfach geschafft. Revi kam hier rein für eine halbe Stunde. Ja, ja. Und er ist einfach Rage quittet wegen euch. Geil. Ich hab den so abgefuckt. Hast du schon die, dass er wir geschafft hat mit 12 Level? Kam das schon bei dir? Ja, logisch. Logisch. Oh, krass. War heftig. Why always me? Oha. 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 Ach, da ist das. Oha. Oha. Da ist das Intro richtig heftig, Junge. Ronaldo sagt was. Junge, das ist geisteskrank. Kann das sein, dass man manchmal auch durchglitscht auf irgendeiner Karte ist, wo man eigentlich nicht sein sollte, dass die Reihenfolge irgendwie durcheinander kommt? Das ist ein Bug, den haben wir aber nur so auf dem Server so. Also im richtigen Dropper ist das gar nicht. Okay. Das haben wir absichtlich eingestellt. Komme ich hier vorbei? Jetzt läuft bei dir wieder alles, Ebo. Ja, ja, ja. Ich habe Cursed Forge angemacht und jetzt läuft das. Okay. Aber auch deine OBS-Auslastung ist besser, oder? Er hat mich gemütet. Äh. G-Time hat alles auf mich helfen. Das ist angenehm. Jetzt rendert alles. Ich sehe die Map einfach direkt. What? Wo bin ich denn da gestorben? Das verstehe ich jetzt mal gar nicht. Das ist so gar nicht wert. Das ist überhaupt gar nicht wert, was wir hier machen. Ja. Ich schaffe es nicht nur diese Trapdoors durch. Vor allem das danach. Romatreich habe ich es ja mit runterfallen versucht. Das ist so schwer. Ich habe es nochmal durch die anderen Trapdoors geschafft. Verstehst du es? Ja. Und danach ist es so schwierig, in dieses kleine Loch reinzukommen. Und ich will gar nicht wissen, was danach kommt. Ja. Ich will gar nicht. Ich will gar nicht. Ich will gar nicht. Ich will gar nicht. Ich weiß gar nicht. Wie gut ist denn der Minecraft? Das könnte ein bisschen gut sein. Ich glaub, der hat das gar nicht gespielt bisher. Wer? Hat er doch nie Minecraft gespielt? Oha! 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 Mickey Mickelson. Illigella, you're the best, man. Juhu! Hallo, hallo. Was? G-Time, G-Time. Ja, bitte. Also du bist jetzt schon so weit, Max. Ich finde, du solltest das jetzt ohne Tipps schaffen. Ich hatte auch die ganze Zeit keine Tipps, ey. Hä? Ich frag nach Tipps, ich werd nur getrashtalkt und dann bin ich mitgegangen. Halt doch, ey. Ich hab versucht dir ernsthaft zu helfen, Sebo. Ich hab dir versucht ernsthaft zu helfen, während die anderen die ganze Zeit irgendwas gesungen haben und Revi zum Rage mitgebracht. Ja, ja, ja. Ganz nervig. Bist du? Und Revi hat alle, hat das ganze Team von Trimax und mir beleidigt. Hat gesagt, die sollen alle anschaffen gehen. Oha! Ey, G-Time. Ist komplett ausgerastet. G-Time. Ja? Sag mal bitte, Seba soll mich entmuten. Verklagen. Ich soll Seba sagen, er soll bitte Chef Strobel entmuten. Nein. Mann. Dann sag mal, frag mal, ob das geholfen wird. Digga, ich bin nicht deine Eule, Junge. Ja, also die Schessische. Halt doch mal jetzt zu. Jetzt reicht's. Okay, ich geb doch auf. Ich hab's auch gesagt, ich zieh das Monat durch, aber ich geb doch auf. Ich hab's auch gesagt, ich zieh das Monat durch, aber ich geb doch auf. Ich hab's auch gesagt, ich zieh das Monat durch, aber ich geb doch auf. Ich hab's auch gesagt, ich zieh das Monat durch, aber ich geb doch auf. Lass! Hey, das ist das Bär. Auf einmal ganze Chat voll. Du, ich hab gerade locker 50 Leute gebannt. Und übelst beleidigt. Komm rüber, weil ich nur Alter viel gedrückt hab wegen Settings ändern. Ich will, ähm, ich will einmal die leichtere Insane-Map schaffen. Ich versteh gar nichts, Chef Strobel, weil dadurch, dass Sebo dich gemutet hat, redet er die ganze Zeit über dich drüber. Ja. Sebo, das geht nicht. Ich will, ich will, ähm. Das geht nicht. Mann! Er soll als Maul halten. Ich schaffe es nicht mehr durch den ersten Tracks ausdurch. Die spielen doch gar nicht mehr, oder? Du bringst gerade Chef Strobel zum Ragen. Ja, bitte. Ähm, ich will die leichtere Insane-Map. Du musst Chef Strobel wieder entmuten. Es gibt keine andere Map für Chef Strobel. Er singt nicht mehr. Es gibt nur diese Map. Nein, ich will eine leichtere Insane-Map spielen. Nein, nein, nein. Es gibt nur diese Insane-Map. Also kannst du spielen, du kriegst halt null Sub-Gifts, ne? Nein, es gibt auch nur... Ich werde diese Map nicht dropen, Max. Die Trapdoors, die brechen mich. Das ist das Geistesklarke, das ich je gesehen habe. Ich weiß nicht, welcher Knecht sich das einfallen lässt. Und das Bier mal. Das würde ich mir nicht gefallen lassen, wenn ich der Knecht, wenn der das programmiert hat. Aber sobald wieder die Bäume kommen, da habe ich Arschwasser. Hier geht's. Eddie Jella. Eddie Jella. Eddie Jella. Oha! Like I'm Balotelli. Trying to call me Telly. Jetzt weiß ich auch. Jetzt muss ich dem enden. Hoden. Was ist Hoden? Nein! Es war nicht der PC-Neustart, der geholfen hat. Echt nicht? War einfach Minecraft selber. Krass. Aber du hattest 16% CPU-Auslastung. Da stimmt aber was nicht. In OBS. Wie viel Prozent hast du jetzt in OBS, Cheat? Achso, ich habe Lautstärke bei dir auch auf 0 gemacht. Ich habe 15% CPU-Auslastung in OBS, aber mein OBS läuft auch über die CPU und nicht Grafikkarte. Okay, weil ich habe 1,1 Prozent. Läuft wahrscheinlich auch die CPU bei Sebo über Dings, oder? Sebo, streamst du über der CPU? Ey, was ist mit ihm? Er redet nicht mit dir, Chef Strobel. Es ist so geil. Er wird nicht mit dir reden. Es ist so geil. Chef Strobel, Chef Strobel immer wieder mit Sebo. Aber es ist doch... Es ist doch Fail. Er hat eine 4080. Er hat eine 4080. Er hat eine 4080. Er hat eine 4080. Kann ich wieder raus tabben? To me time. Wann willst du? Ey, streamst du über der CPU, Sebo? Nein, Grafikkarte, es ist alles wieder in Ordnung. Mir geht es gut. PC läuft. Etwa Minecraft selber. Ja, ich stream über CPU, weil ich habe zwei PCs. Hä? Mein OBS ist verbuggt. Ja, das liegt an deiner Founders Edition Grafikkarte tatsächlich. Die ist noch nicht eingebaut. Ich mache mir eine neue CPU und alles reiche. Und Strobel, ich habe hier einen geilen Kommentar von einem. Er hat geschrieben, probiere einfach alles loszulassen. Ich lasse auch komplett los. Ich auch. Die Web ist zu krass, wirklich. Wer die schafft, wirklich, der hat meinen vollsten Respekt. Bringt das der Person dann? Waren, ich sage nicht. Bringt gar nichts. Respekt. Das ist so, weiß ich nicht. Bisschen Respekt von Schiff Strobel, Alter. Geil. I show respect. Wow, wow. Jetzt kommen die Bäume. Wow. Aber wo muss ich da durch bei der ArcMap, wenn die ersten Bäume kommen? Ich raff's nicht. Ja, das ist, Sebo, ich feier dich übertrieben. Ja. Reiner, call me Telly. Nee, komm, nee. Nein. Oh, wow. Oh, wow. Ah, ich wäre so gern Lionel Messi. So? Ja, weil ich gut im Fußball war. Und ein Wälzer. Messi, 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 Ankara Messi. Immense Messi. Wusstest du, dass Messi Dings hat? Äh, Asperger? Halt doch mal die Schnauzte. Ich hab einfach zwei Maps First Try gemacht. Ja, die zwei einfachsten. Toll. Boah, die ist ja riesig. What the fuck, was ist denn hier los? Wusstest du das, äh, Romatra? Nein! Drei Maps First Try. Drei Maps First Try. Toll, die drei einfachsten. Ich bin einfach ein Dropper-Pro geworden. Ähm. Ja, bis du bei der, äh, Casino Map bist. Ja, ist bei den einfachsten Maps der Welt gerade. Dann macht dein Casino-Deal. Und dann wird er nie wieder streamen. Ja, okay. Leute, nächste Woche. Ja. Stake Placement. Max streamt jetzt auf Kick weiter. Also, ich meine, ich hab da von dem geisteskranken D gehört. Oh. Ah. Da kriegt der ein oder andere... Da werden alle, pass mal auf, wenn die Deals rausrollen von denen. Uh. Da haben der eine oder andere... Die viele dann lecken werden. Ja, da hat der... Ich weiß von einem Stream, der da täglich 15.000 Euro casht, Alter. Oh, Junge. Das ist halt ne Ansage, Mannsage. Okay. Aber das ist halt für Max so Kleingeld, deswegen juckt's hier nicht. Ja. Max, du spielst das... Da war doch rechts. Du spielst das immer wieder so falsch. Da könnte ich schon wieder kotzen, mutzen. Aber jetzt bin ich wieder ein Step-Winer. Was machst du, Max? Level schaffen. Ja, endlich. Ja, nur noch drei Maps. Wie krank bin ich denn? Was hab ich für ein Speed auf einmal hingelegt? Willst du auch mal deinen Dings oben links upgraden? Ja. Du hast die eine... Die insane Map. Max, wenn du die insane Map schaffst, kriegst du 500 Sub-Gifts. Von mir auch. Aber instant. Mit sofortüberweisung. Ich bin richtig, richtig. Digga, Sebo, du bist erst bei 30. Ich bin bei 61. Bro, der hat zwei Stunden mit seinem scheiß PC gekämpft. Ja. War ich dumm? Ne locker ne Stunde. Der wäre ja noch sparrig mit seinem PC. Aber so was von... Aber lustig, ey. Davor spielst du Hogwarts am Start zu Minecraft. PC geht in die Knie. Welches scheiß Loch muss ich denn hier? Hier kommt mal einer und schreibt, deswegen hasse ich dich. Hasse Masse dich. Ja, die Leute, guck mal, die Leute, die mich auch hassen. Wie hat die denn hier vier Löcher zur Auswahl? Was für ne Scheiße. Hatten wir bei dir doch auch. Ich find, ich würd' geil finden. Max, du machst das wieder richtig falsch. Du musst durch das eine Loch, dann geradeaus durch. Und dann musst du das eine Loch nur treffen. Und wenn du in dem Loch drin bist, nochmal rückwärts rein. Dann bist du fertig. Du musst aber ins Leer, ne? Fresse. Keine Tipps. Bist du dumm? Ach, dann... Okay, dann scheiß dich. Scheiß dich selber voll. Einmal schaffen noch. 10 Subgifts. Vielen Dank. Leute, auch vielen Dank für die ganzen Primes. Wir sind wieder bei 13.000 Subgifts. Sehr, sehr geiler Support. Twitch Primes kostenlos. Ihr habt 60 Emotes. Keine Werbung. Ich hab das erste Mal geschafft. Aber ihr hattet... Animiert die Emotes. Ihr habt... Ja, ich auch. Ich auch. Ihr habt alles. Ihr habt alles. Und die sind bereit. Die laufen sonst einfach aus. Deswegen nutzt die gerne. Ich glaub, ich bin dann was großem dran, Schiff Strubel. Nee. Alpen, Käse und Venom, danke. Danke schön. Ja, krieg ich auch noch was. Ich hätte hier ein paar Hetzleit einer Schiff. Danke für den Prime. Vielen Dank, Leute. Vielen Dank. Das ist wirklich, das ist das. Das ist der Olymp in Minecraft, den man hier erreichen kann. Und zack. Ich hab diese Map... Also, ich hab hier vorher zweimal hintereinander dieses Loch geschafft, ne? Zwei Mal hintereinander, ja. Und dann seitdem nicht noch ein einziges Mal. Es muss doch... Ich will doch mal irgendein... Mich würde das richtig freuen, eigentlich. Aber wahrscheinlich ist Max dagegen. Wenn wir einen richtig krassen Dropper-Pro hier draufholen, der uns zeigt, wie er das macht, weißt du? Mich würde das mega interessieren, wie das einer schafft. Ich würde ihm das gern zuschauen. Kein Witz. Das muss so krass aussehen. Glaubst du dir jemanden, würde das jetzt so ein richtig krasser Pro so in 10 Versuchen schaffen? Nein. Nein, nein, nein. Ich sag hier gehört, ich sag hier gehört. Nein, nein, also es gibt keinen Pro im Sinne von, dass der, wenn er ein Level vorgesetzt kriegt, das sofort direkt schafft oder so. Wir müssen die Karten auch üben. Ja, genau. Ein bisschen üben. Was denkst du, wie viele Versuche bräuchte der jemanden, der wirklich viel Dropper spielt und so auch das Timing und so kann? Auch mehr. Ich hab's geschafft. Bro. Du sagst so... Du hast die Arc-Map geschafft. Ich hab die Arc-Map geschafft. Scheiße, jetzt ist mir doch noch auf den Fersen. Was laberst du? Du hast 30 Level hinter dir, die du schwanzst. Ja, aber ich mach jetzt alle Fersen. Ja, aber die Arc ist das härteste. Junge, das ist so, als würde man sagen, Schalke kann doch Meister werden, weil sie ein Spiel gewonnen haben in der Bundesliga. Oh nein, Spacemap, ja. Das dauert jetzt wieder. Jetzt sind die alle Schalke-Fans sauer. Die hassen dich jetzt. Jeder Schalke-Fan ist so ein Mauer auf dich. Pass mal auf, Twitter brennt gleich. Romatra kann ich Twitter sagen. Ich schaff's nicht. Ich schaff's noch nicht mal ab. Ich schaff's noch nicht mal. Ja, knapp. Bro, ich bin so dead center drauf. Wie oft bist du denn mittlerweile durch die Falltüren gekommen, Romatra? Durch die ersten hab ich aufgehört mitzuzählen, aber durch die zweiten nicht mehr. Für die ersten bin ich locker 10-12 Mal gekommen. Aber durch die zweiten Falltüren dann nicht. Dass sie halt auch auf jeder Stage Falltüren sind, ist so frech. Ja, das ist true. Aber ey, bevor die ganzen Schalke-Fans getriggert sind, war einer der coolsten Experience mal dort im Stadion zu sein. Jetzt lutsch doch nicht so bei denen. Hä? Warum soll ich lutschen? Ich war damals... What the fuck, Digga? What the fuck? Als Klopp noch Trainer war in Dortmund, war ich beim Derby da. Ja, es juckt doch niemanden. Warum erzählst du das? Hä? Ja, weil ich sagen wollte, dass das Stadion krass ist und die Stimmung. Hä? Du Knecht? Darf ich doch sagen? Chat, interessiert euch das? Ach Junge, jetzt musst du dir den Chat gegen mich aufhetzen. Egal, Richard, mit meinem Schritt über... Nein! Nee! Nein! 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 Überhaupt nicht! Null! Da ist es so. Ab wann muss ich mich bei der Spacemap hier mit den Raumschiffen drehen? Auf welchem Zeitpunkt? Wenn du hinter dem Weißen unten bist, was so ein bisschen aussieht wie der Millennium-Felken. Alter! Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Ich gönne's dir auch nicht zu schaffen. Wirklich. Ich gönne's dir auch nicht. Bei mir schiebt's. Aber dafür, dass du dir grad dein Chat gegen mich aufgehetzt hast, und die Leute wieder manipuliert hast, gehört nicht sehr einfach, Max. Aber dafür kam halt Phil und hat mir einfach jetzt 10 Subs gegiftet. Weißt du? Mando! Welcher Phil? File for Scy? Ja, ja. Boah, weißt du das? Hat er auch bei mir 10 da gelassen. Ey, was ein Ehre, Mann. Danke, Phil. Könnt ihr mir den mal vorstellen? Oh, was? Ich würde ihn gern kennenlernen. Gibt's da Networking-Events? Hat er geschrieben, aber nur aus Mitleid. Egal. Geil. Ich nehm' mich gerne an. Ohne Witz. Wenn die Leute so mit mir Mitleid haben und ich immer 10 Subs gives bekomme, die Leute dürft alle mit mir Mitleid haben. Das ist geil. Guck mal, da kommt noch ein Karlsruher-Supporter, der hat auch bei dir schon viele da gelassen, Max. Das geht nicht. Doch, WinterEcht. 9,5,2. Hat auch sein VIP-Status für immer 7,6, Max. Es ist safe, links das Loch, ja? 7,6. Max kann es selber glaube ich gerade gar nicht fassen, ne? Das war geisteskrank heftig, oder? Ich find's einfach geil, wie überrascht du selbst davon warst, dass das geklappt hat. Das war geisteskrass heftig, oder? Oh, wer wurde getermautet? Oh, wer wurde? Ich mach zuerst die andere, Roulette soll so beschissen sein. Warum lachst du? Das war einfach irgendwie ein Fehler. Warum lachst du, hm? Nein, einfach weil du gesagt hast, ich mach direkt die andere erstmal. Ich komm da nicht rein. Kann mal einer, G-Time, kannst du mal kommen, kannst du mal vormachen, damit ich sag, seh mal. Es ist ja immer bei dieser Map. Ich weiß nicht, wann drehen, wie drehen, wohin. Einfach mal vorfliegen. Der ist jetzt, ey, bestimmt hat 500. Mal, dass ich diese Map spiel. Letzte Map. Da schau ich jetzt zu. Ich hätte nicht gedacht, wie gut ich geworden bin. Wie scheiße ich am Anfang war und was für ein krasser Jobanspieler ich geworden bin. Oh mein Gott, wenn du die schaffst, magst du dann Props. Wenn du die schaffst, dann Props, okay? Ich mach mit. Nein, dann springst du hier rum und lass sie doch schon. Die ist richtig schwer. Boah. Also ich find's richtig witzig, wie die Leute mittlerweile donaten. Ich hab einen Donut für 3,33 bekommen und er schreibt eine kleine Spende, weil du ein Nutten bist. Gute Streams, mach weiter. Ach, Mann. Er hat auch immerhin bei mir geschrieben. Einfach einen Nutten. Er hat ja genauso, wie immer. Ich liebe deine Streams zu Nutten. Er hat ja immer bei mir in den Chat geschrieben. Aber ist geil. Dann nehm ich gerne die Donuts und die Donations an. Das jetzt ich nicht, ehrlich gesagt. Oh Gott. Also wenn Max das Level hier schafft, bist du durch. Ich hab jetzt auch noch angefangen. Max hat's geschafft. Ich hab's geschafft. Nee. Er hat's geschafft. Er hat's wirklich geschafft. Ich hab's einfach geschafft. In unter 4 Stunden. Was hast du gerade gesagt, Chef Strobel? 5 Subs, wenn er die schafft? Nein, hab ich nicht gesagt. Ich hab gesagt, er gibt 500 Subs, wenn er die Insane Maps schafft. Ach, die Insane Maps. Dicker, was? In unter 4 Stunden. Das ist jetzt, äh, das ist die Challenge. Das, 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 das kann, ähm. Ja. Das soll auch Micky probieren. Micky soll das probieren. Nächste Seite. Boah. Wer soll das noch probieren? Ja, schau. Pixpin würde ich auch für die Challenge nominieren. Wollt ihr nicht eigentlich mitmachen? Eli? Kann Eli gut genug Minecraft spielen? Papa Platte? Papa Platte rockt das. Nein. Ah, Kevin Teller. Nee? In, die, alle Maps in unter 4 Stunden? Nö. Das war richtig, das war eine richtig krasse Leistung. Alter. Der Server ist im Monat on, ne? Ja. Spätestens wenn das Netzwerk released, kannst du die alle üben, Romatra. Max. Und jetzt kommst du auf die Insane Map nochmal kurz. Ja, probier. Mach einmal, komm. Was soll ich denn da? Ist doch unwitzig. Mach einmal, mach einmal. Das ist echt unwitzig, Max. Das ist wirklich unwitzig. Das ist wirklich unwitzig. Es ist auch irgendwie keine Konstanz da. Manchmal schafft man es zweimal hintereinander, manchmal schafft man es gar nicht. Also den Anfang schaffst du auch noch, Max. Du musst einmal nur rechts um die Ecke springen. Und danach wird es sich komplett in alle Richtungen drehen. Und dann, wo soll ich denn danach hin? Ich check's nicht. Dann musst du nach rechts gehen. Du gehst schon falsch, du fliegst schon falsch. Ich bin doch eben reingekommen. Ja, und dann musst du aber weiter nach rechts. Du musst rechts an die Wand, rechts an die Wand. Okay. Überleg mal, Max. Schafft ihr einfach irgendwie so übel random, weil er irgendwie voll das Gefühl hat für diese Falltüren. Nee, macht er nicht. 500 Zappgifts hast du mir gesagt. Max, also wenn du das mit den Falltüren schaffst. Rechts, Mann. Weißt du, wo ich hin soll, ne? Du fliegst aber auch nach links. Das war rechts. Ja, der ist rechts. Das ist links, Romatra. Ja, rechts. Du musst immer die Wand anschauen. Immer die Wand anschauen. Wenn du es anders aus die Wand anschauen, dann bist du halt verloren. Ich weiß nicht, wo ich da hin soll. Wieso spiel ich dir überhaupt? Macht doch keinen Spaß. Komm mal mir hinterher. Oh, du bist fast richtig. Komm mal mir hinterher. Komm mal mir hinterher. Ich zeig dir, was hin geht nach dem Essen. Boah. Ja, ich hab grad nen Run. Sag ich dir, wie das... Tod. Unlucky. Okay. Die spiel ich nicht. Was leuchtet ich hier raus hier? Das ist ja auch ein Graus, die Map. Ein Graus und du bist ne Maus. Ja. Also wirklich, dieses... Das mit den... Mit den Falltüren. Ich weiß nicht, dass ich das einfallen lasse. 1408 Tode hab ich an einer ausgerechnet. Geil. Und zwölf Dinge hab ich First Try gemacht. Krass. Das waren alle leicht und mittel The Dropper Maps. Ja. So krass, ne? Und die gibt's alle schon zum Release. Ja, da kommen ja viel mehr zum Release. Da kommt ja noch schwer, extrem und insane. Zum Release sind es 125 Karten. Und das krasse ist, du kannst ja, weil Romatra sagt, es wär geil, wenn's nen Leaderboard gibt, ne? Ja. Du kannst auf jeder Map Medaillen sammeln. Das heißt also, wenn du ne Map zum Beispiel jetzt die Unrailed First Try schaffst, kriegst du ne Platin-Medaille. Das ist die höchste. Da darfst du nicht ein einziges Mal failen. Du musst die in der kürzesten Zeit, die fast möglich ist, schaffen. Und wenn du Rekordhalter bist, dann kriegst du so ne Regenbogen-Medaille, ne animierte. Du strinst. Wieso? Die Leute müssen ja irgendwelche Challenges haben. Na, ich brauch auch nicht mehr viel, dann bin ich auch durch. Ah, Sebo 50 Sub gibt's oder was? Na, würd ich gerne mitnehmen, ne? Die würd ich auch gern haben. F3. Ich schreib mir jetzt die Koordinaten auf bei dir. Ah, okay, smart. Die X und Z-Koordinate schreib ich mir jetzt auf und dann weiß ich nicht. Ich glaub, das ist fast unmöglich. 2995. Ich hab schon Kopfschmerzen, weil ich es so lange versuche, bin ich ehrlich. Meine Beine und Knie tun weh. Krass. Jetzt dreht's mich. Ich muss sagen, das war grad anstrengender als Valorant. Also, ich denke, wir hätten echt noch die schweren Karten mit reinnehmen müssen. Bullshit, G-Time, so doof. Ey, G-Time, ich würd gern eine... Gibt's eine in Salem, wo du sagst, die könnte man schaffen? Also, es gibt eine, ich kann dir mal... Also, es sind alle möglich. Die Allerschwierigste hat auch jemand geschafft. Ich schick dir mal... Ja, aber ich will jetzt ja eine in Salemap noch schaffen, wo ich sag, die könnte ich noch machen. Nein, du, es wird keine geben, die du heute schaffst. Da geb ich dir... Sind die alle mit diesen scheiß Trapdoors und so? Die sind alle mit irgendwelchen ekelhaften Sachen. Ach, diese scheiß Trapdoors sind Kacke. Die sind nicht alle mit Trapdoors, aber die haben andere Sachen, die dann ekelhaft sind. Sei es irgendwelche Ketten oder sonst was, die im Wechsel. Also, die sind wirklich so, du musst einen perfekten Sprung machen. Ja, Bullshit. Das nächste Level ist auch Bullshit. Gefällt mir die Einstellung. Nee, 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 das geb ich auf. So, aufgegeben. Was, wieso? Bro, weil du nicht siehst, was ich gerade sehe, Alter. Das Level hört auch nicht auf. Danach muss ich von komplett vorne anfangen, wenn ich das nicht schaff. Ich könnte jetzt... Mhm. CR machen wir morgen. Ja. Jetzt ganz... Ganz dumm. Du kannst jetzt nicht gehen, ich bin gleich fertig. Dann muss ich ihm noch 50 Subcits geben. Mhm. Ja, das ist richtig. Ich guck dir noch zu. Nein, lass. Du hast gesagt, du schaffst, du machst so lange, bis du schaffst. Ja. Umatra. Ja, ich hab aber nicht mehr heute. Ja, aber dann schaffst du's noch? Ob ich's noch schaff? Mach mal Stream an, Sebo. Bitte? Geschwind. Äh, Discurs... Oder ist Discurs Stream scheiße? Weiß ich nicht. Kriegt halt nicht hin. Ich bin scheiße. Wie kann ich ihn zuschauen? Du kannst in den Spectator-Mode und dann musst du einfach links-klick auf ihn machen. Gibt's einfach ein Slash-Game-Mode. 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 Es ist unmöglich. Die Map ist unmöglich. Ja. So, dann machst du Slash-TP, nimm's Sebo. Und da musst du einfach nur links-klick auf ihn machen, wenn du an ihm dran bist, dann bist du in seiner Perspektive. Entity-Wars-Not-Fault. Slash-TP. Ja, Sebo hat Unterstriche in seinem Namen. Du kannst das aber rein-tapen, den Namen. S-E-Unterstrich. Ah, da bist du. Musst du gleich nochmal rein. Und jetzt machst du links-klick und dann bist du in seiner Perspektive. Er ist jetzt gegangen. Ja, da musst du jetzt nochmal hinterher-TPen. Das ist ja asozial, oder? Du kannst deinen letzten Befehl, ne, kannst du übrigens wieder kopieren, wenn du einfach das Chat öffnest und dann drückst du Pfeil nach oben. Dann tut er den immer rein, den letzten Befehl. Und jetzt rechts-klick in ihn rein. Links. Da. Da ist er. Da ist er. Und wo springt der Idiot ab? Du musst den oben an der Plattform am besten erwischen. Ja, ich bin in der nächsten Map jetzt wieder. Nein! Doch. Jetzt musst du wieder hinterher-TPen. Mach einfach Pfeiltaste nach oben. Kann ich nicht, versteh ich nicht. Okay. Wo ist denn Wasser da? Okay. Kannst du mir den Typen zeigen, der diese Map geschafft hat? Hä, wie fetzt der denn weg? Den Typen? Ne. Ich wollte auch, ich wollte auch. Schwimm mal oben, Sebo kurz, schwimm mal oben. Ich schick dir mal ein Video von einer anderen, die noch schwieriger ist, die geschafft wurde. Ich will wissen, wer diese Map geschafft hat bei dir im Team. Schwimm mal kurz. Ist das schwierig, Alter? Ich glaube, das wird relativ schwer, weil einige Leute sind mit dem Team. Naps. Let's go, Sebo. Auf der Map habe ich die meisten Tode. Ja? Ja. Okay. Ja, ich weiß, wo der Wasser ist. Aber... Wann beginnt, um wieviel Uhr beginnt Superboy? Wann wird angepfiffen? Was? Was? Sieben Versuche. Ach. Also genaue Uhrzeit. Ich geh nicht raus. Du bist ja immer noch da am gucken, ne? Ja, ja. Okay, okay. Boah, die war auch disgusting. Okay. Wer macht doch die Halbzeit-Show eigentlich? Also derjenige, der die geschafft hat, ist nicht mehr bei uns im Team. Ja. Ich glaube, 50 Cent wird von der Decke hängen. Ist auch nicht. Der ist gebrochen an der Karte und gegangen. Muss nach links. Und es gibt noch eine schwerere, die er gemacht hat. Ja, es gibt noch eine schwerere. Ich kann dir da jederzeit, wie gesagt, auf ein Video, wenn du willst, mal schicken. Das Ding ist, irgendwann wird es auch nicht, irgendwann wird es halt unwitzig schwer. Weißt du, was ich meine? So unnötig schwer. Ja. Hä? Also das ist wirklich, die Insane-Maps sind wirklich nur für Tryharder. Das ist wirklich für Leute wie die Eifers. Der ist kleiner als ich. Wir lachen auch immer, dass der so giga-shit ist. Naja. Zeig mal das Video. Zeig mal das Video. G-Time, kannst du mir schicken? Ich würde es gerne sehen. Ich schick das in den Kollegen-Chat, dann kann Chef Strobel sich das auch mal angucken. Ich möchte noch einmal daran erinnern, dass Romatra dachte, dass wir alle 67 Level ohne einen einzigen Tod springen. Ich sage, das ist einfacher als diese Map. Bullshit. Calle ich jetzt. Ich habe das Video reingeschickt. Das ist die allerschwierigste Map, die wir haben. Auch 50 Subgifts, Romatra. Bevor ich es schaffe, diese Maps zu schaffen, schaffe ich alle 60 Maps, die ich heute gemacht habe ohne hintereinander. Kannst du mir das bauen? Bullshit. Ah ne, das ist wahrscheinlich schwierig, ne? Ey, stopp mal ganz kurz. Sebo, da spielt nicht Sebo, sagen alle. Doch. Hä? Hä? Wer soll denn sonst spielen, hä? What the fuck? Ich weiß nicht, dein Vater oder so. Ich muss das jetzt runterladen. Ist das nicht im Discord gucken? Ja, also da liege ich irgendwas. Ach so. Wie die Dummen, ne? Weißt du was ich meine? Wo ist das Loch da? Alle sagen, Sembo spielt nicht. Da spielt ein anderer. Ne, ich spiele tatsächlich. Au. Aua. Bei der Map werdet ihr es nichtmals durchs Tor schaffen. Ach, das ist insane. Das ist auch eine insane Map. Ja, das ist die schwierigste Map, die wir haben. Und der ist einmal durchgefallen und dann ist durch. Deswegen, ja. Sebo hatte keine technischen Probleme. Da klammert einfach ein anderer und der zockt jetzt zu ihnen. Irgendein Fortnite-Show oder so. Hä, aber du musst es nur einmal durchschaffen, oder was? Ich muss ihn nur einmal durchschaffen. Du siehst ja, wie der sich die ganze Zeit... Ja, ja, aber du siehst ja... Ja klar, weil du fällst ja nicht so lange, aber... Du siehst ja, wie der sich die ganze Zeit dreht, weil da Türen und alles kommen, der weicht dem Ganzen aus. Ey, ich schwör, das ist doch viel, viel leichter als die Map. Die ist leichter als die Map, die ich gerade geguckt habe. Ich kann dir hier jetzt zehn Maps drauf machen. Du wirst bei jeder Map sagen, die ist leichter, und wenn du die dann spitz sagst, das ist unwitzig. Ich hab so lange so ein System raus, was die hier verfolgen. Ey, die Map ist doch viel leichter. Soll ich die drauf machen lassen? Mach die mal drauf. Ja, mach die mal drauf. Du hast hier irgendeinen Mod runtergeladen, Sebo. Nein. Wirklich? Ja. Ja. Du musst jetzt mir versprechen, dass du nicht cheatest gerade. Ich glaub, du hast das falsche Video gesendet, ne? Ich cheate? Ich auch nicht, shit. Ich glaub, Cheater hat das falsche Video gesendet. Ja, was? Ich lass dich jetzt drauf machen, wenn du der Meinung bist, dass das alles einfacher ist. Aber du wirst dann gleich weiter fluchen wieder. Ja. Ich weiß nicht wohin hier. Das zweite von rechts Loch. Das da. Nee. Das zweite von rechts Loch. Alles aber gleich startet der Server nochmal neu. Das zweite von rechts. Also nee, das rechte der Mitte. Das? Ja. Oder das? Nee, das rechte in der Mitte. Das? Das, ja. Das, das? Das, ja, ja, ja. Ja. Na, ich bin Grevy. Na. Hast Wasser gesehen, ne? Nee. Du hast ein extra Texture-Pack fürs Wasser runtergeladen oder so'n Scheiß. Nein! Das leuchtet. Irgendwas hast du. Wirklich? Nein, ich seh kein Wasser, nein. Ah, da! Jetzt, ja, ja, ja. Warum warst du dann so shit? Warum warst du dann vorhin so derbe shit? Die Map mit der Tür, ne? Wo du das Video jetzt geguckt hast, Romatra, wo du sagst, es ist einfacher. Ja. Die Person, die die Map gemacht hat, hat über 7000 Versuche gebraucht. Ich mach's. Das sieht einfacher aus. Ja, okay, okay. Ja, 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 ja. Mein Ego sagt mir, das sieht einfacher aus. Ja, 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 ja. Wir machen das jetzt, die kommt jetzt drauf. Mein Ego sagt mir, das sieht einfacher aus. So, was soll ich machen, Alter? Meinst du die, wo man einmal springen muss, Romatra? Ja, die 6 Sekunden. Das sieht doch viel einfacher aus, was wir gemacht haben, oder? Es sieht doch einfach aus. Die hat ja weniger Stage, es ist nur eine Stage. Aber du wirst sie nicht schaffen, sag ich jetzt schon. Ich schaff, die wird schwer, das wird jetzt dauern. Kann man Slow-Mo hier einstellen? Da komm er, boah. Er hat 7000 Versuche gebraucht, bis er sie geschafft hat, oder was? Das ist schon wieder so eine Map wie hier Baldrian. Hä? Ich würde an deiner Stelle auch eher das linke Loch nehmen. Echt? Ja, das ist viel einfacher, weil du nicht dieser scheiß Zunge die ganze Zeit ausweichen musst. Und du darfst nicht zu früh nach vorne gehen, du musst ein bisschen warten jetzt. Ja, 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 hab's gesehen. Hä? Welches Level spielt ihr grad? Ich warte drauf, ich warte drauf, bis diese einfache 6 Sekunden Map draufkommt. Ich bin gespannt, wenn du die schaffst. Marta, wenn du alle Maps schaffst in einem Try... Wirklich? Du hast scheiße gelabert, ne? Ne, ich hab nicht scheiße gelabert. Ich sag, es ist einfacher. Alle Maps, die wir jetzt gemacht haben, sind in einem Try ist einfacher. Als die insane Map? Als die insane Map, ja. Einem Try, Rumatrain, einem Try. Alle 65 Maps, ja. Ich überlege grad... Ich überlege grad... Ja, es gibt halt... Du musst halt nur diese... Server startet jetzt neu, Sebo. Mhm. 67. Ja. Alle ohne einen Tod. Ich habe dieses 12-Stage-Ding, glaube ich, in einem Versuch oder in zwei Versuchen geschafft. Wenn's nicht schwer ist, dann ist es nicht schwer. Naja, dann kriegst du's auch hin, wenn du's ganz oft hintereinander machst. Aber ich schwöre, durch diese Falltür durch ist unmöglich. Es ist für mich nicht möglich. Digga, du laberst Scheiße. Das schaffst du nicht. Hintereinander. Ich werd's nochmal probieren. Ich guck mal, wie weit ich komm. Wenn ich hintereinander alle... Wenn du das schaffst... Wenn du das schaffst, tausend Euro. Was? Tausend Euro? Alle 67 ohne einen einzigen Tod, ja. Kannst du mir ne Rechnung... Stellst mir ne Rechnung von 1000 Euro. Puh. Was? Also... Schaffst du nicht. An einem Stück! Alle! Ich hab 1400 Tode! Ja du! Ich hab vielleicht 30 oder so. Ja okay, das war ein bisschen untertrieben. Aber ich hab vielleicht... Du hast 200 bei dem einen gehabt. Ruhmachtra. Nein, nein. 200 hatte ich bei keinem. Ich glaub das Maximale waren 50 und das war die, bei der ich über gestruggelt hab. Du hast ja echt keinen Fehler erlauben, ne? Ich glaub dir keinen Fehler erlauben. Ich glaub dir keinen Fehler erlauben. Ich kann ja mit den schweren Maps anfangen. Die Reihenfolge ist ja egal. Du. Du. Du musst ja echt mit deinen hast und schweren Maps anfangen und dann gehst du immer zum leichter. Genau. Mit den hast und schweren Tabmaps fang ich an. Hallo. Server. Du musst es on-stream schaffen. Ohne Cuts und alles. Ohne Cuts und alles. Ohne Cuts und alles. Tausend Euro. Tausend Euro. Wie lange hast du dafür Zeit? Eine Woche. Server ist wieder da? Ist der Server auch gleich, oder? Du warst wieder da. Ne. Eine Woche würd ich sagen. Und da hast du dem jetzt mal angetan, dem Jungen. Kann sein, dass die jetzt noch importiert wird. Ne. Die letzte Map Village ist es. Die allerletzte. Catch me. Komm rein. Jetzt bin ich gespannt. Komm rein. Schiffschrubbel. Was? Machst du? Game Mode. Ach du machst jetzt eine Level? Ja. Okay. Ob ihr auch. Warte ich komm gleich. Mit. Woah. Why always me. Romatra nimmst du die Challenge an. Ja ich hab ja nichts zu verlieren. Ja ich werd's probieren. Eine Woche. Alle Maps. Ohne ein Tod. Tausend Euro. Hallo? Ja. Du nimmst an. Ich hab ja nichts zu verlieren. Ich kann's ja probieren. Und wenn ich's nicht schaff, dann schaff ich's halt nicht. Wieso soll ich denn nicht annehmen? Okay. Ja muss ja. Er muss ja gehen. Nee. Wenn er nicht schafft. Muss ja auch noch was. Dann muss er sich den Arschloch wechseln lassen. Nö dann ist egal. Nein. Ist egal. Ist jetzt ruhig für dich das gleiche Angebot. Oh. Weiß ich. Das ist echt. Nimmst du an oder nicht? Ich werd's versuchen ja. Das ist doch alles scheiße. Was? Hä? Was ist das für ne Luschen-Aussage? Ja oder nein? Ja. Ja. Boah. Okay. Wenn du ja sagst, musst du's mindestens zwölf Stunden versuchen. Okay. Er sagt okay. Er sagt einfach okay. Stimmt. Könnte man alle Maps hintereinander schalten? Nee ne? Nee. Ich glaub's. Das kann man theoretisch machen. Aber das ist. Max das ist wirklich voll der Aufwand den wir finden. Ja ja ja. Also ich will nur dran erinnern. Wir bezahlen die Leute. Max. Wir wasten. Wir wasten richtig Geld. Zögern den Server damit. Immer weiter hinaus. Und die Leute haben Bock zu zocken. Weißt du wie viele Leute gefragt haben ob sie aufspielen können. Ist aber extrem. starke Werbung. Was wir gerade machen. Ja definitiv. Ich kann's auch. Aber ich kann verstehen dass die Leute halt die haben Bock zu zocken. Die wollen loslegen. Ja ja. Ich will das ja. Es gibt ja teilweise bei manchen Maps mehrere Dinger runter zu springen und so. Weißt du was ich meine. Das wäre jetzt viel zu aufwändig das zu machen. Ich kann das ja selber dingensen. Denkt an meinen Creator Code ne? Ja Sebo hat nämlich einen Chef Strobel. Du wieder nicht. Ich hab einen Creator Code. Er ist ein Supporter. Chef Strobel hat glaube ich auch einen. Danke. Chef Strobel müsste auch einen haben. Ich bin ziemlich sicher. Ich bin ziemlich sicher. Junge allein durch diese Tür durch zu kommen ist ja schon übel. G-Time gib dem mal so ein richtig fettes Briefing. Bitte. So richtig fett. Ja äh Chef. Was für ein Briefing. Ja so 10 Shoutouts im Monat oder so. Ja ist geil. Ich seh da grad jetzt hinten mein Logo. Wie cool. Jaja. Letzte Map Sebo. Ne ich hab die eine geskippt diese Pazifik eben. Why? Aber Casino hab ich im vierten, fünften Versuch. Pazifik hast du geskippt? Ja eben. Die mach ich zum Schluss jetzt gleich. So. Das ist die falsche. Die willst du gar nicht erst probieren Sebo. Ach da ist die falsche? Ja ja ja. Bist du bescheuert? Die schwerste Map die es gibt. Raust da Sebo. Sebo? Ja? Raust da oder hast du schon? Nein ich... Ja ich wollte... Nein du musst jetzt abbrechen. Es ist aber gut das Romatra so ehrgeizig ist. Wir brauchen so Leute die die Maps auch immer schön testen. Okay das ist er jetzt. Er braucht mehr. Das ist nicht dein Ernst jetzt. Sei ehrlich. Nein das war ein Witz. Das war ein Witz. Oh warte mal. Romatra ist jetzt so creative. Ja ich fall mal runter und check's ab. Das darf ich doch hä? Hä? Oh das war ganz knapp Sembo. Ich hab S gedrückt. Das war ganz ganz knapp Sembo. Ach fuck schon mehr Bing Bing. Einfach Pinball hier auf der Drecksmap man. Nein ich mein ich sag nur Drecksmap. Das ist geil ich hab doch Spaß. Ich will dich jetzt nicht brechen ja. Ja. Aber es wird ein Update kommen in Clash of Clans wo der sechste Bauarbeiter viel schwerer ist zu erreichen. Oh was wenn ich den schon hab? Was ist wenn ich den schon hab? Dann behältst du ihn für immer. Was? Halt die Schnauze ehrlich. Wirklich? Ja 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 ja. Das ist doch geil für mich oder? Wann kommt das Update? Weiß man nicht. Q1 23. Na gut ich bau noch locker 1-2 Wochen. Na ja sagen wir eher 3. Echt? Ich bin fast Townhold 12 Max ne. Also es gibt bald nichts mehr was ich upgraden kann. Ja. Bullshit. Alter er hat's. Nein nein meine Queen ist maxed. Ich hab's. Ne halt mal deine Schnauze lass mich eben feiern. Fertig. Er hat's. Sebo hat's. Sebo kriegt 50 Sub-Gifts. Ah. 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 Krass Sebo. Ja. Trotz des Brust mit dem PC. Ja. Boah. Und ich dachte wir sitzen echt hier. Ich hab alles freigeräumt für heute. Ich hatte Angst. Ich hatte Angst. Dass wir bis 7 Uhr morgens oder so hier sitzen. Ich auch. Ich hab morgen früh, ich hab morgen früh um 12 einen Termin abgedacht, weil ich hatte Angst dass ich noch stream. Okay Mann lass mich die auch mal gucken. Jawoll. Ich danke dir. Krass. Geil. Sau stark. Danke dir. Ähm. Ja fett. Das war ein geiles. Das war eine geile Sache. Safe. Ah. Spielst du noch die Map wieder? Ja. Ich wollt mal ausprobieren. Kurz mute. So Leute. Wir haben's geschafft. Ich war in unter 4 Stunden. Die anderen Streamer können die Challenge auch gerne machen. G-Time kann euch auf den Server bringen. Der Server wird rauskommen. Das waren jetzt nur die leichten und mittel Maps. Gibt's ja noch 3 Schwierigkeits gerade drüber. Jetzt probieren wir hier auch gerade eine Insane Map. Das ist viel zu schwer. Das find ich. Das wird zu schrecklich. Dann machen wir aber noch ein geiles Community Event. Wenn ein Zuschauer das schafft, kriegt er 1000 Euro oder sowas. Bei einer richtig krass schweren Map. Da hab ich Bock drauf. Ja. Wenn der Server kommt. Der ist Server von G-Time und mir. Der wird kostenlos sein. Free to play. Alle können mitmachen. Das ist ein Modus von 7. The Dropper. Ich bin überraschend gut geworden. Am Ende. Eles selber kommen und die Beld蝾chen 3 demgelieft Dur cool. Wahrscheinlich kommt sich gut!